Hallo Leute und ein herzliches Willkommen wieder zu einem neuen We Life Online Livestream wieder als NAPD Officer zurück im Schnee das erste Mal mal wieder. Ich freue mich drauf auf jeden Fall wieder auf Schnee und Zuschreife fahren. Ja, wir starten durch meine lieben Damen und Herren und ich hoffe euch geht es genauso gut wie mir. Mir geht es heute sehr gut. Ich kriege die Frage sehr oft gestellt im Stream. Dankeschön dafür. Und ja, wir starten durch. Würde ich sagen, ja, wir gehen mal rein und melden uns an und holen uns mal die ganzen schnicken Sachen. Und wer es noch nicht wusste, Leute, ihr könnt kostenlos ein Like und ein Abo dalassen. Kostet euch nichts. Ihr supportet den Kanal damit, wie gesagt, kostenlos. Kein Zinn dafür bezahlen und trotzdem Support eStar. Würde mich sehr freuen. Herz geht raus an alle, die schon abonniert haben und geliked haben in dem Stream. Und ja, so sieht es aus. Ach ja, ganz wichtig und richtig auch noch zu sagen ist, wuppelt auch gerne im Shop vorbei. Hashtag Werbung. Gibt ja neue Sachen. Gibt jetzt neue Sachen im Shop. Die 1 zu 7 Anhänger und so weiter. Das müsst ihr auf jeden Fall gucken. Und natürlich die 1 zu 7 Lampe. Beste, den es wo gibt. So. Aber das auch. Ähm, ich geh mal hoch, hol mal meine Sachen, melde mich an. Und ich habe sogar meinen Weihnachtsmütz. Das habe ich mir vorhin gekauft. Äh, müsste... Ich hoffe, ich habe die noch. Ja, ich habe sie noch. Mit dir fahren wir heute auf Streife. Ich hoffe, ich werde nicht ausgelacht von meinen Kollegen, weil wir fahren heute eigentlich nur auf der Autobahn und halten Leute an. Und vielleicht kommt da ein oder andere High-Speed-Unit-Einsatz rein. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, wie es läuft. So. Äh, du hast die 1,03 Abos geknackt. Ja, ja. Die 1,03 Millionen Abos. Ja. In der Tat. So. Äh, danke schön an SniffNBK für einen der Eure 7 Cent. BVB-Frauen-Supporters. Danke fürs Hip-Lehren. Äh, Ocelot. Moinxion. Auf und gein-Stream. Ich hoffe, du hast heute Glück. Vielen Dank für 25 Euro mit ehrenhaften Fees. Dankeschön. Oh, warte, ich habe vergessen. Ich bin ja Streamer-Mode und ich bin Slash-No-Admin. So, fast vergessen. Stell dir mal vor, ich hätte das alles nicht angemacht. Hätte ich direkt wieder was reinbekommen. So, Munition auf. Ich glaube, ich habe noch alles. Habe ich noch meinen Ausweis? Ja, habe ich auch noch dabei. Ich muss ein paar Sachen loswerden. Hier das Aceton. So, ich muss das mal in die Aservatenkammer schmeißen, glaube ich. Ja. Daher kann man auch in den Müll werfen. So, ich glaube, jetzt habe ich alles. Rüstung anwenden. Wobei, Rüstung habe ich noch dabei. Ah, habe ich noch zwei Stück. Perfekt. Ja, dann bin ich fertig ausgerüstet. Passt. So, ähm. Vielen, vielen Dank auch an Florian Adam, auch wieder am Start. Vielen Dank, dass du auch heute wieder am Start bist. Ähm, Sven, hey, könntest du mal das PCD zeigen und erklären, was man da so einstellen kann oder muss? Da muss ich mir jetzt eh, äh, ein Ding sind. Aber das PCD kommt raus auf 3.0. Also, das werden wir nicht mehr benutzen. Auf 3.0 kriegen wir ein komplett eigenes, äh, ein komplett eigenes Tablet. Dann wird das PCD, ja, rauskommen höchstwahrscheinlich. So, ich gehe noch ganz schön mein Auto ausparken. Ich habe es nämlich auch schon vorbereitet, mein Auto. Nämlich mein, mein Camaro habe ich weihnachtlich hergerichtet, wie ihr sehen könnt. Ich habe weiße Felgen auf einem, ja, ich bleib mal rot. Erinnert sehr an den Weihnachtsmann. Erinnert an die weihnachtlichen Farmen und damit fahren wir rum. Genau. Richtig, richtig geil heute. Vor allem im Schnee mit dem Camaro. Ich habe keine Ahnung, wie sich das verhält. Mal gucken. Ich stelle mal alles ein. Ich muss mal mein Funkgerät und so anmachen. Ich eintragen. Das PCD, das mache ich zuerst. PCD tragen wir uns ein. Wir sind heute unterwegs. Alles. Status ist heute geringe Gefährdung des Bars. Was G-Mobile haben keine Straßenzulassungen. Das bin mir bewusst. Jawohl. So, Criminal Investigation Unit. Ich bin heute mit King4 in Ten8. So, King. Oh, da hat sich wer nicht ausgetragen, richtig anscheinend. Ganz komisch. King4 mit High Speed. Wir sind frei und wir sind mit Tenant 2. Alles Svenrumpe. Und wir sind die, genau die 70, 00, 05 müssten wir sein. Ja. Passt haben wir auch eingetragen. Und dann gehen wir gleich mal Ten8 im Funk. So. King4, Ten8. Abend. 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 So. Dann Blitzer-Einstellungen noch anmachen. Toggle Display. Yes. Plate-Reader haben wir auch am Start. Bust. King11 für King14. Hört sie. Aktueller Z20. Samlin Opposite Lane. Und dann auf. Oh, ich war schon. Speed 140 haben wir eingestellt. Ja. Gut. Dann fangen wir zu Tankstelle. Gehen wir mal tanken und los geht die Fahrt. So. Same X-Simmit. Off. Äh. Opposite X-Simmit haben wir ja. Alles gut eingestellt. Passt. Das erste Mal im Schnee auf Streife dieses Jahr. Kann man sagen. Wobei. Letztes Jahr haben wir ja Schnee länger gehabt. Ne. Dann wird das. Das wird wohl die zweite Streife sein. Joa. Was passt. Mit einem Blitzer-Mobil unterwegs. Mit dem Schnee. Ich frag mich, ob die Leute wirklich schneller fahren. Jetzt im Schnee fahren ein paar Autos schneller. Wird dann sicher lustig, wenn Leute ihr Auto vielleicht unterschätzen und Vollgas geben und dann mit 300 durchblättern. Dann, ähm, ja. Ich verlange heute mehrere Führerscheinabnahmen. Ich hoff's zumindest. Hat er sich hier? Der roter Streifen, ne? Oh, ist das noch durchgehend? Mein Gott. Äh. Erst ein paar Zentimeter mit roten. Dann lass ich das durchgehen. Als Kennzeichen guck ich mir mal an. Ist zugelassenes. Ten-Eight. Urus Bruno Hartmann. Ist ein Herr Hartmann auf der... Ne. Ein Bergmann ist auf der Fahndung. Schön. Ach stimmt, das Ding hat ja keine Blinker. Ich vergiss das immer. Das Ding hat ja keine Blinker. Damit muss ich erstmal zurechtkommen. Ich blinke nämlich immer. Im RP gefangen. Am Blinken. Blinker-RP. Wenn das ein Auto nicht kann, ist es ein Downgrade für mich. Dann will ich's gar nicht fahren eigentlich. Ey, Jochen, da rochen. Alter, vielen Dank. 25 Euro mit Fies. Was sagst du zu den Cops gestern wegen den, ähm, Highnachtsmann bekommt ihr auf 3.0 Hopnet? Ne, auf 3.0 kriegen wir ja ein, ein eigenes Tablet. Ein komplett eigenes geschrieben, ne? Das ist, äh, für alle Jobs dann zugänglich. Und da kannst du dich halt einloggen und je nach Job bekommst du dann das für dich auftragen, was du halt, äh, anschauen sollst, ne? Das heißt, da brauchst du die ganzen Sachen nicht mehr. Ten vor, bin auf dem Weg. Ist der maskiert? Ne. Tot vor. Hat er mal maskiert. Und, äh, ja, wird, wird nice, wenn das dann soweit ist mit dem eigenen Tablet. Ich bin sehr gespannt, ob das alles so hinhaut. Du kannst dann auch im Tablet natürlich auch die Sachen abfragen, wie, ähm, Kennzeichen und so. Und, ähm, ja, auf der Fahndung steht. Also alles, was wir jetzt haben, das, das PCAD und das, das normale CAD, also das hier, was wir haben, das ist dann kombiniert in einem. Das ist richtig geil dann. Darauf freue ich mich schon. Äh, Dankeschön, Jochen, der rochen. Schön, dass du wieder am Start bist. Vielen, vielen Dank. Ey, Pascal, hey, wo hast du dir Asservatenkammer-Skript her? Das ist selbst geschrieben, Asservatenkammer-Skript. Hat damals Alpha gemacht. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Auf ganz entspannt. Das ist ja performance-technisch nicht das Beste. Deshalb, ich sag, 3-0 wird er besser. Ja, komm, die Sachen richtig schön optimiert rein. So, ich fahre mal zurück. Amadeus, auch ein geiles Kennzeichen. Das checke ich auch schnell ab. Mal gucken, ob alles schon angemeldet ist. Man kann ja nie wissen. Amadeus ist angemeldet. Amadeus ist angemeldet. Mark Leroy-Gips. Warte mal, haben wir nicht so ein... Wait a second. Mark Leroy-Gips. Ich dachte, der wäre da drin. Okay, keine Ahnung, was ich mir gerade gedacht habe. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Kennzeichen 66? Das schaue ich auch noch schnell. Das Kennzeichen 66 ist da hinten. Nee. Was? Die haben alle schwarze Kennzeichen. Sicher eine Gang. Alle Weiße auch so schwarze Kennzeichen. Irgendeine Gang ist das. Eine Gang, die wir noch nicht kennen. So, auf geht's. Mit unserem Blitzy-Mobil sind wir wieder am Start. Ich freue mich drauf. Im Schnee blitzen. Ja. Ich dehe Polizisten blitzen. Auch im Schnee. Na, Carsten. Karl-Heinz wird in einem Monat 14 Jahre alt. Nutzt das noch aus. Na, wir werden einfach beantragen, dass wir für mal 13 bleiben. Ich will mit Karl-Heinz nicht viel zu werden. Das passt nicht. Karl-Heinz darf niemals in die Pubertät kommen. Das geht nicht. Das können wir nicht machen. Was ist das, glaube ich, Spinn? Vor allem 13 ist eh schon viel zu alt für Karl-Heinz eigentlich. Viel zu alt für Karl-Heinz. Oder nicht. Stoffel ist hier am Start. Stoffel. Danke für 99 Cent. Ja. Das schmeckt. Matthias Flasch. Flaschmann, doch. Oder Flachmann? Nee, Flaschmann. Ich freue mich auf einen guten Stream. Sag mal, wann ist mal wieder ein Bewerbungszeitraum? Ich weiß es noch nicht. Ich schätze vielleicht für 3-0 erst wieder. Ich glaube, erst wenn 3-0 da ist, dass wir wieder eine Bewerbungsphase machen. Ja, Spielerzahl ist okay. Ich bin happy, so wie es jetzt ist. Jetzt haben wir 115 Spieler online. Es ist gerade relativ stable, muss man sagen. Also, ich bin derzeit so zufrieden, dass ich sage, ich mache erst wieder 1-up-3-0 auf. Bin ich ehrlich. Vor allem ist es keine schlechte Idee, weil wir mit 2-0 derzeit so viele Probleme haben. Uiuiui, 143 im Dings. Das ist im 100er geblitzt mit 143, ist auch nicht schlecht, ne? Kingford, Hd6 mit dem Kennzeichen. T-E-N-E-I-G-H-T. Schön, dass mir der Kopflosenritten reingefahren ist. Hn-8 hätte ich auch durchgegeben. Bruno Hartmann, ich schaue mal, ob der Bruno drinnen sitzt. Ich bin der Detailant. Guten Tag. Ich bin der Detailant. Ich gebe mal bitte den Führerschein. Da drinnen waren 100.000 mit über 140 geblitzt worden. Oh, okay. Jawohl. Bitteschön. Bring dich wieder bei Ihnen, ja? Jawohl. Der Bruno Hartmann ist das. Ich schaue mal Bruno Hartmann. Aber öfters gerne schnell fährt, ist die Frage, ne? Ah, noch gar nichts. Beihilfe zum Mord hat er aber schon. Beihilfe zum Mord, der Bruno. Aber sonst komplett clean eine Akte. Komplett clean, der liebe Bruno. Na gut, da kann man nichts sagen, ne? Das, lieber Bruno, da gibt es nur einen kleinen Weithausi gibt es dann. Gut. Pass, gehen Sie mal zurück. Oh, besten Dank. Wussten Sie das, dass hier 100 drin ist? Pfff. Ich sag mal nein. Er ist mir ein Schild davor. Und ich kann Ihnen sagen, so die meisten Tunnel, wo Sie fahren, ist meistens 100. Wenn Sie gegenüber fahren, bei der Militärbasis, da dürfen Sie auch eine 100 fahren. Wenn Sie in der Stadt fahren, gibt es auch einen Tunnel, da ist auch eine 100. Also Sie können sich so circa merken, vor jedem Tunnel steht ein 100er Schild. Wenn 130 ist einfach viel zu schnell, ist, ne? Ah, gut zu wissen, aber vielleicht war das einfach zu schnell und ich habe es deshalb nicht gesehen. Mhm. Alles klar. Ich weiß, das geht mir nichts anderes, was arbeiten Sie denn? Weil Sie haben vorhin, standen Sie da zu viert mit Leuten und Sie haben alle so, da ist so ein schwarzes Känzern und alle weiße Autos. Sind Sie irgendwie eine Firma? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Für Eiscreme oder sowas vielleicht? Keine Ahnung, was Sie meinen. Nee, nee, weil Sie standen vorhin alle zusammen, ich habe mir gedacht, vielleicht sind Sie eine große Firma, die irgendwie Eis herstellt oder so. Wo stand ich denn? Also ich komme gerade aus dem Bekleidungsgeschäft, ich habe mich gerade nur eingekleidet. Ach, nee, 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 ah ja, sie waren, ja, ja, das schon. Nee, wie gesagt, ich dachte, in Palitur, da standen so viele weiße Autos mit so schwarzen Kennzeichen, ich dachte, Sie gehören da vielleicht dazu, ne? Gut, aber ich denke mal, bei der Jahreszeit davon jetzt viele weiße Autos. Ja, das kann sein. Rechnung haben Sie noch offen, ne? Vier Stück, wenn Sie die bitte bezahlen könnten, wäre das von Vorteil. Verglichen. Dann wäre es ganz gut, wenn Sie meine Rechnung auch bezahlen könnten, dann können Sie gleich weiterfahren eigentlich. Dann bitte ein bisschen langsamer in den Tunnel fahren, da steht überall ein 100er Schild meistens davor. Ich merke mir das, Tunnel 100, das passt dann. Perfekt, gut, wünsche ich eine schöne Weiterfahrt und fahren Sie vorsichtig, ne? Na klar, Sie eh so. Alles klar. Gut. Ciao. Wiedersehen. Ging vor, Teddy Six Bandit. Das hat mich jetzt hart getriggert, dass mir der Kopflose hinten rein gemedalt ist mit so einem Speed. Unglaublich, ey. Ich habe, ich habe immer nett gefragt, ob er dazu gehört, weil die sahen so aus wie so eine, die wurden alle kalt angezogen, äh, Jahreszeit. Weil eine weiße Auto schwarze Kennzeichen, das ist dann so vielleicht eine Eisfabrik. Im Eiswunderland arbeite ich. Ich arbeite im Eiswunderland. Guck mal, die, äh, die, äh, ALPR geht nach hinten. Das Auto ist perfekt für den Job. Blitzt genau nach hinten, das Ding. So. Ah, das ist schön, mal wieder hier zu blitzen. Das ist so mal ein schöner Spot. Vor allem jetzt zu Weihnachten. Möge ich das an, wie schön es hier ist. Hier vorne, macht der Hunderter, macht er zu. Und wir blitzen hier schön rein. Ja, schön. Richtig schön. Victor 10, letzter Dispatch für Sie. Ja, Victor. Etwa. Ich habe schon irgendwas noch nicht vorgelesen. Lass mich gucken, lass mich gucken. Der Ocelot wurde vorgelesen, das ist für NBK. Sven haben wir vorgelesen. Der Dank, der, äh, Donkey. Äh, 8,9, 2 Dank für 1,07 Cent. Der Nick Liesmann ist auch hier am Start. Vielen Dank für deine Doni. Luca Gövert haut auch raus. Und der Johnny 1,07 haut. Da kommt ein 20 Superchat raus. Vielen Dank für ein 20 Superchat. Und er schreibt nichts dazu, der liebe Johnny. Freut mich. Ey, wo hast du, äh, das, also das habe ich auch vorgelesen. Ich auch in der Roche mal vorgelesen. Ähm. Das Sanyaini. Ab heute Geburtstag. Was besseres kann man sich nicht wünschen, als das dir erzählt. Kennst du mich noch? Ach dieses, kennst du mich, das ist so schön. Aber deinen Namen kenne ich noch. Dann alles Gute zum Geburtstag auf jeden Fall. Alles Gute für dich. Geschenk gibt es heute nicht. Ich hoffe, du wirst gut beschenkt. Das ist der Sound, aber ich spende. Ich hoffe, du wirst heute sehr gut beschenkt. So, Pascal Cain. Vielen Dank für deine Streams. Die motivieren mich immer. Im Dienst. Im Dienst. Einfach echter Polizist im Dienst. Schaut Xyren live. Ja. So, Matthias. Flachmann. Da habe ich euch schon vorgelesen. Na ja. Das habe ich vorgelesen. Ich habe vorgelesen. Handy, das Play noch nicht. Danke für den Euro. Vielen Dank. Oh, und Dankeschön, Marc Pumpe. Ne, Marc Pumpe. Marc Pumpe für fünf Mitgliedschaftsverschenkungen. Vielen Dank. Hatte ich hier gerade fünf Mitgliedschaften ausgewubbelt. Kannst du mal was anderes anziehen? Ja, Blacklight, ich ziehe mir heute was anderes an für dich. Nur für dich, okay? Mach mal gleich. Ich glaube, das stört gar nicht so krass. Was könnten wir so im Stream einfach drin lassen? Also, da ist die Antwort. Gott sei Dank habe ich das Ding noch. Ich habe es nicht rausgelöscht aus meinem OBS. Also, da sind die Fragen immer beantwortet. Ach, ich beantworte sie gar nicht mehr. Ich mache einfach nur so. Ich klicke einfach da drauf. Zack. Dann können Sie es lesen und dann macht es wieder zu. So. So machen wir das. Ne, stört gar nicht. Nein. Ganzes Film drin lassen. Irgendwie kommt da gerade keiner mehr. Ja, ich glaube, ich ziehe mich mal um. Wenn keiner kommt, komm, wir ziehen uns mal was Schickes an. Wir sind ja gleich hier um die Ecke. Dann ziehen wir uns mal was schön Weihnachtliches an. Was frisches, Neues. Das ist der Sound, der Bespende. Der Alex. Der Alex Schmidli. Oh, da ist ein Anhänger mitten auf der Straße. Perfekt. Kannst du mich grüßen? Auf einen guten Stil. Ich grüße den Alex Schmidli. Natürlich. Pascal. Keiner mal. Der Ehrenrettungsdienst. Achso, ich dachte schon bei der Polizei. Guter Team Reckungsdienst. Einfach gut mit Perfekt. Prüß, Prüß. So, ähm. Kanis Lupus. Das könnte ein Zauberspruch sein von Harry Potter. Danke für einen Euro. Aber allerhöchstens Victor 17. Team Becker auch dabei. Danke für einen Euro. Und Shadow. Moin, wie geht es dir? Sehr gut. Ich hoffe, die auch mal lieber Shadow. Shadow auch wieder am Stüssel. Victor 17 mit H1. Victor 17 von King 26. Ich fahre ein bisschen zu schnell, ne? Victor 17, höre. Hast du eine Air One? Positive. 10-4, dann bitte noch einmal den Co-Piloten suchen und am folgenden 10-20 mal etwas großräumiger absuchen nach Fahrzeugen. Ist ein Wildschwein einfach? Ja, 10-4, Co-Pilot habe ich schon. Ist ein Wildschwein? Ich glaube es nicht. Dann ziehen wir uns was schickes an. Was weihnachtliches haben wir gesagt, ziehen wir uns an, gell? Was weihnachtlich ist, schau mal. Was würde gut aussehen als Undercover-Cop? Komplett Undercover könnte ich halt auch machen, ne? Das wäre eine Möglichkeit. Also das habe ich schon echt lange an, das Outfit hier mit dem Police hinten drauf. Oh, es gibt ja noch das Outfit hier, aber das ist halt nicht gerade weihnachtlich. Ja, ich zieh mir sonst mal was vielleicht zivilmäßiges an. So ein ziviles Outfit einfach auf Ehre angelehnt, so wirst du. Ich will halt auch nicht aussehen wie jemand der, ich weiß nicht. Ich will auch nicht wie der Weihnachtsmann aussehen, um das geht es mir gerade eher. Das sieht nicht aussehen wie ein Weihnachtsmann. Hey, ein flüchtiges Überfall. Ein Überfall? Ne, Arme brauche ich mal andere. Warte, warte, Arme. So, das machen wir erstmal so. Oberteil weiter gucken. Das ist das Sound auf der Spinde. Okay. Schau mal, wenn ich sowas anziehe, lacht mich doch der nächste Aussicht an, in so einem Weihnachtspulli. Boah, Alter, damit, oi, oi, oi. Ähm, okay. Aber das hier würde ich auch... Naja, das passt doch nicht zum Weihnachtsausschiff. Ich brauche was, was zu der Zipfelmitzen passt. Irgendwas, was da dazu passt, gut. Aber ja, find erstmal was, was da dazu passt. Ey, 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 ey. Oh, ein echtes Polizist. Wie, wie würde sich ein Polizist zu Weihnachten anziehen? Normal. Ohne Zipfelmütze. Habt ihr schon mal einen Polizist mit Zipfelmütze gesehen? Ne, habt ihr nicht. Das ist, glaube ich, das Problem. Und jetzt suchen wir ein Auto, dass das dazu passt. Aber dann sieht das halt echt aus als rechter Weihnachtsmann. Kann ich auch nicht machen. Hm. Also mit der Jacke hier? Ist die in... Ne. Fühle ich nicht so. Echtes Polizei-Outfit. Ja. Ne. Ist... Ist schon schwer. Ist schon schwer was zu finden. Ist schon schwer. Ist schon schwer. Und vielleicht so eine Weste drüber? Ne. Ne. Fühle ich jetzt nicht so. Ja, Bigfoot. Erstmal Bigfoot-Outfit anziehen. Warum auch nicht. Okay. X-Ray-1. 10-15. 10-19. State Prison. Die Lederjacke würde ich mal fühlen. Ne. 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 Ich würde mal so eine richtig geile Lederjacke würde ich mal fühlen. Ne. Das wäre... So Polizisten trage ich ja oft so Lederjacken. Oder? Ist ja sowas. So was würde ich mal fühlen. Ich glaube ich... Ne. Wobei das ist nicht ganz das was ich will. Irgendwo gibt es so richtig geile Lederjacken zum drüber ziehen. Na die nicht. Die sieht kacki aus. Soll ich bezüglich der anständen Prüfung hoch zum Academy Gelände fahren? Auf der Suche nach einer Lederjacke. Das wäre perfekt. Lederjacke. Das Cop ist perfekt. Es verzögert sich alles aufgrund der aktuellen Sachen. Ich map mich nochmal. Jetzt einfach. Ich suche glaube ich jetzt drei Stunden an der Lederjacke. Perfekt. R1 für King14. R1 hört. Ja, ich bin jetzt ansprechbar. Das ist nicht vor Ort. Einmal Wechsel auf gesicherten Funkkanal 1.03. Wobei, warte. Die wäre auch geil die Jacke. Die würde ich feiern. Aber es hat keine Lederjacke. Irgendwo gibt es eine richtig gute. Aber ich weiß nicht wo sie ist. Die hatte ich mal als Rumpe glaube ich an. Das mag Rumpe war die mal drauf. Aber... Ist die hier? Die hier ist es. Die... Ja das ist sie. Das ist so ne... Also... Ist nicht mal ne richtige Lederjacke. Ist so ein Lederhudi eher. Den wollte ich haben. Das sieht mal gut aus. Perfekt. Rose vielleicht mal was helleres. Nicht immer das die dunkelste Hose nehmen. So ne Jeans halt nochmal. Ne wobei. Na doch. Nemal schwarze Schuhe. Ja ich glaube das nehme ich. So... So fühle ich das. So fühle ich das wirklich. Jetzt habe ich nur kein... Ah doch habe ich noch. Ich habe hier noch die Sachen. Ah du wurdest ja gestern von mir ausgebildet. Aber am Gürtel fehlt... Mein Gürtel fehlt halt jetzt komplett. Ich muss... Ja ich muss da... Gucken wie ein Gürtel. Das wäre Untershirt ne. Ne nicht Untershirt. Kette? Ja Kette ist es glaube ich. Angle 28. Back 10 8. Brauchst du eine Abholung beim Oceans? Ne wait a second. War nicht das. Das ist wirklich am Gürtel hier. Die äh... Ich meine jetzt sehe ich das nicht. Weil ich so äh... Es wurde extra dann. Ja muss ich gucken. Sonst ziehe ich mir so ne Weste noch drüber. Wäre auch cool. Aber Gürtel kann ich mir nicht anziehen. Not möglich. Ich ziehe ne Weste drüber. Passt schon. Ich ziehe Westen drüber. Glaube... Na? Ja die passt. Die nehme ich. Nicht so easy. Nicht so easy was Gescheites zu finden. Aber so fühle ich das. Doch so fühle ich das jetzt. Extra 5. Ja fühle ich das wieder umgedingst. Perfekt. So Police. Wir haben sogar Homeland. Vielleicht gesehen dass wir das auch als Homeland haben. Heftig. So passt. Kauf bestätigen. Ja. Speichern brauchst nicht. Und... Wie ich die Weste auch ausziehe. Ist das schön da dran. Oh ne warte ich hab... Ich brauch ne andere Untershirt. Ach ne. Auch ne andres Untershirt. Hose nehme ich doch ne andere, ich nehme doch ne schwarze. Untershirt, ja. Ne oder, oder ne anderes Oberteil? Ne ich brauche oben irgendwas, das das hier schreit abdings. Da ist das kompliziert ey. Oder andere Arme. Ich seh, ich schau mal, da oben kann man reingucken, das geht's mir gerade. Was ist jetzt die richtigen Arme vorhin? Die hier müssten das jetzt gewesen sein, ne? Oder? Ne. Mann, Alter, ich brauch doch nur die richtigen Arme. Wer hätte gedacht, dass das so kompliziert wird, ein gescheites Ding zu finden, also ich nicht. Die hier müssten es jetzt sein, das sind sie. Ja, jetzt ist das Richtige. Ja, Kauf bestätigen, nein, so. Jetzt schauen, check, check. Ja, sind die richtigen, ich hab die richtigen Arme gefunden. Sieht aber ein bisschen blöd aus, finde ich, weil... Ja, ich war... Irgendwie fühle ich mich gerade blöd. Eine Brille bräuchte ich noch, ne? Eine Brille wär's noch. Aber irgendwie finde ich das... Jetzt hab ich wieder die... Jetzt hab ich wieder die normale Hose an. Könnte ausrasten. Und andere Hose. So, ja. Ja, bleib doch komplett in Black gekleidet, so. Und jetzt brauch ich noch ne Brille, dass ich richtig cool aussehe. Oder hab ich noch ne Brille? Let me see. Ähm. Jo, besser als davor, oder? Halbwegs, passt schon. Jedenfalls hat man nicht mehr dasselbe Outfit, einfach so sind sie mal anhanden, passt schon. Nur ein bisschen, ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen kalt kommt halt oben rein, ist das Problem. Bisschen kalt. Aber passt schon. Hab schon schlimmeres gesehen. Bei mir, was da grad hochgegangen ist, da war übelst laut gerade. Das ist auch gehört, irgendwas ist da grad richtig hochgegangen. Kocher. DRG 528. Der Effekt, nicht angemeldet, nicht versichert. Ist meistens bei Kochern so, das hab ich grad geguckt. King 22, kurz. Koki. Den hatten wir an. King 4, TG6, mit dem Kennzeichen WRG, Leerzeichen 528, Fahrzeug nicht versichert. King 26, John 6, Ermittlung aus der Funk. Guten Tag. Guten Abend. Gib mal bitte den Führerschein. Ja. Wissen Sie, dass hier Fahrzeug nicht versichert ist? Naja. Also ich hab's gehofft, dass ich's angemeldet hatte. Aber wie es aussieht, dann ist es nicht so. Mit einem Nissan mit dem Kennzeichen vor mir. So, einmal meinen. Ja. Ich glaube, ich steig mal kurz aus vom Führerschein übergeben. Ähm, müssen Sie nicht. Dann ist okay. Können Sie auch so machen. Oder bin ich da. Sehen Sie den denn? Weiß, wenn ich hier bin? Probieren Sie es mal. Jetzt, jawohl. Ja, ähm. Erscheinen. Korrekt. Ich bin gleich wieder bei Ihnen, ja? Ja. Tja, da bin ich jetzt aber vorsichtig mal durchkontrolliert. Hab das Kennzeichen? Nicht angemeldet, dass das Fahrzeug ist auf ihn angemeldet. Also nicht auf ihn angemeldet, dass das sein ist. Rickschein. Sicher nicht Rickschein, ne? Doch, hä? Was habe ich denn falsch eingegeben? Das ist vielleicht bloß ich wieder vorne den Großschreiben. Eieiei, zehn Monate bis Währung hat er noch. 21.11. Ja gut, ist schon ein bisschen her. 10 Monate? 10 Monate? Ach so, zehn Monate werden... Egal. Aufgrund einer Prüfung gleich negativ. Endbar. Also Weapon hat er die Lizenz, Hunting hat er auch, passt. Ich werde ihn mal bitten auszusteigen, dann muss er das Fahrzeug jetzt abschleppen lassen. Linken 32 und Rookie 2, wir lassen Adam 32 und sind 10-8 in der City mit einem Schlosswagen. So, dann kriegen Sie den Führerschein wieder. Dankeschön. Problem ist, wir müssen das Fahrzeug jetzt abschleppen lassen. Okay, genau. Wir müssen es niemanden holen, der Sie abholt, dass wir das Fahrzeug hier irgendwie angemeldet bekommen. Weil weiterfahren dürfen Sie so nicht, ne? Alles klar, dann würde ich mal ganz kurz punkten, ob das jemand abfüllen kann. Ja, dann packen Sie das Auto hier irgendwo im Parkplatz hin. Dann melden Sie es an und am besten Sie rufen mich dann persönlich an und dann kann ich nochmal abchecken, ob es angemeldet ist oder nicht. Ja. Dann gehen Sie mal durch, wenn Sie es halt angemeldet haben. Ja. Sehr ganz gut. Alles klar, dann möchte ich einmal die Nummer. Das kann ich schon gerne geben. Warten Sie mal, zack, zack. Wolltest du was zum Mitschreiben? Ja, ich tippe das gleich auf mein Handy mit ein. Die 800 718 22. Ja, aufgrund des 2D-Prinzipes, das Wortkartig ist. Jawohl, ich hatte ein Anruf von Ihnen, passt. Perfekt. Rufen Sie mich dann am besten an oder Sie schreiben mir. Wenn Sie es dann angemeldet haben, dann kann ich es nochmal durch den Polizeicomputer jagen und dann weiß ich, dass Sie es angemeldet haben. Alles klar, und Ihr Name war nochmal? Sie brauchen meinen Namen dafür. Kann ich Ihnen dann auch gerne sagen, Rumpa. Officer Rumpa können Sie auch gerne angeben. Officer Rumpa, alles klar. Genau. Ich habe eine Frage an Sie, wenn Sie jetzt... Rumpa 22 für Rumpa 23. Ja, perfekt, jetzt habe ich die Frage vergessen. Perfekt, das ist wieder so ein Konzept. Hab ich gehört. Nee, genau, ich wollte Sie fragen, wie lange brauchen Sie? Also wenn der jetzt herkommt, Sie fahren direkt zur Anmeldestelle, oder? Ja, genau. Einen Moment, ganz kurz. Ich funke ganz gut. Jawohl. Könnte mich jemand jetzt abholen, hier Graves, die Tankstelle, und mich dann ganz schnell zur Fahrschule fahren, dass ich mein Fahrzeug anmelden kann? 10 Davids, wait, attend. 10 Davids, wait, attend. Wann seid Ihr dann hier? Bist Du noch beim Gericht, oder kannst Du jemanden mitnehmen? Aktuell sind zwei Davids-Einheiten beim Gericht und vier Davids-Einheiten sind auf der Straße unterwegs. Fünf Minuten, alles klar. Check, kannst Du wirklich mitnehmen? Perfekt. Ähm, schwierig, weil wegen... Ähm, Herr Officer, ich würde dann einmal kurz das Fahrzeug neben ein Geländefahrzeug der Händen stellen. Gerade, nur mal ganz kurz. Nein, nein. Ja, ich hätte jetzt halt so ein bisschen, weil ich jetzt in den Besitzenden 2.000 Dollar. So, ähm, das wäre mal 2.000 Dollar, das wollte ich nochmal schnell ausstellen, wenn das möglich wäre. Achso, ja, klar. Nimm mal's gucken, ähm... Ich habe noch ganz viele unbezahlte Rechnungen, dann können Sie sie bezahlen, können Sie begleichen, geht das? So, ja, ja, das dauert aber einen ganz kurzen Moment. Ja, ganz kurz, ich sehe gerade, wie viel offen ist bei Ihnen gerade. Äh, ich glaube 151 noch, so. Pfff... Ja, ich habe das Gefühl, dass das Kocher sind. Ähm, die machen anscheinend... Ähm, die machen anscheinend... Ja, ich würde das dann hinter dieses Geländefahrzeug stellen. Genau. Du kannst es doch bei mir am Haus abstellen, so ist es nicht... Naja, ihr darf nicht mal auf öffentliche Straße damit fahren, ist das Problem, was nicht angemeldet ist. Äh, okay. Also, dann wäre ich dafür zuständig, wenn da ein Unfall passiert, bin ich dafür verantwortlich, ist ein bisschen blöd dann. Also, am besten hier auf Privatgrund sind wir jetzt gerade. Ähm, einfach hinten ran stellen ans Auto. Alles klar, das ist doch echt dann mal fix. Also, da haben Sie das Glück, dass Sie da rangefahren sind, weil sonst hätten wir es abschleppen müssen, wenn wir jetzt mitten auf der Straße gewesen. Oha, nochmal Glück am Unglück. Nochmal Glück gehabt, ja. Gehören Sie zu einer Firma oder so? Das ist doch schon der zweite Urus, den ich sehe mit schwarzen Kennzeichen und dem Weiß, aber... waren alle gerade den weißen Urus mit schwarzen Kennzeichen. Ganz, ganz lustig. Ich glaube, jeder gefühlt fährt jetzt weiß rum. Mhm. So, ähm, dann würde ich dann gleich durchrufen, sobald das Fahrzeug angemeldet wurde. Perfekt. Wie gesagt, ich suche uns, nach 20 Minuten gucke ich nochmal. Mhm. Wenn Sie nicht angemeldet sind, rufe ich Sie nochmal an, aber wenn Sie sagen, es ist angemeldet, dann schaue ich Sie nochmal nach, dann passt das und können Sie dann wieder fahren. Alles klar. Okay, alles klar. Auf jeden Fall, Pärchen. Dann schönen Abend noch, ciao. Jedenfalls, schönen Abend, ciao. Tschüssi, müßi. Tschüssi, müßi. Ach, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Ging fort, in der sich's beendet. Tja, da haben wir gerade geguckt. Die können doch alle sehr zusammen, die Jungs und Mädels, oder? Die machen hier fett Koffer-Action, bin ich mir sehr sicher. War das schon sehr auffällig. Das ist hier mit den Urussen. Ja, zweiter, die haben alle, und die sind ja alle vorhin gestanden, ne? Urus, alle zusammen gestanden. Dann dieser Koffer jetzt, und die holen den ab. Also es macht schon irgendwie Sinn, dass die jetzt alle fett kochen fahren. Ja, wir sollten vielleicht unsere Autobahnstreife später vielleicht nochmal verlegen, als, ähm, Zivilstreife und auch Kocher suchen. Weil es ist jetzt das Kochevent, in dem Fall, weil ja alles irgendwie neblig ist. Man sieht ja nichts. Das heißt, die Kocher werden jetzt sehr schwer gesehen von der R1. Was natürlich für die Leute wie ein Weihnachtsgeschenk ist, kann man so sagen. Weil du kannst halt kochen, oder dass man es direkt von oben sieht. Und das gibt es halt einmal im Jahr, und da haben sie das Glück, außer es nebelt mal. Aber einmal im Jahr ist halt Schnee, dann siehst du es halt nicht, wenn irgendwo wer kocht. Das ist halt das Ding. Aber schauen wir mal. Oh Mann, ach. Inkel, 28 Meter Frage, wurde mein Explorer unten im Tunnel abgeschleppt, oder wie sieht es da aus? Wo sind die? Davor, danke. Ich werde immer ganz gechillt da vorne hinstellen am Walmart, habe ich letztes Mal, äh, so viel, ich glaube, zwei Führerscheinabnahmen habe ich da gehabt. Mein Ziel ist es ja irgendwann mal, meinen Führerscheinabnahmenrekord zu brechen. Das waren vier oder fünf on-flieg einfach. Das war beim Tunnel hinten. Kannst du dich noch erinnern? Ich habe vier oder fünf Leuten den Führerschein einfach abgenommen. Richtig heftig lustig. Link, könnt ihr halt weg, bitte. Muss ich gucken, ob das klappt. Aber wenn sie alle kochen sind, dann muss ich mal gucken, ja. Dann kannst du dir die Rechnung von dem Täter wiederholen. So. Gehe ich mir mal hier so hin und schau mal, ob wir ihn geblitzt bekommen. So, Lukas Gaming, frohe Weihnachten euch allen und bleibt gesund. Vielen Dank, Lukas Gaming. 25 Euro schallert heraus im Superchat und wünscht uns allen frohe Weihnachten und eine schöne Gesundheit. Perfekt. Wünsche ich dir dann ebenfalls lieber Lukas. Ähm, Prankmasters, 166. Kannst du mich am besten Kumpel Leon grüßen? Gucke dich schon seit sechs Jahren. Grüß mal den Leonen, Prankmaster. Gibi, Kocher auf dem See hochgegangen. Ja, das könnte sein. Das könnte sein. Irgendwas ist, aber stimmt, wenn was hochgeht, ist es ja meistens ein Kocher. Stimmt eigentlich, aber daran habe ich jetzt nicht gedacht. Aber am See, es ist schon möglich, am See zu kochen. Das stimmt schon, ja, ja. Ich werde mich später vielleicht eh mal auf die Suche machen, noch ein paar Kocher. Weil, äh, ja. Aber die Explosion hätte auch überall sein können. Es hätte nicht am See sein können. Außer du warst das vorhin. Du bist jetzt offline gegangen. Nee, aber es hätte auch von hier oben sein können. Weil die Explosion hörst du ja über alles, ne. Aber ich hatte, ich habe zuerst gedacht, vielleicht wäre es hier am Flugplatz. Da fliegt manchmal ein NPC-Flieger hier rum. Und oft fliegt der gegen so einen Baum. Und dann stürzt der ab und dann clasht es auch so da hinten. Könnte also auch theoretisch ein Flieger gewesen sein. Kann alles sein. Noah, sieben, danke für den Euro. Tobi, heute auf Arbeit. Ich, Flugstunden vorm Dach. Begegnis, Krankenhaus mit diversen Knochenbrüchen. Ach, der Arme. Danke für den Stream-Mund hat auch frohe Festtage. Oder Tobi. So armer. Ich wünsche auf jeden Fall beste Gesundheit. Einfach vom Dach gefallen. Flugstunden vorm Dach. Na, immer nimm das mit Humor mit Flugstunden vorm Dach. Na, arme Tobi. Alter, aber ey, vielen Dank. 51 Euro einfach rausgehubelt. Einfach Schweizer. Schweizer Franke 50. 50 Schweizer Franken sind schon 51,02 Euro. Ja, da kommt keiner. Soll ich mal in die Stadt blitzen gehen, Richtung Hauptplatz? Wäre auch mal geil. Dafür bräuchte ich halt keine Highspeed an sich. Oh, da kommt wer. Da kommt Beute. Da kommt Beute. Bin dabei. 195. Oh, das Konstanz hat sich nicht durchgesehen. Ja, jetzt bin ich's ab. Das ist der Sound auf der Spende. Tobias Wagner ist nicht auf der Farm, oder? Versichert auf Tobias Wagner. Was ist das? Weck der 10, 10, 15. Guten Tag, guten Abend. Gehen wir bitte ins Führerschein. Hallo. Wie her? So weit. Bin vor. Vielen Dank, ich bin ich wieder bei Ihnen. Bitte schön. Ja, ja. Mit das wird für den Herrn Wagner nicht guter ausgehen. Mit 100. Mit 190er. 190er sagt vorn der Herr Wagner. Das gibt's ja gar nicht. So, wo waren wir jetzt? 100. Wagners. Herr Tobias Wagner. Oh man. Hanfanbau, Großmengen. Mehr hat er nicht auf der Kerpold. Schön. Fast. Dann kriegt er eine 3.000 Dollar Strafe ausgestellt. Da frage ich mal, wie schnell er hier fahren darf. So, kriegen Sie Ihren Führerschein wieder. Wissen Sie, wie schnell Sie fahren dürfen hier? Okay. Äh, 130 glaube ich. Ja. Aber warum machen Sie es dann nicht? Ja. Ich habe ein bisschen einen Stress. Einen Stress? Wo musstet ihr denn hin? Auf dem Weihnachtsmarkt. Auf dem Weihnachtsmarkt. Haben Sie so einen Stress dorthin zu kommen? Der hat den ganzen Tag geöffnet. Der Weihnachtsmarkt hat 24.7 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt. Das wissen Sie schon, oder? Ja, ja. Aber ich bin ja Stunden zu spät. Ich stelle mal eine Rechnung aus in Höhe von 3.000 Dollar. Sie sind mit über 190 Kammer geblitzt worden im 130er. Das wäre dann einmal bitte zu begleichen, wenn möglich. Und ähm, dann hätte sich das, ne? Das ist der Sound, oder? Ich spende. Gut. Bezahlt haben Sie, ne? Ja. Das ist... Ja, wie gesagt, zum Weihnachtsmarkt geht es auch mit normalen 130. Da muss man nicht rasen. Vor allem, wenn Sie dann hier, wenn es hier vielleicht irgendwo eisig ist, vorne auf der Straße, was schon passieren kann. Dann rutschen Sie mit Ihrem Auto weg, dann kommt ein Abstepper, kommen Sie ins Krankenhaus, dann wird es ein bisschen länger dauern. Und solange wir das Gespräch haben, könnten Sie mit 130 schon längst im Weihnachtsmarkt sein. Rookie 23 schließt sich Adam 32. Gut. Wir möchten hier eine Stelle weiterfahrt und fahren Sie vorsichtig und langen Sie mit 130, ne? Ja. Alles klar. Gut. Bitte. Ciao. Ebenfalls. Unmöglich. Fährt er da mit? Mit, mit. Zu einer Geschwindigkeit. Das ist ja unglaublich. Wie ist das hier? Was macht er denn? Muss ich jetzt belehren, dass er am Standstreifen nicht anhalten darf ohne Grund? Na, ich, ich, halte mal an. Hallo? Ja. Fahrt doch mal rechts ran. Ja. Immer rechts ran. Gibt es einen Grund, warum Sie am Standstreifen stehen? Ja, wenn ich telefonieren darf. Darf man am Standstreifen stehen, wie man telefonieren muss? Am Pannstreifen? Naja. Naja, besser als ich fahre. Ne, aber eigentlich nicht erlaubt. Ne, dann müssen Sie eigentlich zu einem Parkplatz fahren und dort telefonieren. Oder Sie holen sich eine Freisprechanlage. Okay. Ja. Gut. Dann schöne Weiterfahrt. Dann suchen Sie den Parkplatz, dass Sie telefonieren müssen. Ja, passt. Jawohl. Ich bin so ein richtiger echter Polizist. Belehrt. Leute. Im Straßenverkehr. Das ist der Pannenstreifen. Nicht zu befahren ist, wenn man telefonieren muss. Ich darf aber. Ich darf. Ich bin Polizei. Ich habe jetzt keine Zeit zum Parkplatz zu fahren. Natürlich. Guten Tag. Es scheint hier. Ich wollte nur mitteilen, dass das Fahrzeug jetzt angemeldet ist. Jawohl. Ich gucke nochmal. Was wollen wir machen? Ihr Kennzeichen? Ähm. Boah, ich habe gerade keinen, ich glaube HGR oder irgendwie so. Genau, HGR. Ich gucke es nochmal auf der Dashcam nachher, sehe ich es gleich. Ich habe es mir leider nicht gemerkt. Ich habe das Kennzeichen Standard nicht verändert. Ich habe es so ausgeliefert bekommen. Das war WRG 528. Jawohl. Kennzeichen ist WRG 528. Das ist angemeldet. Perfekt. Ja schön. Gut. Auf Wiederhören. Dann schönen Abend noch. Ciao. Ebenfalls. Ciao. Ist angemeldet, das Ding. Ja Leute, ich darf das. Was? Ich habe ja hier Signale an, ne? Haben. Handstreifen. Ich darf das natürlich. Ich darf auch hier einen U-Turn machen. Zack, zack. Zack, zadab. So. Unterhandfahrer. Geht ja schnell, geht ja schnell. Ah, ist das schön. Der ist 130, oder? Ist er 130 gefahren? Na, ich hoffe es für ihn. Das sieht so schnell aus. Aber ich glaube am Walmart stehen ist echt eine geile Idee, weil hier hast du echt Leute, die einfach denken, hier wird eh nicht geblitzt, weißt du? Und dann blitzt du denen und dann ist der Führerschein weg. Sagen wir mal. Weil hier die Strecke geht halt auch gut. Geht in beide Richtungen sehr schnell, kannst du hier fahren. Na, gucken wir mal. 150. Ah, nicht so schlimm. Dünneren Auge zu bei 150. Ich mach eh alles erster was so ab, ähm, ja ab wann so 170 fange ich dann an mal zu überlegen. 150 ist ja noch relativ langsam beim Straßenverkehr. Wobei es schneit, ne. Da fand ich... Ja, muss man dran denken. Es ist halt... Schnee auf den Straßen. Das darf man nicht vergessen, ne. Gut. Jo, süß des, des Basses. Tschüsse. Muss ich was trinken. Ach, geil. So, der Luki Zermat ist wieder dabei. Begrüße. Begrüße Herr Xion, Fliegermittwoch nach Österreich. Dann viel Spaß dabei. Über alle Fälle. Schon jetzt zu sie, meine Freundin hat vor Zeit am Schluss gemacht. Das fließt mir dann nicht auf. Mal weiter so. Kuss. Oh, Armer. Macht aber jeder irgendwo mal durch. Du bist leider das Leben, ne. Oh, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Der ist sehr schnell. Der ist sehr schnell am Start. Und... 2,27 hinten geblitzt. Mit 2,27. Mit dem Kennzeichen. Jaguar 4. Timborn. Ja. Über 200 geblitzt. Da muss ich gar nichts mehr drüber belegen. Gute work. Tim bitte den Führerschein. Dankeschön. Bin ich wieder bei Ihnen, ja? Ja. Der Timborn. Das ist der Sound. Ich bin ich. Ich bin ich. Jetzt hat mir grad ein Tim Wanger Commander. Da. Also... Er hat einen ausgeschlecht. Der wäre Commander. Kritik als Überträger. Sollte er... Boah. Nochmal. Bla, bla, blub. Das kann man rausnehmen. Der wird im Funkkanal 1. Das ist alt. Check. Der wird mit der Nachfrage, welcher Officer beziehungsweise... Officer ist denn um 20.30 Uhr noch im Dienst? Beziehungsweise wäre noch im Dienst? Warten wir mal ganz kurz. King 4 wäre noch im Dienst. Ja, Tim Fork. Und zwar geht es um folgendes. Um 20.30 Uhr hat der Herr Jason McRaisel eine Gerichtsverhandlung. Und der Staatsanwalt bräuchte einen vor Ort im Gericht, der aussagen kann, dass wir, das LAPD, immer wahrheitsgemäß Antwort beziehungsweise die Wahrheit sagen müssen und die Akten wahrheitsgemäß gepflegt und geregt werden müssen von uns. Könnte ich übernehmen, ja? Ja, Tim Fork. Für Sie nochmal zur Info, um 20.30 Uhr ist dann Verhandlungsbeginn im Supreme Court. Tim Fork. Entschuldigung, ich habe noch etwas abgecheckt. Ähm, sie wurden mit über 200 kmal geblitzt vorhin. Okay. Ähm, die Vorerstattnahme ist es nicht. Aber das ist trotzdem eine Rechner Höhe von 3.300. Sie würden begleichen sollten. Wissen Sie, wie schnell Sie sich hier fahren dürfen? Ja, 130. Ja, genau. Bestrahl haben Sie keinen mehr offen, sehe ich gerade. So. 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 Ich glaube, das ist nicht so gut. Ja. Alles klar. Ich wünsche eine schöne Weiterfahrt. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Jack PC. King Fork hätte ich dich expended. Da ist es um 20.30 Uhr, haben wir noch einen Gerichtstermin. Ist ja geil. Nicht voll dabei. Sehe ich mich um 20.30 Uhr, da sehe ich mich heute. ich weiß also bis 20 30 da bleibe das tue mir erst zeitlich meiner stunde von dem her weiß ich jetzt damit am start sein werde da bin ich mit am start 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 so das unterschritten genau martin wollen wir dann von euro und tommy viola dank fürs mit werden my gaming live hallo ich bin großer fan darf man deinen namen logo auf dem anderen zahl benutzen natürlich nicht uns glauben leute dass das mein server wäre und dann bauen die da scheiße drauf und dann war es das natürlich nicht am besten schaust du dich mal im forum durch wir haben bei uns im forum sogar eine wir mussten wir mussten sowas ist so traurig dass wir das machen mussten wir mussten im forum tatsächlich anpingen mit hinschreiben wegen copyright und so weiter dass man unser logo nicht verwenden darf was ja eigentlich ja eigentlicherweise logisch ist wenn man copyright auf unser logo von real life online und allem pipapo und da gibt es leute die verwenden einfach unser logo für irgendwelche sachen ganz schlimm dann schreiben mich leute und fragen ob ich zum beispiel auf roblox den server bei dem roblox real life online macht das ist ganz schlimm das wäre wie wenn ich jetzt einen laden aufmache und fett gucci draufschreiben würde und dort gucci shirts verkaufen würde ich aber nicht von gucci bin oder ich mache mcdonald's auf fange einfach mcdonald's dafür das logo verwenden dann kann ich nämlich mcdonald's aufmachen und burger verkaufen ich glaube das ist nicht so eine gescheite idee könnte zu problemen führen zur verwirrung der kunden wenn du dann keinen mcdonald's burger bekommst und du kriegst dann einfach das ist nicht irgendetwas vor ersetzt bei der nächsten jüdiger verlor zwei centern hunde waren es auch am start für die hunde wandel und weihnachten stream ich glaube nicht nein und vielleicht ein video mal schauen mehr denn 51 wird grüßt ja wolzen vielen dank vielleicht auch für uns glock 17 kennst du mich noch ja heute natürlich vor weißt du doch aber noch für uns glock oder nicht glock 17 heute und fahren heute die die kopflosen ist das in schnee ist kommt mir vor von die kopflosen das ist immer so jedes mal ja gut hier ihr weiß ich ja hier ist ja eigentlich so nichts los was den verkehr betrifft da kann es auch nicht so schnell fahren ich muss eh tanken fahren der roller passt das schon ihm muss das sowieso danken man sieht halt nicht wo man anhalten muss das war nicht so die frage ein weihnachtsmobil mal auftanken Na komm, na geh, bitte, na geh. Ich würde einen Zauberspruch da sagen, was das Ding angeht, was ich den Zauberspruch auch finde oder so gefühlt. Sandro Maibaum, da muss man alle Regeln, die es gibt, auswendig können. Naja, bei uns ist es so, wenn du eine Regel vergisst, bevor du was angehst, einfach nochmal durchlesen, hatte ich auch schon mal, dass ich gesagt habe, ach scheiße, ich habe eine Regel vergessen und dann guckst halt nochmal nach, wenn du im RP bist, ob du das überhaupt so machen solltest. Hatten wir auch schon öfters. Bevor ich einen Fehler mache, schau euch ins Regelwerk, so mache ich es immer. Ich kann mir natürlich auch nicht alles merken, aber ich weiß so gut wie auswendig unser RLO-Regelwerk gut, aber ich habe es auch selber geschrieben. Aber an sich funktioniert es halt gut, weil die Leute, also wir haben relativ wenig Bands oder Leute, die sich nicht ans Regelwerk halten, ist relativ selten der Fall. Es gibt natürlich so Einzelfälle, wo es halt echt schlimm ist bei manchen Leuten. Wir bleiben aber eh nicht lange auf dem Server, aber es ist auch trotzdem eher der seltene Fall. Der seltene Fall eher. Also ich weiß, was ich machen darf und was nicht. Ich weiß nur, so polizei-interne Regeln, dürftest du das und das Fahrzeug nicht fahren, aber da griffst du keinen Ausfluss oder so, du bist ja von der Polizei gekickt oder geschmissen. Gibt ja internen Regeln auch noch, wie heute RP-technischen. Wir fangen in RP. Die fangen in RP. Jungs. Äh, Hundebande, danke. Dann Damien Schwarz, auch da bedankt von Euro-Tropi mal vorgelesen. Oha Simon haben wir mal vorgelesen, die haben mir mal vorgelesen. Oha, ich hab hier, hab ich das unten hier alles vorgelesen? Da soll ich auch vorgelesen, jawohl. Ich hab so Angst, dass ich ihn übersehen, ne? Da Robert mit 1 Euro und Fees. Man darf ja nicht auf RLO-Streamen, gibt es aber irgendwelche Ausnahmen? Nö. Gar keine mehr. Wir haben gesagt, streamen gar nicht, wenn dann Videos, maybe, bei Leuten, was wir bei Cisco gemacht haben, Cisco mit Videos und so, das ist okay, es geht uns auch darum wegen Meta und so weiter. Je mehr Streamer du auf dem Server hast, desto mehr Meta hast du. Stell dir mal vor, wir hätten, also auf RLO hätte 100%ig 20, 30 Streamer hätten wir jetzt offen. Stell dir mal vor, 20, 30 Streamer, alle in einer anderen Fraktion, dann hast du nur noch Meta auf dem Server. Das ist leider so. Weil die Leute gucken ja trotzdem unsere Streams und ich sag auch immer so, würde ich 107 als Beispiel nicht streamen, dann wäre sehr vieles, glaub ich, anders, weil die Leute ja doch irgendwie in irgendeiner Form Informationen ja irgendwie mitnehmen. Unterbewusst, wisst ihr? Unterbewusst einfach. Dann fährst du vielleicht zwei-, dreimal öfters im Anwesen vorbei, was wir neu hatten. Weißte? So unterbewusst einfach. Und dann passiert's halt einfach. Das ist das Ding, was ich immer so meine. Die weniger Streamer du auf dem Server hast, desto besseres RP hast du. Und das ist einfach so, auch wenn du es unterbewusst machst. Es ist so ein Streaming-Server, ich weiß nicht. Das wollen wir nicht werden. Wir streamen halt nur drauf, was unser Projekt ist. Das habe ich gesagt, Video ist okay, weil bei Video kannst du ja nicht viel, ich sag mal, Stream snipen oder so. Oder halt, ja, Information ist jetzt, wenn so ein Cisco draufstreamt und wir machen einmal da was, dann ist halt auch nicht so, dass da irgendwo drin ist. Sonst sind irgendwelche Informationen drin, die halt schlecht werden, weil der wäre jetzt nicht bei, bei Beispiel beim Kartell oder nicht bei der Mafia. Der wäre dann vielleicht mal bei 1 zu 7 oder bei der Polizei dabei. Aber, das Stream ist immer so das Problemchen. Wenn du halt wirklich auch ein Stream auf bist, ja. Ich bin froh, wir was geregelt haben, muss ich sagen. Der Zocker ist der Beste. Schau dich seit fast 9 Jahren. Kuss. Der Zocker, Maximilian ist halt geworden. Der Zocker ist auch wieder am Start. Mein Hund. Ich hoffe, es geht dir gut. Hätte heute fast an den Kombi zerlegt. Ui. Blitzeis. 180 plus, du Armer. Fast an den Kombi zerlegt. Ja, ich fahr mal auf und ab und guck, ob ich bin geblitzt bekommen mit, äh, mit 260 plus. Das wär schon lustig. Oder ich mach in der Stadt mal ne Runde so Autobahnen auf und abfahrt. Das ist auch immer schön blitzen. Oder am 80er dann bist du dann, ja. Knöllchen hagelt. Gehen wir mal gegen. Jo, ist eklort. Die Kiwara derfen. Oh, jetzt liebe Grüße aus Disneyland. Jo. Jo. Lukas von Burr ist auch dabei. Ich kenn dich noch, ja. Und den Freund bist du es mal auch noch durch. Jawoll. Auch an zu 7.05 Uhr. Echte Polizisten stehen am Bannenstreifen. Und telefonieren. Ja. So ist es. So ist es. Der Max Gras ist auch dabei. Von Euromax. Just a Gamer. Schau aus der Feuerwehrdienst. Zubelüse. An Shandy. Jawoll. Nein, ich war das nicht. Habe das nur gestern mitbekommen, wie dort einer hochgegangen ist. Einmal hochgegangen. Aber der Spot ist an sich aber schlecht, ne. Weil du siehst ja trotzdem, wenn du am Eis kochst, ne. Du fährst nur einmal vorbei, du siehst ja trotzdem, was dabei ist. Also ich könnte, glaube ich, aufs Eis komplett reingucken. Glaub ich. Ja. Biest King. Gerade von der Schule gekommen und freut sich auf jeden Fall. Jawoll. Biest King. Vielen Dank. Biest King 97. Soll ich alles vorgelesen, was es geht, ne. Da wird es keine Kompromisse geben. Niemals. Das wird sich nicht ändern. Wir wollen einfach kein Streaming-Server werden. Das wollen wir nicht. Ich sehe ja die ganzen anderen Server, wo viele Leute drauf streamen, wie es dort aussieht. Da gibt es nur Streit ohne Ende. Das will ich nicht. Das ist etwas, was wir nicht wollen. Wir wollen hier eigentlich gutes AP spielen. Wir wollen, dass die Leute hier Fun haben und wir wollen eigentlich kein Projekt werden, um irgendwie hier Content zu machen, tatsächlich. Wir machen ja hier nur Content drauf, weil uns das Projekt gehört. Und dann lassen wir unsere Freunde noch drauf, die wir gut kennen. Boah, das war es dann halt auch schon, ne. Wir wollen halt kein Content-Server werden an sich. Das ist halt... Weiß nicht. Fühlt sich halt anders an sonst. Vor allem, wenn ich mir denke, wie schlimm dann der Chat wäre, dann können wir dauerhaft VIP-Chat-Only anlassen bei mir, weil selbst wenn Andel streamt, metern die Leute bei mir im Chat rein. Aber volle Kanne, wenn was bei Andel passiert. Ich kriege sogar in Donationskrieg Meter. Alter Schwede. Ne, das würde ich nicht aushalten, wenn wir dann 20 Streamer drauf hätten. Und von allen 20 Streamern bekomme ich was in Chat gemäht. Dann können wir VIP-Only-Chat dauerhaft anlassen, sage ich euch. Das ist dann auch nicht wirklich die beste Lösung. Also... Ist halt... Ja... Es gibt... Es gibt den Grund, warum wir das so machen. Es hat wirklich einen Grund. Und wir haben bis jetzt sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Wirklich. Also... Je mehr Leute gestreamt haben, desto schlechter war die Erfahrung. Ist leider so. Ich meine, schaut euch die Streaming-Server an, wie es dort zugeht teilweise. Es ist halt nicht so schön. Bis hierher, liebe Grüße Quinn. Dankeschön. Rosa Panda. Vielen, vielen Dank. Gut, es geht raus. Rosa Panda ist auch immer schon immer am Start gewesen. Ooh, 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 ooh. Braucht man Discord, um RP zu spielen, ne? Ja, äh, auf manchen Servern schon. Bei uns zum Beispiel ist es Pflicht für Discord. Wie wäre das ein extra Streaming-Server? Nein, niemals. Ich hab... Ich hab das mit dem zwei Servern komplett abgehakt. Wird's niemals geben. Never Also bei Cisco, weil du gerade die Frage stellst Wenn Cisco auf den Server kommt, er P-Stream Will, da habe ich auch gesagt Streamen nicht, ein Video ist okay Und Wir haben Wenn ich einen hier streamen lasse Nur einen Egal wer es jetzt ist, wenn ich jetzt anfange So zu sagen, du darfst jetzt streamen Dann werden mich immer mehr Leute anfragen, warum darf der streamen und ich nicht Deshalb Wir haben schon beim Video immer gesagt, da machen wir eine Ausnahme Bei Cisco damals, wo der zweimal Rauf war und aufgenommen hat, der darf auch Weiteren hier aufnehmen Ich muss ihn jetzt eh nochmal anschreiben Dass wir immer wieder zusammen was machen Aber Er darf hier aufnehmen, aber wir haben gesagt Wir lassen keinen Streamer rauf Wenn wir einen Streamer rauflassen, ich sage euch wie es ist Dann kommen weitere Leute und fragen, warum darf der streamen Und ich nicht Bis jetzt ist es halt immer so gewesen Wenn dann sind es Freunde von mir, die ich auch in real life kenne Oder halt auch Projektleitung Der Schmieröl Aber ich bin gespannt, wie es wird jetzt dann Mit 3.0 Ich bin sehr gespannt Aber wir wollten halt nie ein Streaming Server werden Wollten wir nicht Es gibt so viele Projekte, wo Streamer drauf sind Und man sieht leider Wie kaputt dort die Community teilweise ist Und ich glaube, das ist auch teilweise vom Streaming her Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ich jetzt streame Und Ihr kennt es ja selber, ihr seid manchmal angepisst Dann basht ja jemanden Und dann sagt der andere Streamer Ja, aber der basht mich In seinem Stream, jetzt bashe ich ihn auch weg Und dann gibt es nur Streitereien Und das wäre halt nicht so schön Das ist halt Ne Ich mag es deshalb auch nicht So was zu werden einfach Weil ich genau weiß Wenn ich Leute streamen lasse Es würde so viel Streitereien auslösen Weil du weißt ja nicht, was der Streamer sagt Dann gibt es vielleicht einen Der wird dann von einer anderen Gang niedergeschossen Wir haben ja gesehen, wie es ausgegangen ist bei uns Wie wir das mit einem Kartell hatten Da wurden Karteller Nur weil wir gestreamt haben Persönlich angeschrieben Und dann haben die gesagt Ja, ihr seid der letzte Dreck Und so Und wurden bedroht Einmal so, weil Leute teilweise RP Nicht auseinanderhalten konnten Und dann wurden die halt angeschrieben Und beleidigt aufs allerletzte Stell dir mal vor Wir haben dann 20 Streamer auf dem Server Da gibt es Kriege zwischen verschiedensten Fraktionen Was dann abgehen würde Ach, bist du deppert Heftig Ne Könnte ich mir gar nicht vorstellen Der Server von Abogoku Die alle drei Minuten in OOCIP geht Ja, zum Beispiel Das meine ich Das ist das Problem so Das ist leider das Problem Es wird zu viele Streitereien geben Vor allem auch die Communities Die sich dann gegenseitig so auffetzen Das ist einfach nicht schön Das ist nicht schön so Und deshalb Ich bin so, so Heftig froh Dass wir so nicht sind Ich bin so froh Dass wir das durchgezogen haben Gesagt haben So wenig wie möglich Streamen auf diesem Server Und es ist Es ist wirklich das Beste Und es ist auch für die Spieler Das Beste Muss ich sagen Die Spieler, die da drauf spielen Und nicht streamen Das beste Erlebnis dann Es ist gerade gar nichts auf der Autobahn Da fährt keiner entgegen Schade Die sind alle kochen, Leute Alle sind sie kochen Ich schwöre Die sollten echt mal umsteigen Von Autobahnpolizei auf Offroader Wirklich Die sind sicher alle gerade am köcheln irgendwo Ich habe mal selbst Hauptplatz Nichts 138 Leute auf dem Server Hauptplatz immer full Immer Nichts Guckt euch das an, bitte Gebt euch das Hier ein paar Leutchen Hier stehen sie Zu dritt Aber hier sonst In meinem Hauptplatz Ist immer was los Wisst ihr Da stehen immer Autos rum Wo sind die ganzen Autos Die sind alle kochen Ich schwöre Alle kochen Das ist sogar Schlitten Wir könnten mal zum Weihnachtsmarkt Rüberfahren Ich hoffe Ob dort was los ist Aber ich schwöre euch Jetzt Es wird jetzt so hart gekocht Jetzt zur Weihnachtszeit So hart wird gekocht Ich weiß doch ganz genau Wenn hier nichts los ist Ich weiß es doch ganz genau Die Leute machen doch was Aber auf der Autobahn Da hat auch nichts los Ist auch blöd Ich habe nur gefragt Weil Booty etc auch streamen durfte Ja weißt du was ist Booty Kenne ich Seitdem ich 14 bin Ich bin jetzt mittlerweile 25 Ich kenne Booty Seitdem ich 14 oder 15 bin Also Wenn ich einen Booty stream lasse Den ich in Real Life kenne Und der in Real Life Wirklich mein Schnucki ist Also was anderes Als wenn ich einen Streamer Den ich nicht kenne Auf dem Ding streamen lasse Weißt du so Ein Booty ist ein Ist ein Mensch Den kenne ich persönlich Und da dürfte alles Der dürfte von mir aus Auch Ich weiß nicht Hier einen Admin stream machen Und hier Scheiße bauen Ich glaube Einen Booty würde ich auch Niemals wegbannen Könnte ich nicht Vom Herzen her Könnte ich nicht Wenn ein Booty Scheiße baut Ich glaube ich könnte ihn nicht bannen Warum Ne Geht nicht Aber ein Booty Muss man sagen Der baut auch keine Scheiße Ich habe ein Booty noch nie gesehen Dass er irgendwo Scheiße gebaut hat Noch nie gesehen Ne Weihnachtsmarkt ist ein bisschen was los Wir gehen mal auf den Weihnachtsmarkt Ich schaue mir das mal an Hier ist der Weihnachtsmarkt Parkplatz Wollen wir das weg machen Ist ja schon ein harter Unterschied Marius kenne ich in real life Den einzigen Der hier streamt Der ich nicht wirklich in real life Bis jetzt getroffen habe Ist glaube ich Dario Doch Dario ist noch nie in real life getroffen Aber sonst alle Die jetzt hier streamen so Ein Andel Beste Freund Andel Einfach beste Beste Freund Io West Seit Seit Grundschule Best Best Friends Und Zweite Projektleitung Dann Schandl Freundin in real life Freundin in real life Projektleitung Ja Darf ich ja auch streamen Aber derzeit nicht Dann Butti Seitdem ich 14 bin Kenne ich ihn Damals noch Minecraft gezockt Zusammen Oder ich war ja 15 Ich glaube ich war 15 Maybe Ich weiß nicht Ich glaube ich war 14 Oder 15 War ich Und dann Marius Den kenne ich auch schon Sehr lange jetzt Mittlerweile Auch schon in real life Gesehen Der hat bei mir Zwei Wochen lang gepennt Ne und sonst Ja wie gesagt Darüber kenne ich den real life Nicht Weil dann Darüber Sollen wir die Streaming Zinsen Ne Spaß Ne Ne Die sind ja alle Weihnachtsmarkt Ist ein neuer Hauptplatz geworden Na Schau Dann kommt der Zivil unterwegs Viel Spaß Der Freddy Freddy kenne ich In real life Nicht Freddy Auch noch nie gesehen Schleicht Ich komme Schleicht 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 Lilli Schleicht Toll Und das ist Schleicht Zivil Drei Das ist schon Spaß hier Ja tschüssi Sollen wir hier wieder den übsten Schiss rein machen, als DJ, weil die hören hier sicher gerade Musik. Ich habe so Angst, dass ich geschlagen werde. Ich habe sogar getroffen. Ah, ist das geil. Am Weihnachtsmarkt ja erstmal schön. Popo getroffen. So, ich hole mir ganz schön noch Sachen. Am Weihnachtsmarkt. Der bleibt ja nicht für immer hier. Ich hole mal hier, mein Dings ist glaube ich hier. Ja, ein Snowboard hole ich mir. Weil Snowboard gibt es nur zu Weihnachten. Kann man nur so lange fahren, solange der Schnee liegt. Sonst geht das nicht mehr. Das ist Wegwerfen eigentlich. Docks kaufe ich mir noch ein paar. Ich habe eine Rubellose gar nicht aufgemacht, ich trottel. Ich habe die gekauft und habe die nicht aufgemacht. Was ist denn mit mir los? Was ist denn mit mir los, ey? Oh, 1000 Dollar. Bitte rubbeln. Ja, gewonnen. Nochmal gewonnen. Ich habe gerade drei Rubellose hintereinander gewonnen. Das Christkind kommt, das Christkind kommt. So, ich nehme auch noch ein bisschen Glühwein mit. Glühwein gibt es auch nur zu Weihnachten. Der ist später richtig viel wert. Den kann man dann später Leuten übergeben. Die freuen sich. So, Waffeln gibt es auch nur. Und dann fahren wir wieder weiter. Donut und Waffeln brauchen wir. Waffeln gibt es auch nur zu Weihnachten. Ganz wichtig. Immer schön mitnehmen alles. Und was gibt es hier? Döner gibt es hier vom Weihnachtsmarkt. Der Weihnachtsmarkt Döner. Der ist auch lecker. Erstmal bei uns Fuhl. So, 20.30 Uhr muss gleich anfangen Leute. 20.30 Uhr. Ich darf mich jetzt in nichts verwickeln. Ist ganz gut, dass ich gerade im Weihnachtsmarkt bin. Stell dir vor, ich hätte es in der Verfolgung. Um 20.30 Uhr muss ich beim Ding sein. KFC? Möchtest du nicht da? Oder möchtest du County? So. Äh, gerade weder noch. Weil ich gerade nicht recht bin. Wer da so stehen darf. Ich weiß ja nicht. Steht da 10... Fahr da erstmal wo du möchtest. 1080V. 1080V steht da. Niklas Sanzer hier. Wollen wir uns angemeldet? Ich check mal durch, wer hier alles geparkt hat und angemeldet hat. Und wer nicht. Steht der mit oder ohne Kennzeichen? Der steht mit sogar. Ui. El Sien. Schauen wir mal. Liam. Liam. Ohpala. Ist ihm sein Auto geschrottet. Perfekt. Hier. AIE233. Vincent. Jawohl. Taycan. Oh mein Gott. Jonas Fuchs. Da kann man sagen, die ganzen 1 zu 7er sind hier gefühlt. Und Mu. Ah. Warte mal. Mu. Ah. Ha. Ja guck. Venom. Auch angemeldet. Ja alles angemeldet hier. Kann man nichts sagen gegen die Leute. Kann man nichts sagen. Alles legitim hier. Ich bin verwundert und erstaunt, dass kein Auto hier mal nicht angemeldet ist. Und vor allem, dass die Fahrzeuge Kennzeichen dran haben. Also ich dachte hier hinten, der Sien hat kein Kennzeichen dran. Aber auf den ersten Blick. Ach komm. Ist das jetzt ja im Ernst oder? Toll. Motor wird zerkratzt. Perfekt. Danke für nichts. Danke für nichts. So. Biesking. Wurde ich mir 3 Euro. Dankeschön. Black Shade on. Start mit 1 und 40. Dann Bolldi Sare. Bin neu hier. Liebe dich. Bis der beste. Dankeschön. Und Zattel. Danke. Danke. Vielen Dank. Biesking nochmal. Vielen Dank für 3 Euro. Vielen Dank. Oh, als Tobe mal Fahrradkopf machen, das wäre mal richtig lustig. Aber jetzt im Winter bisschen blöd. mit dem Fahrrad. Wo keiner am Hauptplatz ist, weil Fahrradkopf kannst du in der Innenstadt gut machen, aber wenn jetzt alle Krocheln sind, müssen wir auf die Autobahn raufern, aber die sind 100 pro alle weg. Ist keiner da, ich muss immer fragen oder gucken. Wobei, jetzt muss ich eh erstmal warten, müssen wir uns vor Gericht um 20.30 Uhr. Da muss ich einmal vor Gericht antreten. Rote Ampel. Ist euch aufgefallen, dass die Kirmes oben weg ist? Ist euch aufgefallen? Zu Weihnachten haben die ab ausgepackt. Ich meine eingepackt. Die haben eingepackt, die Kirmes. Keiner mehr da. Die war hier oben mit dem Riesenrad oder ist jetzt weg. Was da wohl passiert ist? Was da wohl passiert ist? Anspielung auf 3.0, wir wissen es nicht, Leute. Wir wissen es nicht, was hier oben passiert ist. Auf jeden Fall, die Kirmes hat nach Jahren eingepackt. Die sind nicht mehr in der Stadt. Ist jetzt weg. Kehrt nie wieder auf 2.0, ist weg. Vielleicht kommt sie auch auf 3.0 nie mehr wieder, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was passiert ist. So. Victor, 10 Uhr und Chief 2 sind jetzt 106 Academy. Falls was ist, erreicht ihr mich über Handy. 1, 2, 4. Wieder der halbe Tank leer, Bruder. Ah, der Mark Rumpel. Der hat ja vorhin die VIPs rausgepuppelt. Kleines Weihnachtsgeschenk. 50 Schweizer Franken. Vielen Dank, mein Lieber. Oh, ich verstehe schon wie mein ganzes Gerätsschachtel. Ja, jetzt hauen wir mal ein Herzregen raus. Leute, das ist alle mal ein Herz dafür. Mark Rumpel, der Ehrenmann hat vorhin sogar VIP verschenkt für euch. Dann lassen wir doch mal ein bisschen Herz und Kiegel füllen da, Leute. Schallert mal rein. Ui, den habe ich nicht geblitzt. Da muss ich hinterher. Ah, da muss ich hinterher, Leute. Ich habe mich geblitzt, aber. Ah. Und Leute, wuppelt gern ein Like raus. Das würde mich sehr freuen. Damit supportet ihr den Stream Kurs ständig los. Hauen sie rein, hauen sie raus. Da ist gerade ein sehr schnelles Auto unterwegs gewesen. Aber das Problem ist, ich glaube, den fange ich nicht mehr ein. Der war so schnell. Und ich habe ihn nicht geblitzt auf der Gegenseite. Das heißt, ich habe lieber was Nachweisung da vorne abbremst. Das ist natürlich sehr schlecht. Oh mein Gott. Ui, ui, ui. Im Schnee fällt sich das echt nicht so geil, das Ding. Ich schau mal, ob der Donner irgendwo steht. Das kann doch nicht sein. Das ist doch hier irgendwie durchgefahren, oder? Der ist weg. Der Typ ist einfach weg. Der ist einfach weg, der Typ. War er das? Ich weiß es nicht. Der steht hier jetzt mit dem Handy. Ich glaube nicht. What? Der ist gerade so durchgerast hier. Holy moly war das schnell. Der war 100 pro auf 310 oder sowas. Ach du Scheiße. Ja gut, da war keine Chance gehabt gerade. Ich habe es so lange umdrehen müssen, bis ich den gecatcht hätte. Weil mich hätte ich jetzt nichts vorweisen können auf der Autobahn. Ich fange noch zurück. Ist er hier irgendwo? Nee, komm. Vergiss es. Weder ein Kennzeichen noch sonst was. Ist gar nichts von dem Typen. Nichts. Wir haben nur ein... Ich glaube, das war ein Chiron war das. Ein schwarzer Chiron, der entgegengekommen ist. Warum blitzt mein Ding nicht mehr in die andere Richtung? Was ist denn da los? Der blitzt doch sonst immer in die andere Richtung, oder? Nee? Hä? Habe ich mal Gerät kaputt gemacht? Das blitzt nicht alle jetzt nach hinten, macht er. Same Lane und Opposite Lane. Aber er macht die Gegenüberseite gerade nicht. That's bad. That's really bad. Der ist da so durchgerast voll, ey. Hättet ihr das gerade gesehen? Holy moly, war das schnell. Ich stelle mich mal hier hin. Ich stelle mich mal einfach hier hin auf Wärmmoder Basis. Ich würde dann immer nach hinten blitzen eigentlich, aber... Da findet er erstmal einen Spot, das nach hinten blitzt. Aber hier ist ja die Kuppe, ne? Die sehen mich hier vielleicht gar nicht, wenn ich hier so stehe. Ja, ich bleib mal hier so ein bisschen stehen. Ähm, extra one mit der Info, ich habe ein Schneemobil vor dem Supreme Court. Hat kein Kennzeichen befestigt, fährt jetzt Richtung Juwelier. 10-4, Schneemobiler haben auch keine Straßenzulassung. 10-4. We're closing. Front, away. Adam 42, informativ, Drogenhändler sauber. King 4, sehr schnelles Fahrzeug. East Tyrell, Richtung Stadt einwärts. Mit 278 geblitzt. Ich vermute schwarzer U-Bus. Ja, kein Sichtkontakt mehr. Das ist der Sound, auf der Spinde. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das Kennzeichen dran gesehen habe. Das ist das Problem. Perfekt. Ey, jetzt kann es doch nicht sein, dass der damit 278 durchrascht. So eine 288. Wenn die Driftkiss überfallen ist. Übernommen. Da braucht kein Backup irgendwie da. Ist ja da abgefahren irgendwo. 100 Pro ist ja da irgendwo wieder scheiße abgefahren. Ich sehe es wieder nicht. Weil der so schnell war, so schnell kann ich gar nicht beschleunigen, wie der da durchgefahren ist. Muss ja von 0 auf seine 278, äh, 280 muss ich ja beschleunigen. Weg, das Ding. Weg. Ja, kein Sichtkontakt mehr zu dem Fahrzeug. Jedenfalls schwarzer Urus oder schwarzer SUV, äh, geblitzt mit 281 statt einwärts. Aber kein Sichtkontakt mehr. Ach du Scheiß, was wirst du da machen, Bruder? Kennzeichen Smash, ich weiß aber nicht, ob was dran hatte. Wenn es ein Urus ist, kannst du das Kennzeichen abmontieren. Und solange ich es nicht wirklich gesehen habe. Ja. Ich könnte nochmal, ich könnte nochmal gucken auf die, äh, auf die Aufnahme, ob es da dran war. Oder was das genau war. Ich habe ja meine Bodycan so gesehen. Wenn da was dran ist, dann kann ich es durchgeben. Aber ich glaube, es war ein Urus. Bin mir aber nicht sicher. Also mal gucken. Link im 45th, Tendator-Streife in der City mit Straßenfahrzeug. Ah, es war ein BMW. Und da war ein Kennzeichen dran. BMW M4 war das. BMW M4, ich habe es jetzt. King Forest Update, äh, Fahrzeug ist ein schwarz-violetter BMW M4. Also kein Urus mit dem Kennzeichen Smash. Lukas Mayenhardt, den hatten wir doch heute schon mal, oder? Rufst du den mal an. Smash, was ich ja zugelassen, Lukas Mayenhardt. Rufst du denn sonst mal an, wenn der da... Äh, 22 David, mit einer Frage an den King-Unit nochmal. Sagtest du ein Urus? Ja, zuerst dachte ich ein Urus. Jetzt habe ich nochmal die Dash-Cam angeguckt. Das war doch ein BMW M4. Ja, check, okay. Weil wir waren jetzt nicht sicher, ob wir es richtig eingegeben haben dann. Ja, wie gesagt, Kennzeichen Smash. Ich muss jetzt leider rüber, äh, zu links fahren. Aber Gott sei Dank, wie sowas wie eine Dash-Cam, Alter. Ich muss zum Gericht, ja. Check, ihr müsst mir die Sage. Ich weiß, ich muss zum Gericht, Jungs und Mädels. Jetzt hauen wir mal einen Like-Up raus für... Der Smash. Jetzt habe ich ihn doch am Sackern. Hauen wir mal raus, her, Leute. Einmal auf den Like-Button drücken, wie es ja blau wird, wird mich sehr hart freuen, Leute. Ich hoffe, wir schaffen heute noch die 5 Likes. Würde mich sehr freuen, wenn... Wenn nicht, ist es auch gut. Bei 5 Likes sende ich euch gerne einen C-Nagel zu. Kein Problem, immer wieder gerne. Vigno 17, 1086, Snowmobile, an der Hauptthalz von dem Schiff. Den C-Nagel. Autos aber fast leer, denn ich muss tanken. Ich komme ein bisschen zu spät, glaube ich. Aber wir sind eh alle gewohnt, dass immer zu spät kommt. Zu spät. Bastche. Dispastche. Dispastche, so. Wieso, zu spät darf man herkommen, oder? Aya, Busa, wünsche dir ein frohes Fest und Grüßes Haus. Kann man jetzt sagen, schon zurück? Gut, jedenfalls, da wird die zum Glück kurz vor der Laterne zu stehen gekommen. Und ja, er heißt wirklich Ando der Kombi. Ando der Kombi. Oh, Cherryman02, ich finde, dass du auch dabei bist. Vielen Dank für 5 Euro. Danke, Superchat. Am Superchat, wo geht er raus? Boah, ich werde sicher wieder vor Gericht zu verkacken. Ich werde wieder etwas komplett Falsches sagen. Das LAPD, ähm, warte, was soll ich sagen? Das LAPD, muss man... Das LAPD schwört darauf, die Wahrheit zu sagen. Und, äh, jegliche Angaben richtig darzustellen. Ich glaube, dass wir hier sagen. Das LAPD schwört darauf, die Wahrheit zu sagen und richtigen... Und richtige... Ach, was habe ich gerade gesagt? Das LAPD schwört darauf, die Wahrheit zu sagen und die Angaben richtig darzustellen. Das muss ich auch sagen vor Gericht. Irgendwie sowas in der Art muss ich auch sagen. Das ist wieder, dass wir die Wahrheit sagen. Ich muss zum... Ja, ich weiß, Leute. Ich bin wieder zu spät. Adam 32, informativ. Geldwäsche, sauber. Ich fahr ja schon hin, Leute. Ich fahr ja schon hin. Aber, was sage ich am besten? Das LAPD... Das gesamte... Nee, das gesamte LAPD schwört darauf, die Wahrheit zu sagen. So auch die... Angaben... ...richtig zu stellen. Keine Ahnung. 10-David-10-7. Einen schönen Abend noch. Pass auf jeden Fall auf. Auf Wiedersehen. Schönen Abend hier. Tschau. Ach, ich werde es hier schon hinnehmen. Da bin ich schwer darauf. Der Nightbot erst mal weggemacht. Also, und Angaben richtig anzugeben. Das wäre, das wäre, das ist, glaube ich, das Beste. Angaben richtig anzugeben. Ja, das machen wir so. Wäre gut, wenn wir VIP-Chat an sind, weil ich alleine bin. Ach, komm, ja, dann machen wir mal. Wenn du dich alleine fühlst, dann machen wir VIP-Chat an. Für die besten Mods natürlich Mitglieder-Chat only. Mit denen die so viel hier zu tun haben. Oh, das ist ja so schief geht. Ich habe mir wieder so versprochen. Ich weiß es jetzt schon. Ich komme, weißt du, ich komme eh schon. Ja, wobei, es ist 30. Ich komme nicht zu spät. Ich komme perfekt, aber trotzdem. Ja, danke. Der Chat-Chat auch schon, danke. Ja. Wenn du mir den Mod schon schreibst, dann mache ich es gerne. Ich habe noch gelb, das rechts, das Ampel. Ich verstehe diese Ampel nicht. Warum ist die hier grün und die andere war zu rot? So, schau mal. Oh, da ist auch dieser U-Ris von vorhin. Ich fand das eine High-Speed. Nee, doch nicht. Normaler Wagen, passt. Wir waren alle in Weiß heute. Alle in Weiß. Ach, ich muss nur sagen, das ist nicht vom LAPD. Hallo. Hi, wunderschön. Guten Tag. Ich bin hier wegen dem LAPD, das ich eine Aussage mache. Fürs LAPD. Also, ich bin vom LAPD. Ja, kriecht trotzdem mal bitte ein Perso. Ja, natürlich. Bitte schön. Ja, Rumpe, danke sehr. Kriegen Sie den auch direkt zurück? Dankeschön. Und dann dürfen Sie mir einmal folgen zum Hauptein. Jawohl. Danke, dieses blöde Meter Wechselgaming ist zum Kotzen. Ich muss einmal reingehen. Dann können Sie kurz noch zwei Meter Abstand, bis die haben das davon geklärt haben. Jawohl. Dann sind Sie sicherlich Ihr Anliegen klären. Okay, aber ich kann schon reingehen, ne? Genau, genau. Alles klar. Das ist nicht mein Problem. Ich war... Ich war... Aber... 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 Ich bin perfekt reingekommen, Leute. Ich bin nie mal zu spät. Nie mal zu spät. Wenn die dort oben einen Schlittenverleih aufmachen... Sehr guten Tag. Dann... Dann sind... Sven Rumpe, ich bin da wegen dem LAPD. Wegen der Aussage, um alles richtig zu stellen vor Gericht. Also, ja, ich bin Sixpray beim Supreme Court und es geht gleich einmal... Ja, wir sind auf dem Weg. Um eine richtige Stellung gegen Herrn Nick Weisel. Ja. Es wäre mir lieb, wenn wir das Ganze mal dahin sprechen könnten, wo er das nicht mitkriegt. Ja, alles klar. Es geht... Also, mir wurde gesagt, es geht um die Aussage für das gesamte LAPD, um eine Aussage zu tätigen, dass wir halt die Wahrheit sagen, ne? Ja, ruf mich an. Genau, er bezweifelt, dass sozusagen das LAPD richtig den Schmorspurentest abgenommen hat und auch richtig zu sortiert zu demjenigen, den Angeklagten. Das bezweifelt er halt. Und das lasse ich so nicht stehen und möchte gerne von einem Officer oder einem Pediler bestätigt haben, dass das LAPD wahrheitsgemäß die Akten zu pflegen und zu hegen hat und auch auszuführen hat. Victor, Annette, Rooki, ist jetzt zu viel, bitte. Und was ist das? Wenn Sie das bestätigen würden, das wäre so subie. Ja. Dann hättet ihr noch Platz für Rooki. Vielen, vielen Dank. Positiv. Ich gehe mal wieder nach vorne. Könntet ihr mich, äh, mischeln? Deshalb bin ich da, als verstehe ich es. Also, der denkt, die Schmorspuren nun falsch von ihm abgenommen. Das aber nicht richtig gestellt würde, anscheinend. So, ähm, Alex Schmiede, dann versübt werden. Was für ein Fahrzeug, weißt du? Ich will nur ganz schnell im PTRD-Infragen. Wir sind nämlich jetzt, King4 ist, 10-6, City Hall. Linken, 35, ich bin auch in der Nähe. Nee. Command, nee. 10-6, City Hall beim High-Kommando. Ich bin nur nicht beim High-Kommando. Haben die keine City Hall, wenn ich denn 10-6 bin? Ich habe nur gesehen, dass er von der Entfernung relativ schnell unterwegs ist. 10-6 Gericht, jawohl, das ist das Richtige. Ja, das ist einfach, ja. King4, 10-6 Gericht. Nochmal, ich habe es gerade akustisch nicht verstanden, tut mir leid. Warte mal da ein bisschen. Ja. Gehe ich kurz außer Funk, dass ich hier ganz normal aussagen kann. Pipapo. Einmal außer Funk gehen und dann geht es dann vor Gericht und dann werde ich aussagen, dass wir alles richtig machen. Auch wenn ich keine Ahnung habe, ob wir alles richtig machen, weil ich ja der Auffassung bin, das LAPD kann auch seine Fehler machen. Aber bei einem Schmauchspurentest glaube ich eher nicht, dass da das LAPD einen Fehler gemacht hat. Bin ich mir sehr sicher. Ich habe mir ein, zwei Tage davor noch mal bitte Bescheid zu geben, dass ich das dann auch bei mir... Jetzt werde ich hier ein bisschen stehen, mit euch reden. Mark Rumpe. Danke für 20 Euro und 41 Cent nochmal an Mark Rumpe. Kuss. Detlef Holz, danke für 1,11 Euro. Kleiner Salud. Vergiss nicht 20, 30. Ja, ich bin ja extra da. Karo, als 18 Dank fürs Re-Subbeln. Wunder, Carsten. Karl-Heinz beim Kochen im Winter. Hab dich gerne. Ha, Ali, Schatzi, was? Was? Wunder, Carsten. Was schreibt er denn da? Dankeschön. Xion3, Losta, Lino und Paolo so auch. Mocha für Sip werden. So, Black Shadow auch am Start. Vielen Dank für deine, Doni. Und Zattel danke für Sip werden. Vielen, vielen Dank, Zattel. So, nochmal alles vorgelesen jetzt, glaube ich. Oh, da wurde mit 2,64 geblitzt. In der Wüste. Oh, das ist eine Führerscheinabnahme. Also da will ich hinterher voll in die Führerschein danach abnehmen. 2,64 in der Wüste. Ist egal, wie schnell er gefahren ist, auf welcher Spur. 130 maximal. 2,64 Hunderter. Ja. Schon lange kann Gerichts-AP wer gesehen. Stimmt eigentlich, ja. Mit Mark Krumpe wird es dann bald wieder eins geben. Aber Mark Krumpe hat die falsche Nummer rausgegeben. Das wird lustig. Das wird richtig hart lustig. Ach nee, wann geht es hier los? Ich habe ja nicht den ganzen Tag Zeit. 20,30 Anwesende. Warum melde ich mich dazu eigentlich? Warum mache ich das? Na, 10 vor. Stell da drauf, Police. Herr Eibe? Ja? Herr Eibe? Ja, klar. Ich muss mal kurz das Mett hier rüber. Ja? Herr Eibe ist heute wieder da. Man kann sich noch an Herr Eibe erinnern. Bei 1,7 beim Gericht. Ach, das war so schön. Herr Eibe. Unser Herr Eibe. Das war ein schöner Moment mit Herrn Eibe vor Gericht, wie er zusammengebrochen ist und ich einfach den Lachflaschen meines Lebens bekommen habe. Also, ja, 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 Herr Eibe. Heute wieder vor Gericht. Ich hoffe, heute bricht er nicht wieder vor Gericht zusammen. Und ja, dann kann ja gar nichts mehr schief gehen, wenn Herr Eibe da ist. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Dann schaffen wir das schon. Ja. Aber schön, dass er noch da ist. Schön, dass er noch beim Gericht ist, Herr Eibe. Ich hoffe, die haben schon Krankenwagen heute geholt, wenn er jetzt zusammenbricht. Black Mk, vielen Dank für das 5 Euro mit Fies. Dankeschön. Gibi, Dark Bikatsch. Danke für 3 Euro und für nichts dazu. Schreibt, das freut mich sehr. Herr Eibe haut das um, ja. Eine Legende, Herr Eibe. Ich glaube, das ist mein Lieblingsrichter. Weil er einfach zu lustig ist. Und ich den Namen einfach feiere. Oh, Herr Eibe. Was ist denn los, Herr Eibe? Och nein, Herr Eibe. Brauchen Sie Krankenwagen? Einfach dieser Name und dann bricht er da zusammen. Schau, schau, ich finde, er sieht auch aus wie ein Herr Eibe, oder? Er sieht auch so aus. Ich liebe diesen Charakter, ich liebe ihn. Ohne ihn wäre das Gericht nicht mehr dasselbe, oder? Ohne Herr Eibe. Er packt das, er bricht das. Das heißt, ich wurde gerade für eine Staatsanwaltschaft, der Typ wird Staatsanwalt sein, da drüben. Da wurde ich gerufen, ich werde das für die Staatsanwaltschaft aussagen. Weißt du, ja, Staat gegen, gegen Zivilisten, ne? Der Krankenwagen steht schon in Bereitschaft, wenn Herr Eibe da ist. Ich weiß auch nicht, was Herr, ich weiß bis heute nicht, was bei Herr Eibe passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Herr Eibe hat auf einmal die Sprache verschlagen und dann ist er zusammengebrochen. Also ich werde niemals drauf kommen, was das war. War er so aufgeregt, weil 1 zu 7 da war? Ich weiß es nicht. Ich werde diesen Moment jedenfalls niemals vergessen. Das war der lustigste Gerichtssamil, den ich jemals hatte. Axion 3, danke für 90 Cent. Dankeschön für nichts dazu schreiben. Hören dir paar Red Bulls? Liebe geht raus. Kennst du mich doch alles gut zum Geburtstag? Achso, und wann zeigst du dich, Ironie? Wie Gott sei Dank weiß ich, dass es Ironie ist. Nachdem alles Gute zum Geburtstag wusste ich, dass es Ironie ist. Ich habe noch was in Europa zu tun. Och nein, halt die Fresse mit. Ich habe noch was in Europa zu tun. Warte, wo ist denn das hier? Regelwerk. Pass auf, Real Life Online Regelwerk. Darf ich euch kurz vorlesen? Ich habe noch was in Europa zu tun. Passt auf, Regeln. Jetzt gehen wir mal rein. Warte. So. Wörter Blacklist im RP. Bei Zeitstress zum Beispiel, ich muss zurück nach Europa, soll man die passenden Wortwahl finden. Und, AFK gehen mit Aussagen wie, ich bin mal im Kopf oder ich muss mal in Europa, ich bin mal in Europa, sollte unterlassen werden. Was macht er? Jo, ich bin doch mal bald, indem ich in Europa und da machen wir. Ich weiß nicht, ich finde, ich sage immer so, ja, ich gehe dann bald nach Hause so oder ich bin schon müde, ich gehe dann langsam mal heim. Immer dieses, ich bin ja mal in Europa. Oder was sagst du, machst du die Freddy, ich bin mal auf Montage. Aber du hörst halt von jedem zweiten, ich bin mal in Europa. Zum Kotzen. Zum Kotzen, Alter, zum Kotzen. Slash Support, da hat jemand die Regel gebrochen. Man kann ja einen 16-jährigen Sohn haben, das stimmt, ja. Moment, 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 Moment. Oder zurück nach Asien. Nee, alles gut. Ja, ach so. Nee. Aber jeder sagt, ich muss zurück nach Europa. Wow. Das ist das Problem. Sag doch einfach, ich gehe mal nach Hause oder ich muss noch. Ja. Kann man Ihnen helfen? Nee, ich warte, bis ein, was ist. Okay. LAPD. LAPD. Marke? Ja, kann ich Ihnen geben. Bitteschön. Danke. Wir haben vorne wen, der will irgendwas mit einer Adoption. Ich würde sagen, wir warten damit. Ja, wir müssen eh ein Richter da sein. Also, der ist ja jetzt gerade alleine. Machen wir. Dann warten wir. Gut. Also die Verhandlung beginnt jetzt sofort? Ja, da muss ich rein. Perfekt. Aber ich glaube, der hier auch. Ja, ich auch. Können mitkommen. Ich bin da wieder. Sind Sie noch Zeuge? Nein, ich muss eine Aussage fürs LAPD tätigen. Deshalb bin ich hier. Während der Sitzung? Während der Sitzung, ja. Also für die Sitzung, die jetzt ist? Ja, für die Sitzung mit Herrn Waisel. Dann melden Sie das bitte einmal an, weil Sie dürfen nicht hinten sitzen. Ich melde das an. Gut. Eigentlich wurde auch schon bereit gegeben. Staatsanwaltschaft war schon da. Der Herr mit dem blonden Haaren war doch Staatsanwalt, oder? Mit dem schwarzen Anzug. Genau. Ja, der hat das eigentlich schon geregelt, dachte ich nämlich. Sie setzen sich ein bisschen kurz dahin, dann rufe ich Sie an. Alles klar. Perfekt. Gut. Perfekt. Also mit der Adoption müssen wir auf den Richter warten, der ist gerade in der Fahne. Gut, dann warte ich hier nochmal ein bisschen. Es geht nicht so gut. Bitte ich Sie einmal rein? Ah, perfekt. Ja, ich habe schon gesagt, ich habe Sie das schon geregelt so. Gut. Nein, ich muss jetzt hier wirklich neben ihm sitzen. Einmal da vorne bitte hin. Ach, da vorne. Ja, natürlich. Er zeige. Guten Tag. Guten Tag. Ich bräuchte bitte einmal Ihren Ausweis. Jawohl. Den normalen Perso oder den Polizeiausweis? Jawohl. Ja, ist eigentlich ja gewisser. Jawohl. Danke. Kommen Sie ihn hier wieder zurück? Dankeschön. Okay, Herr Rumpel. Sie haben, ich muss Sie jetzt belehren. Ja. Sie haben die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit. Also Sie belassen sich selbst und oder ein enges Familienmitglied. Eine falsche Versage ist eine Straftat. Haben Sie das so weit verstanden? Habe ich so verstanden. Okay. Dann Herr Sixpire, bitte. So, erstmal vielen Dank für Ihr Bemühungen hierhin. Und ich habe eine Frage und zwar, wie erstellt das PD einen Schmauchspurentest? Schmauchspuren werden direkt vor Ort von einem Beamten abgenommen. Und dabei handelt es sich um Spuren von, ich sage mal, Bestandteilen von Waffen. In dem Fall wäre das Schießpulver, in dem Fall. Und so werden Schmauchspuren dann festgestellt. Die werden aber direkt vor Ort abgenommen und werden dann analysiert. Dankeschön. Wenn ein positiver Schmauchspurentest, sage ich mal, jetzt zum Beispiel für einen Angeklagten erstellt wird, oder der ist positiv. Wie wird dieser in der Akte hinterlegt? Inwiefern hinterlegt als positiv oder negativ? Nein, also es ist so, dass einige Angeklagte zweifeln einen positiven Schmauchspurentest an, dass er von dieser Person an Ort und Stelle und am Tag gemacht wurde. Dass das PD, sage ich mal, diesen in einer Akte falsch zugewiesen hat. Und deswegen ist meine Frage, wie ist die Vorgehensweise, wenn der Schmauchspurentest positiv ist? Wie wird das Ganze dann in die Akte einsortiert? Das wird einfach in die Akte eingetragen, dass der Schmauchspurentest in diesem Fall, was halt an dem Tag passiert ist, als positiv gewertet wurde. Wir bekommen auch keine Auswertung bezüglich, welche Waffe da die Schmauchspur verursacht hat. Wir bekommen nur raus, dass in diesem Fall eine Schusswaffe von der Person betätigt wurde. Und das wird so eingetragen als positiver Schmauchspurentest. Das ist positiv. Ein Polizist ist jederzeit dazu verpflichtet, die Wahrheit zu sagen und auch alles richtig zu fehlen und zu pflegen in den Akten. Vielen Dank, ich habe weiter keine Fragen. Okay, ich habe auch nichts. Sie dürfen entweder wieder in den Dienststor oder in den Zuschauerraum Platz nehmen. Alles klar, vielen Dank. Bitte. Ich gucke da ein bisschen noch zu. Sie hat mich nur gerade. Ach, der Stuhl. Ah, jetzt. Herr Albe, das ist doch großes Kino, wenn Herr Albe da ist, oder? Ich bin manchmal echt zu fett für diesen Stuhl. Herr Albe passt nicht in den Stuhl, da fängt es schon an. Herr McRaisel, haben Sie dazu irgendwelche Fragen jetzt? Ich bleibe immer noch bei meiner Aussage vom letzten Mal. Wie man in der Akte sehen kann, oder auch in anderen Akten, die wir hier schon bearbeitet haben, wurden bei den Bildern der Schmauchspurentests. Was der Herr Staatsanwalt, glaube ich, falsch verstanden hat. Und ich habe nicht einem Polizisten gesagt, zum Beispiel, dass er es absichtlich falsch gemacht hat. Oder ich beschuldige ihn, dort das falsch gemacht zu haben. Ich habe lediglich gesagt, dass dort ein Fehler passiert sein könnte. Weil er aus anderen Akten, wie wir es bis dato gesehen haben, ist bei dem Schmauchspurentest, die natürlich abfotografiert wurden, in der Akte beigelegt wurden. Und unten drunter immer ein Datum und eine Uhrzeit. Das ist dort nicht der Fall. Wie gesagt, dann müssten ja im Endeffekt alle Akten, die wir jetzt verhandelt, oder auch was das PD, die Offices angelegt haben, die alle falsch gewesen seien, die gemacht wurden. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Das habe ich auch nicht gesagt. Und wieso soll denn ausgerechnet bei Ihnen jetzt der Schmauchspurentest falsch angelegt worden sein? Das kann ich Ihnen nicht sagen, warum oder wie oder weshalb. Hä? Ich kann den Fehler von dem Officer nicht rekonstruieren. Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Nur weil andere Beschuldigte oder Angeklagte dies nicht hinterfragen, bedeutet das ja nicht gleichermaßen, dass ich das auch nicht muss. Aber ich habe es ja hinterfragt. Und aus diesem Grund sind wir auch wieder heute hier. Also ich bleibe dabei, der Schmauchspurentest ist positiv, der Schmauchspurentest ist von Ihnen. Und der Schmauchspurentest ist auch von Ihnen an jedem Tag nach der Tat abgenommen worden. Also aber laut des Schmauchspurentests, wo weder ein Datum noch eine Uhrzeit vorhanden ist, ist das von Ihnen reine Spekulation? Dann müssten, wie gesagt, dann müssten alle Schmauchspurentesten... Wie gesagt, Herr Staatsanwalt, wir leben hier in einem Rechtsstaat. Sie haben ja das letzte Mal, haben Sie mir schon an den Kopf geworfen gehabt, dass ich meine Unschuld bezeugen muss. Ich würde so gerne was sagen dazu, ich hätte so eine geile Idee, aber ich bin da nur Zuschauer, ich darf das nicht. Was ist das, was ich jetzt gesagt hätte? Das ist in diesem Fall leider momentan nicht gegeben. Der Schmauchspurentest... Ich habe bis dahin, ich habe zugegeben, dass ich an diesem Tag da war. Ich habe alles zugegeben. Und das lasse ich mir dann einmal nicht anhängen. Wie gesagt, der Schmauchspurentest ist positiv, so wie die letzten Male auch die zwei Schmauchspurentests positiv waren. Und ich bleibe dabei. Ich möchte gerne einen Antrag stellen. Ja, der wäre er. Und zwar, einen Moment bitte. Ich bin jetzt echt am... Fahrlässiges Abfuhr an einer Schusswaffe. Okay, über diesen Antrag wird nach der Ud-Sprung entschieden. Herr McWessel, ich stelle die Anträge. Ich stelle den Antrag auf Freispruch. Okay, auch über diesen Antrag wird nach der Ud-Sprung entschieden. Dann dürfen beide Parteien nach hinten zur Ud-Sprung. Ich möchte einen mitnehmen, bitte. Ich bin jetzt so gespannt, was dabei rauskommt. Sein Problem ist, dass ein Schmauchspurentest abgenommen wurde. Und jedes Mal bei einer Schmauchspure, die positiv ist, wird es so gepostet, dass dann dabei steht, ja, wurde abgenommen. Und der hat anscheinend kein Datum hinzugeschrieben. Das Problem ist jetzt, so was ich jetzt gesagt hätte, ich hätte gerne die Dashcam eingeholt, weil die meisten Cops haben eine Dashcam an. Dann hast du auch drauf, wann das war und ob die abgenommen wurde. Dann ist ja der Tag natürlich, zugesehen, was da passiert ist, bestätigt worden. Ist ja, die Aufnahme ist ja bestätigt worden an diesem Tag. Und, ähm, habe ich immer ein bisschen gestresst. Nee, Herr Albe ist immer so ein bisschen aufgeregt, kommt mir vor. Ich glaube, Herr Albe ist einfach so ein sehr aufgeregter Mensch. Nee, aber, äh, ich hätte jetzt gesagt, wir holen uns einfach die Dashcam des Polizisten ein, der die Schmauchspur abgenommen hat. Wenn er eine hat, wäre das natürlich alles jetzt hinfällig in dem Moment. Aber, ähm, das mit dem Datum, das finde ich immer so eine Sache, weißt du, weil du hast ja den Test an diesem Tag gemacht, so. Man sieht's ja, es wird ja, der Test wird ja dann gescreenshottet und alles, ne. Das ist halt das Ding. Und da will er jetzt halt einen Widerspruch einlegen bezüglich, dass der Test, aber gut, halt, ja. Er probiert's halt anzufechten, ist ja nicht schlecht. Äh, FreshiTV, danke fürs SIP-Werden. Äh, Bello9Y, ich bin schon seit vier Jahren dabei, meine erste Spende. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Wann gehst du noch mal live, alles Gute zu Ostern? Ah, nee, komm, bitte nicht. Julius Emergency mit den besten Flachwitzen. Hi, sind deine Marken aus den Autos entfernt? Beste Streamer? Nein, die sind immer noch drin. Ich sag so, wir machen's weg, wenn Rockstar oder Take-Two wirklich ein massives Problem mit unserem Server. Ja, dann werden sie sich schon bei uns melden und dann machen wir sie gerne weg. Aber wir, Unterschied bei uns ist halt, wir bieten halt keine In-Game-Sachen an, was sehr viele Server gemacht haben. Wir verdienen damit keinen Cent, was In-Game ist. Das ist alles gratis zum Bespielen. Und wir sind auch eine geschlossene Community, das heißt, wir sind nicht offen. Das heißt, dieser Server ist nicht öffentlich zugänglich. Wir sind geschlossen und, ähm, somit kann man ja irgendwie sagen, dass es von der Öffentlichkeit so ein bisschen ausgeschlossen ist, dass du da, ja, sag mal so, die Sachen hast, ne? Wie ich glaub, zugreifen hast. Ha, was ist das ja nicht? Muss ja ein Login zugang und alles haben. Ähm, LCO, vielen Dank für das SIP-Wern. Xion dreimal vorgelesen, genau. Wellex, was geht? Alles ist beinart. Und das ist Sandro Maybach und alle von uns, die sind. Danke, danke. Vielen Dank, ja. Gebiet um Fahrschule aufgrund eines Brandes komplett, äh, vollkommen gesperrt. Ja, geil. Wo brennt's denn hier? Ne, da ist schon hier brennt's. An der Fahrschule ist ja hier, ne? GEM-Wie. Wir machen halt alle Marken weg, wie zum Beispiel Cola oder so, da hinten ist Xion Cola, Red Dorsch, also kein Red Bull oder so. Und wenn wir hier gucken, hier ist eher noch die echte Coca-Cola, ist aber ein Fail von mir. Da soll echt ne Xion Cola drin sein. Und auf 3.0 machen wir halt die ganzen Marken hier weg, also da kommt auch Red Dorsch wieder rein. Powerade heißt dann auch nicht mehr Powerade, das werden wir halt alles umbenennen. Das hab ich auch schon gemacht auf 3.0. Da sind dann auch iPhone ist dann weg, dann hast du noch Phone oder so. Also, auf 3.0 wird das dann als umgestellt. Ähm, Fahrzeugmarken lassen wir erstmal fürs Erste und dann schauen wir halt was los ist, ne? Kann man theoretisch in zwei Monaten bewerben, wenn die Phase ab da wieder geöffnet wird? Äh, ja, warum nicht, hä? Bin da irgendwie verwirrt. Fahrschule hat die Kurve nicht gekriegt. Red Bull geht auf mich. Kennst du mich noch? Likeup, RLO Fanpatch 107 kenn ich noch. Hus. Und Baba, der echte Willkommen bei den VIPs, genauso wie Sebastian holt sich VIP Gold, der Ehrenmann. Dankeschön. Und Lenny, frohes Toys, kennst du mich noch? Den Lenny. Über so viele Lenny's, glaube ich, ist das Problemchen. Und der Beast King, sie mir noch nicht angevorteiliert. Oh, die Offshots kommen sie. Äh, ah. Ah, der blinkt ein bisschen. Ja, der blinkt ein bisschen, hä? Wisst ihr, was wir auf 3.0 gemacht haben? Wir haben zum Beispiel Power Raid, haben wir umbenannt den X Raid. Oder Raid X haben wir es umbenannt. Ähm. Den Absolut Vodka ist X Vodka. Wir haben halt überall einfach X irgendwie geschrieben, sehen. Keine Ahnung. Statt Power Raid, Power Dog. Das wäre auch geil. Einen Power Dog, bitte. Ich, ich mach mal. Ich glaube, wir haben es X Raid genannt. Ich sehe alles. Oder Power X, irgendwie sowas. Komisch. Waze hat Wackelkontakt. Einmal da, einmal weg. Kann man sagen, ne? Vielleicht mal nochmal. Mike Sunman, danke fürs Hipple noch. Danke, danke. Ah. Ah, da ist er jetzt der Wazel. Ich bin doch da. Ich bleib noch so lang, bis ich weiß, was jetzt passiert ist. Was passiert mich. Bin so gespannt, ey. Seit wann ist VIP an? Seitdem, ähm, hier der Mod alleine war. Der Martinberger, der wollte dann, dass VIP-On-Wir reinkommt, weil es nicht zu viel ist. Vorzeitsverkündung. Auch sehr viele Meta und Backseat Gaming betrieben haben. Ah, wir. Bin ich gespannt. Dem Antrag von Herrn Sixperl wird nicht stattgegeben. Dem Antrag von Herrn Füß wird stattgegeben. Im Namen des Volkes geht von uns. Das Urteil der Angeklagte wird in diesem Falle für freigesprochen. Was? Das ist im Zweifel für den Angeklagten. Das ist die Samen, der wir spenden. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Soll ich sie nach draußen bringen, Herr McRaisel? Bitte, bitte. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut. Das heißt, wenn jetzt ein Cop theoretisch das Datum nicht dazu schreibt, das ist echt blöd. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Gleichfalls. Jetzt aber wird rumgemeckert, dass nicht auf die Millisekunde genau das schreibt wurde. Wiedersehen, Herr McRaisel. Wieder sehr schön. Dann warten Sie sich nicht erwischen. Danke. Ja. Eine Bitte an Spiti. Ja. Wenn ihr da solch ein, die Schmausch-Montests reingebt in unsere Akten, dann bitte immer auch Datum und Uhrzeit einfügen, dass wir nicht sowas haben wie jetzt. Meine Frage, in der Akte steht doch das Datum drin des Falles, oder? Eigentlich schon, aber nicht bei der Datei. Warum muss das in der Datei drinstehen, wenn das Datum ja offensichtlich angegeben ist? Ja, schwierig. Das macht ja keinen Sinn, weil es besteht ja auch Dashcam-Aufnahmen und so von der Abnahme, oder nicht? Ja, eben. In dem Fall gar nichts. In dem Fall nichts. Okay, in dem Fall nichts. Aber eigentlich, wenn eine Bodycam am Laufen ist, dann hat sich das ja schon mal komplett, sagen wir mal, erledigt an sich, ne? Ja, Bodycams sind immer gut. Also, wenn Bodycams da sind, alles rein. Bodycams sind wirklich das Beste. Ich denke mir nur so, in der Logik, der Polizist würde sich strafbar machen, wenn er eine Falschaussage machen würde, dass er den Test an dem Tag... Genau, genau, genau. Ja, nicht nur strafbar, ne? Ja, das geht ja dann schon am höher. Bei der Polizei schwachen wir ja auch ein Eid eigentlich, ne? Und deshalb verstehe ich das nicht, wenn da eh ein Datum draufsteht oben und er dann einen falschen Test reintut, warum sollte er das machen? Ja, das wird für mich als Fenster gehen. Sie müssen sehen, die Anwälte gehen gerade auf sowas immer richtig ab. Gerade wenn da irgendwelche Namen nicht in irgendwelchen Aussagen drinstehen. Man muss das haargenau bis aufs Kleinste reinschreiben. Meines Erachtens auch nicht, weil wir haben eine Aussage in der Akte. Das heißt, diese Aussage ist auch für die Akte geschrieben. Das heißt, für diese Person, aber... Das heißt jetzt aber auch theoretisch, wenn wir jetzt einfach mal von dem ausgehen, dass ich jetzt das Beweismittel, ein genaues, exaktes Datum mit einem Zeitraum habe, dass ich sage, es war genau um 17.30 Uhr. Dann heißt das, wenn ich jetzt auch eine Waffe abnehme, müsste ich das ja theoretisch auch machen. Ist ja auch ein Beweismittel. Dann müsste ich auch sagen, ich habe um 17.27 Uhr eben eine Glock 17 abgenommen als Beispiel. Aber oben steht ja das Datum. Das macht ja keinen Sinn. Dann wäre ja alles, was davor war, jetzt anfechtbar in der Theorie. Theoretisch. Theoretisch. Ich müsste jedes dann. Das ist ja auch ein Beweismittel. Das heißt, ich könnte auch sagen, ich habe ihm die Waffe entzogen. Dann sagt er, aber wann haben sie mir die abgenommen? Dann sage ich ja an dem Tag. Das steht ja oben im Dokument. Dann sagt er, aber ich brauche genau die Zeit davon. Ja, naja. Es ist auch schwierig mit den Anwälten dann. Ja, weil vielleicht habe ich auch die Waffe ja dann vertauscht mit einem anderen. Kann ja dann auch sein. Das ist halt das. Das, was ich mir gerade denke. Das ist halt sehr angreifbar in dem Fall. Aber das müssen Sie sich entscheiden. Aber ich hätte jetzt also in dem Fall, wir haben ja ein Beweismittel gehabt. Das ist ja nichts anderes als ein Beweismittel gewesen. Und er sagt ja, er hat es vielleicht vertauscht oder so in dem Fall. Oder nicht abgenommen. Ja. Da kann ich auch sagen, ich habe ihm die Waffe, als ich ihm sie entzogen habe, ja auch vielleicht nicht abgenommen. Und habe das von einem anderen Täter gehabt. Das steht dann drin in der Akte. Ja, naja. Ich sage mal so. Jeder macht Fehler. Ich sehe es auch, dass das vielleicht nicht ganz das beste Urteil war. Aber ja. Ja. Nee, sonst müssten wir vielleicht, sonst machen wir vielleicht so, dass wir direkt auf der Abnahme genau exakt an das Datum drauf haben. Weil wir bekommen ja eine Meldung von dem Gerät, also wo der Schmaus-Spur getestet wird. Ja. Da könnten wir direkt das Datum drauf tun. Genau, genau. Das wäre klar. Oder vielleicht mit Personalausweis daneben ein Foto von dem Gerät machen mit einem Ausweis daneben. Ja, aber das bringt sich ja nicht mehr Zeit. Da steht ja kein, ist ja keine Zeit drauf. Ja, ja, stimmt. Da geht es ja darum, dass die Zeit drauf steht, wann das gemacht wurde exakt. Weil dann würde es ja mit der Zeit zusammenschneiden. Genau, genau. 15 Minuten. 15 Minuten. Aber theoretisch wäre das dann dasselbe für jede Abnahme eines Gegenstandes, egal ob es jetzt eine Waffe ist oder so, wie man es so sieht. Ja, also ihr Vorschlag da, dass da bei dem Gerät, wenn das Ergebnis kommt, dass da das Datum und Uhrzeit drauf steht, ich glaube, das wäre wirklich sinnvoll für uns. Also ich habe auch schon in anderen Akten mal gesehen, dass einfach ein Foto von der Gesamtsituation mit dem Gerät dabei, also mit dem Bild dabei gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob das auch ausweicht. Man könnte sonst das Handy rausholen und dann das Bild zusammen abgleichen. Genau, das Gerät mit dabei. Genau, genau. Mit dem Bildschirm und dann einfach die Situation einmal fotografieren mit dem Test zusammen. Genau. Ja, aber du kannst auch mit dem Test könnte man ja auch einfach, wie gesagt, das Handy rausholen. Dann steht dann genau das Datum drauf. Wir haben jetzt Montag, 19. Dezember, 21 Uhr. Das wäre auch eine Idee. Und das könnten wir auch bei sehr vielen Sachen so machen. Genau. Das war jetzt auch in einigen Akten von mir gerade. Das ist das Perfekte. Ja, dann gebe ich das mal so durch und dann schauen wir mal. Ja, bitte. Top, gut. Dann wünsche ich Ihnen noch keinen schönen Tag. Dankeschön, jedenfalls. Alles Gute. Bis gleich. Trotzdem Dankeschön, dass Sie hier waren. Bitteschön, kein Problem. Jo, danke. Vielen Dank. Danke. So, jetzt kommt noch keine mehr weg. Ja, es ist sehr, sehr kompliziert, das Ganze. Aber ich schau mal. Ich werde jetzt mal durchgehen durch den Funk. PCRD machen wir wieder an. Wir sind wieder. King4 ist jetzt 10.8. Link in 33, 10.9, Mission Row. King4, back 10.8. So. Kurz mit einer Information hier, King4, wegen dem Gericht. Bitte an alle weitergeben, wenn eine Schmauchspur abgenommen wird. Bitte das Handy mit auspacken. Und das bitte mit immer abfotografieren, dass wir das Datum, so auch die Uhrzeit mit der Schmauchspur gleichzeitig haben. Das wäre vor Gericht besser, weil jetzt wurde gerade vor Gericht dagegen entschieden. Also ein Freispruch war gerade, aufgrund dessen, dass das Datum gefehlt hat. Oh, wir werden mal gucken. Jay-Z. Jay-Z. Gut, schauen wir mal. Gut. Schönen Gerichtstermin gerade gehabt. Schön, dass wir das jetzt auch wissen, weil ich das jetzt jederzeit machen. Immer mein Datum, immer mein Handy rauspacken. Das hilft mit dem Datum in immens. Immens hilft das. Ich bin Taito David mit einem 1086, eines blauen BMWs. Mit dem Kennzeichen KAW 356. Äh, KAW leer 356. Ich hätte gerne mal backup, weil hier waren zwei Fahrzeuge gerade am Rasen. Front, away. Front, away. Front, away. 4,7. Für dich, Lukas Mayenhardt, abgemeldet. Nicht versichert. Eben schon mit dem Smash aufgefallen. Mehr checken, davor ist der SCOE gefahren. D-Klasse, glaube ich, weiß. Front, away. Sim32 löst sich auf in Link32 und bleibt in 8. Und Rookie 2 und G-107. Ligst im Tank, dann kommt man auch mal dazu. Edward, hörs Internet. Guten Abend. Hi. Guten Abend. Guten Abend. Wo ist der hier unten? Na gut. Weil der Typ, der vorhin da mit 300 vorbeigebälzt ist an mir, wo ich nicht in der Herr gekommen bin. Den haben sie gerade angehalten. Aber ich kann es nur halt in der Herr, was er da gefahren ist. Mit dem Kennzeichen Smash. Ja, was wirst du machen? Geht halt nicht. Robert R., danke für ein... Oh, was packt der da richtig? Ja, der packt richtig. Die darf man packen. Tatsächlich, wie so. Danke für den Euren für nichts dazu schreiben. Dann der Lolo. Danke für das Riesam. Der Robocop. Die Scheiße. Erstmal beleidigen. Perfekt. Immer einknicken. Nee, ähm. In dem Fall, weißt du, das Problemchen ist, glaube ich, auch, dass da weder dabei stand, von wem der Test abgenommen wurde. Es steht einfach Schmauchspur und Test positiv. Ja. Im RP muss man halt Abschnitte machen. Aber darauf sind wir, wir sind ja, ähm, es ist nicht die Schuld der Richter tatsächlich. Es ist eher die Schuld der Anwälte, dass die halt jedes, jedes klitzelkleinste Lückchen gucken. Ist halt in echt ja auch so. Ein Anwalt guckt ja auch in Real Life, wo wurde vielleicht was falsch gemacht oder wo könnte man sich rausreden. Das ist so, das ist anders. In dem RP ist das immer schwer umsetzbar. Deshalb, es wird so kommen, dass wir im RP ein paar Regeln aufstellen, auch für die Anwälte. Weil wir können unmöglich, dass wir in Real Life machen, weil uns einfach dazu die Sachen fehlen. Du kannst nicht, weil sonst bräuchten wir 50.000 verschiedene Skripts, die jede Kleinigkeit nachverfolgbar machen. Sagen wir mal, die DNA-Probe müssten wir dann exakt auf den und den und den zurückverfolgen können. Oder, oder, wisst ihr, was ich meine? Alles, alles, alles muss gesaved werden. Das wäre so viel Umstand. Deshalb, da wird es bald ein paar Regelungen dazu geben, dass halt ein paar Sachen standfest bleiben. Das heißt, wenn du das findest, ist es standfest ein Beweismittel und kann nicht angefochten werden. Muss man leider machen, weil sonst überall leider, ich sag mal, ja, vor Gericht ausgesucht werden. Dasselbe haben wir gemacht, zum Beispiel beim Kofferraum. Du bist tatsächlich, wenn du angehalten wirst, für deinen Kofferraum verantwortlich, was da drin ist. Automatisch. Egal, ob dir das Ding gehört oder nicht. Weil du in dem Fall der Besitzer bist des Fahrzeugs und du fährst es gerade, auch wenn ich jetzt nur einsteigen würde in ein anderes Fahrzeug, dann, in dem Fall ich aber hinterher. Du bist dafür verantwortlich. Und solche Regeln müssen wir einfach ein paar mehr aufstellen, weil es sonst halt fürs Gericht ein bisschen schwer wird. Also so viele Lücken halt gibt und die nehmen das österreichische Gesetzbuch und dann suchst du was und dann bist du raus. Muss ich aber zugeben, hab ich auch schon gemacht. Ich bin ja auch so, ich gucke ja auch, wo ist eine Lücke und was nutze ich aus. Ist natürlich dann schön für mich, aber unschön fürs Gericht, bitte wie unschön, für die Staatsanwaltschaft. Weil sie dann schnell verliert und das ist halt auch nicht so das Beste, ne? Boah, alter Bruder. Vom Schnee. Ganz gefährlich. Ich glaube, der ist da mit 300 runtergefahren, der kommt dann hinterher. Mann, immer auf der Erde, da vorne fährt er, da vorne fährt er. Schade, Marmelade. Ja, zu spät. Wir sind ja zu spät, leider. Mann, immer in der Gegenspur, jedes Mal die Gegenspur, weißt du? Hätte ich ihn jetzt geblitzt gehabt, hätte ich ihn jetzt einsacken können. Schade. Mark I. Feierfighter, eins und zwei wieder am Start. Jawohl, grüße. Habe ich euch gefreut, dass Ande die Grüße von mir, dir gegeben hat. Und die Grüße von dem kleinen Wuff. Jawohl. Von mir kleiner Wuff, nicht von kleiner Wuff. Der Herr hier ein Skateboard am Strand nutzt, oder? Ich glaube, aber nicht, dass ein Skateboard, der hier im Schneefeld, 12.08 für zwei Euro, danke. Ne, ne, ich höre nicht. Ein Horror, dafür, dass ich es sind. Dankeschön, ein Horror. Es geht ja sechs online, es habt ihr RLO 1000 mal 0, was? So wieder flach wird es überlegen, aber wann spielst du wieder was mal RLO? 0 geht raus, aktiv seit fünf Jahren. Achso, dann haben wir RLO 1000, ja. Genau, bis dahin. Ne, ich habe gesagt, 3.0 bleibt ja wirklich das letzte RLO, danach kommt, glaube ich, kein Update mehr. Bis GTA 6 raus, gucken wir, auf GTA 6 vielleicht was aufbauen, aber ich glaube, RLO 3.0 ist dann das letzte, wo wir gesagt haben, das wird dann final und danach kommt nichts mehr. Also, dann kommen nur noch Updates für 3.0. Ich denke, einfach kurz, Hero, bitte. Aber 3.0, das ganze Framework und so bleibt dann so bestehen, wie es dann ist. Das ist dann das finale RLO-Framework. Und das wird dann nicht mehr abgeändert. Was ich aber auch gut finde. Boah, ich freue mich da so drauf. Das wird so geil. Das Crafting-System haben wir angefangen. Das ist so Hammer. Einfach Sachen zu craften. Du brauchst halt wirklich die Gegenstände dafür. Das finde ich halt nice. Mose 167, gemischte Tüte ohne Lakritz auf meinen Nacken. Vielen Dank. Ich hasse Lakritz. Er weiß Bescheid. Ohne Lakritz der Ehre noch. Dankeschön. Ah, für uns dann immer viel Dank für das Wettbewerden. Das wird wieso. Und deine Schülter auch raus. Dankeschön. Kannst du mich grüßen, liebe deine Streams? Natürlich Daniel Schuth. Grüß mal. Schulzei schon Schuth. Daniel Schuth. Zwei Schweizer Fränken, dieses Jahr. Also bis jetzt echt wenig Verkehr. Ich glaube, Leute, sollen wir umsteigen und mal nach Kochern suchen? Ich bin mir, es sind, es sind 140 Leute immer noch da. Nichts ist los auf den Straßen. Der Hauptplatz ist leer gefegt. Die Leute sind am Kochen. Wie gesagt, wie es ist. Und dann passt der Titel heute nicht. Eine weihnachtliche Autobahnstreit. Ich fahre ja gerade dann die ganze Zeit Autobahn, aber ich dann Offroad fahre. Soll ich einfach durchziehen und einfach gucken, ob ich wen finde und komme? Könnte ich ja eben machen. In dieses eine Runde mal abfahren im Berg, wisst ihr? Einmal hinher, hinher. Vielleicht mal gucken, ob in der Stadt, wobei in der Stadt könnte ich gucken. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Chat schreibt, ja. Gut, dann machen wir das mal. Ich steige mal kurz um eine Runde. Ich fahre eine Runde mal um den Block und gucke, ob er kocht. Auf Unehre, dann fahre ich da, aber gleich mal Richtung Richtung Sandy rein. Weil Sandy gibt es ja hier. Doch, Sandy haben wir hier auch einen Parkplatz. Passt. Guck mal, Sandy. Das kann ja nicht wahrsteigen. Bis so nichts los ist auf den Straßen. Bei 140 Kleidl. Das kann ich ja nicht sein. Oh, Lammkocheln. Oh, Lammkocheln. Rüft das überhaupt? Ja, rüft jetzt tatsächlich ein bisschen. Bisschen schon mal. Bisschen kann er. Aufpassen. Ein bisschen langsamer. Bis 100 geht. Ja, Robert. Ja, Robert, ja. Oh, mobiler Blitzer in Sandy Shores mit 88 kmh geblitzt. Jawohl. Da war er mit 8 kmh zu schnell unterwegs und wurde geblitzt. Der Awe, Junge. Eine Rechnung. Oh, das stimmt. Das Kopf muss ich ja gar in die Rechnungen gucken. Ich krieg nie Rechnungen als Kopf. Das fällt mir dazu ein, weil ich ja nicht geblitzt werden kann. Ich kann ja gar nicht geblitzt werden. Das geht ja gar nicht. Oh, hier ist ja 80. Upp, 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 Upp. Fehler. Upp, 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 da, schauen wir doch rein. Ah, ist der falsch. Ich muss auf die blaue Garage, glaube ich, ne? Ah, hier ist er, ja. Haben ja alle Garages. Ich mich aber um, Dings in Zoom. Na, der ist falsch. Ich muss den anderen, den Ram brauche ich. So. Kriege ich aber mal kurz einen PCA-D. Bin ich Offroad mit King4 Offroad, yes. Und dann schauen wir mal, ob er kochelt. Bin gespannt. Edward, Ferdin meldet inaktiv einen Kocher. King4, verdammt. Weißt du, ja. Ich kann ein Chat-Shot-Fail, das ist ein Ding, nein? Wie fühlt es sich? Das ist ein Ding, wie in drei Kilometer. Inaktiv, Leute, ne? Nicht aktiv. Wir sind jetzt nicht, selbst ein Feinheit einfach. Nicht aktiv. Aktiv. Nicht aktiver Kocher ist erstmal ein Wohnmobil, etwa 13. Also wer geht denn im Winter, äh, hier, mit einem Wohnmobil aus und campen? Ich. Damit ich Ruhe vor Menschen habe. Zum Beispiel. Vor allem, äh, okay, warte. Einer hat das Kennzeichen Kocher 1, ist wahrscheinlich immer noch nur ein Wohnmobil. Vielleicht hat er gar nicht kocht. Ich kann ein Kocher im Beruf sein. Jason Miller ist bestimmt ein guter Koch. Ja. Du siehst aber im Leben das Böse. Kocher 1, auf jeden Fall zugelassen. Ja, Jason Miller, der andere auf Florian Gambino. Ah, Klassiker. Schauen wir mal hin da. Wie gesagt, doch, das wird gekocht, Leute. Das Koch ist da. Der Koch ist da. Kommen wir mal hoch dazu, Richtung Kochi. Ja, kommen wir mal hoch, Richtung Kochi. Oh, so viele Hirsch ist. Wo soll er denn jetzt sein? Also da sehe ich keinen Kocher gerade. Also entweder ich bin blind oder blöd auf beiden Augen. Oder einfach blöd. Blind oder blöd auf beiden Augen, halt das war jetzt echt dumm. Das heißt, entweder ich bin blind auf beiden Augen oder einfach blöd. Weil ich einfach nur blöd war ich jetzt gerade. Ich fahre hier noch ein bisschen ab. Wir fahren hier mal ein paar Bergchen ab. Ein paar Bergkettelchen und gucken. Ist der auch eingefroren? Der Teichhund? Nee, ne? Der ist nicht eingefroren. Kann ich mal gucken dann. Gucke, gucke. Ja, es ist halt echt fies, weil du siehst halt den Rauch auch nicht, weil der halt auch weiß. Es ist halt gerade alles weiß hier. Wie willst du halt gucken, ob da irgendwer gerade am Kröckeln ist, wenn alles weiß ist hier? Aber als Kocher würde ich glaube ich auch hier hinfahren, weil hier ist sehr geil eigentlich zum Kochen, sehe ich gerade. Gut, dass mich der Kollege hingebracht hat. Hier kann ich echt gut gucken. Ne, der ist nicht eingefroren, der Teich, der ist nicht eingefroren. Schönen Abend. Dem geht's gut. Petroleinheit oder Stadteinheit da? Ja, der letzte Dispatch ist dann für dich wahrscheinlich am nächsten. Ich bin schon außerhalb. Wir fahren mal auch mal hoch. Überall Berglöwen, ne? Die sieht man sonst gar nicht so häufig. Das liegt jetzt, jetzt wo Schnee liegt, siehst du die besser. Deshalb denkt man, da sind viel mehr, auch die Hirsche. Wie sie viel mehr Hirsches draußen rumlaufen. Aber irgendwie auch nur, weil halt der Schnee das macht, Uiuiuiui, ups. Leerzeichen SMM, Leerzeichen 506, Lamborghini Urus, Postleitzahl 888. Klingt denn Hurt? Kann ich Sie mal über Draht erreichen? Sicherlich. Ich schicke meine Nummer per Dispatch. Merci. Versichert zugelassen auf Nox, Ziegler. In vor, danke. Hier war halt auch nice. Das ist das Kocheln da unten, ne? Oh, wait, das ist ja genau. Da unten gibt es ja so eine, hier unten, da wo diese Schlucht hier ist, wäre auch nice. Aber das sieht so gleich aus der Stadt raus, ja, das sieht so aus der Stadt. Ja, also ich sehe gerade weit und breit kein Kocheln. Muss ja nichts heißen, kann ja in der Stadt passieren, dass die Leute kochen. Muss ja hier nichts heißen. Ne, hier ist nichts. Bein mal hoch. Ich fange mal auf den Berg da rüber. Auf die andere Seite. Ah, hier geht es runter. Uiuiuiui, muss ja aufpassen. Das habe ich gleich Überschlag und Krankenhaus. Ja, Krankenhaus ist da. Also wenn es mich heute überschlägt, dann war es das für mich, ne? Muss ein bisschen aufpassen im Schnee. Weg da. Muss ja aufpassen. Ich wünsche dir ein paar schöne Feiertage. Grüße bitte Florian und Christian. Der Gruß geht raus an euch beide, lieber Florian und lieber Christian. Der Gruß geht auf jeden Fall raus an euch beide, ich muss zur Tankstelle, merke ich gerade. Ich habe keinen Tank mehr langsam. Und Magdalump, ich habe drei gute Nachrichten. Erstens, Suppe wird knusprig, wenn man beim Kochen einschläft. Zweitens, der Feuermelder funktioniert noch. Drittens, was? Intervallfasten läuft. Ha! Auch nicht schlecht. Danke, Magdalump. Vielen Dank, Magdalump, für diese netten Jokes mal wieder. Wieder mit am Start. Ist immer schön, wenn Magdalump was rausruggelt. Immer. Jedes Mal, wirklich. Wunderschön. Tobias Halbwirt. Xion, wie viele Mitglieder hast du? Liebe Grüße Tobias. Ich glaube über 2000. Wir müssten über, oder, also bin ich blöd. Lass mich kurz gucken, wie viele Mitglieder haben wir denn gerade? YouTube, Dashboard? Das sieht man unter Monetarisierung tatsächlich. Die haben da gar keinen eigenen Abschnitt. Kanalmitgliedschaften. Wir haben, mehr tanzen. Nee. 1543. Hatten wir mal 2000? Das mal kurz gucken. Mitglieder insgesamt. Nee, wir hatten, wir hatten immer so 1500 circa jetzt gerade. Oder, warte, mehr Anzeigen? also die letzten 365 tage kann ich gucken unser maximales an mitglieder war sehe ich ja gar nicht das sind für den kack nee ich brauche insgesamt die mitglieder nicht das sehe ich ja gar nicht warum kann ich das nicht ja 1.500 sind wir ich dachte 2.000 sind aber 1.500 wir haben 100 mitglieder mehr als die vorletzten 30 tage letzten monat hatten wir 1.400 dieses monat haben wir 1.543 das heftig krass ich habe jetzt auf 2.000 waren geschätzt so keine ahnung wie ich da drauf kommen aber wieder komplett los dabei dieser stelle los dabei ich wollte tanken fahren ich traute hier wo ich gerade aus dem konzept gebracht aus dem konzept gebracht mitglieder der server und wie das macht ist echt toll ps ist das deine kreuz um ein paar sachen aber nicht alles ein paar sachen haben wir custom platziert zum beispiel am hauptplatz aber die light post sind gekauft das sind replacements für die light aus dem kreuz der vkw das war die gruppe 6 die wurde gerannt von einem us in weiß die sind zu viert in einer kette unterwegs da mal die augen aufhalten alle vier fahrzeuge alle vier fahrzeuge sind weiß im russ kreuzo vox sagt was wir haben gerade eben danke danke kann noch jemand die explosion bestätigen näher hauptplatz pd das ist was zwei jahren mitglied kurs ola ja für die frei wir haben die mitbekommen haben aber auch keine weiteren anzeichen den kocher seien dort hinten ein bediener näher könnte ich immer hinfahren ich schaue es mir sonst mal an aber wer lässt seinen kocher explodieren wer sehr wenigstens ein dispatch schicken können ja ich guck mal hier also hier äh fahrt man fast nie lang als 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 pop wir haben so eine schlechte idee hier mal rein und raus zu fahren aber es sieht nicht so aus als würde hier wer kochen oder vom ersten blick also hier weit und breit aber so einen weißen kocher mit weißem raucher siehst du da noch machen bisschen vorsichtiger fahren hier ja vielleicht kochen eher sehr viele in der stadt das kann auch sein die müssen ja gar nicht hier am am land kochen die können das auch in der stadt machen theoretisch ich fahr ein bisschen zu schnell wenn wir ein yes ach das ist die angewohnheit wenn man zu schnell fährt angewohnheit da muss ich mir ausdenken raus mit den mit der angewohnheit raus damit ja warte ist das hier oben ist das rauch? ne ich hab kurz gesagt das hier oben, oder? ne ist ja zwischen wolken ist ein bisschen frei ich dachte das war rauch ja so schnell kann man sich irren das ist aber rauch ja das ist rauch boah das triggert ne weil man weiß dass so viele gerade am koppeln sind das ist ja auch hier doch vorher auf was ich da durch bin ich bin ich klein genug dass ich ich pass hier durch ne Jo, passt schon. Viel Gas, Peter, viel Gas. Schauen wir mal, ob da wer kocht. Also hier ist auch eine schöne Aussicht, ne? Ich dachte gerade, dass vorne der Rauch, aber nö. Hier unten ist auch alles relativ safe, ne? Wäre auch lustig, wenn wir den anbauen sehen würden. Das wäre auch lustig, irgendwie. Boah, hier unten die Spalte ist ja mal heftig. Geh euch das mal, das wäre doch die perfekte Spalte zum Kochen. Bitte finden Sie ein Koffer.de. Ui, 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 nein, ah, ah, Alter war das knapp, oh mein Gott, huch, ich habe ihn noch gerade abgefangen, kurzer Überschlag gewesen, und ich laber noch, ich muss heute sehr aufpassen, wie ich fahre. Hahaha. Das war gerade knapp für Überschlag, ich muss echt aufpassen, Alter. Vor allem im Schnee ist es noch schlimmer als sonst. Oder siehst du die Steinchen und so, nie so krass. Hahaha. Ohohoho. Alter. Scheiß, die Wand, da war das knapp. Ich dachte, jetzt ist es vorbei, ich dachte, jetzt rodel ich da runter. Apropos rodel, wir könnten eine Rodelbahn fahren mal wieder, wäre sehr lustig. Ist halt schwer sich konzentrieren zu müssen auf die Landschaft und nirgendwo einen Scheiß reinzufahren. Ist halt nicht so easy. Ne, ist auch nix. Auch nix zu weit und breit nix zu sehen. Ja, vielleicht ist einfach nur nix zu sehen, ich bin zu... Ich dachte, das wär jetzt Rauch, aber ist es nicht? Oh, Alter! Schreck mich nicht, Berglöwe. Ne, ist auch nix. Nöö. Keiner am kochen. Ihr macht mich echt fertig, du. Ich bin genau wieder an dem Spot, wo keiner ist. Ne, denn wieder so typisch. Keine Kopfes, keine Kopfes. Ich hoffe man sieht's von hier überhaupt, von hier oben, nicht dass wir zu weit weg sind vom Koffen. Alter. Wollen wir da mal hochstellen und mal gucken. Vielleicht seh ich ja irgendwas von hier oben. Let me see, let me see, let me see. Von hier aus. Vielleicht sehen wir ja was. Nope. Ne. Man sieht ja auch nicht weit, weil alles vernebelt ist. Man sieht ja nicht weit. Ich seh schon relativ weit, muss ich sagen. Wenn ich so gucke, sehe ich schon besser, aber... Der Rauch, der spawnt ja erst, wenn man etwas näher dran ist, glaube ich. Das ist halt auch ein bisschen blöd dann. In der Hinsicht. Ein bisschen unrealistisch das Ganze, gell. Alter. Alter, bist du, Depperdok, jetzt runter? Bist du? Na, das ist nochmal nett, oder? Bleib hier mal oben ein bisschen. Ach shit, von hier können wir auch aufs Ding runter gucken. Ja. Ne, soll ich auch niemanden kochen? Vielleicht bin ich einfach nur blind und es kocht ja eh die ganze Zeit hier und ich seh es nicht. Ich schau mal. Ich schau das mit dem Handy. Mit dem Handy seh ich besser. Ja, mit dem Handy seh ich besser. Besser als mit dem, irgendein Wumsen. Da unten raucht es ein bisschen, aber das ist halt nicht der Rauch von den Kochern. Das ist kein Kocherrauch ist das hier. Ne. Steht auch keiner. Passt. Hier vielleicht irgendwo. Ne. Kein Rauch weit und breit. Passt. Ich bin wieder exakt an den Stellen, wo keiner kochen möchte. Bin ich schon in den Grund mittlerweile. Ich war dorthin, wo... Wo ich kochen würde, ne. Und da kocht dann keiner. Jetzt fangen wir einmal noch in den Wald ran und dann setzen wir nochmal um auf Autobahnstreife. Mal sieht man den Rauch eigentlich gar nicht im Schnee oder sieht man nur so ein bisschen? Das ist halt die Frage. Ich fahre nochmal über Sandy über den See drüber. Check ob da alles ok ist und dann fahren wir von Sandy Richtung... Da bin ich da zu schnell, perfekt. Von Sandy nochmal Richtung... Wald rein und vom Wald aus nochmal... Ne. Zurück. Das passt schon. Mal schauen so. Stimmt da unten wäre doch auch mal geil zum gucken. Das ist ganz sass. Das ist ganz sass. Das ist auf den Linken 27 und Rookie 33. Das ist auf den Linken 27. Das ist auf den Linken 27. Das ist auf den Linken 27. Ihr guckt ja gar nicht so oft, ne. Da wer kocht da. Hier wäre auch so ein Kochspot eigentlich. Ein bisschen hier unter dem... Ich bin ja das ganze Jahr noch nicht einmal auf dem Eis gefahren. Das müssen wir jetzt mal ausgucken wie das ist auf dem Eis fahren. Ich habe richtig Bock drauf. Rookie 33 für... Kocher. Victor eynett für 703. Ich habe einen Kocher Jungs. Und da hat der vorne ein ... C A Exempt kennzeichnet oder bin ich da irgendwo blöd? Nee, das ist ja von voran. Nee, aber am See kochen ist doch übelst doof, also wenn das wer macht, man siehts ja direkt von hier. X221-07, schönen Abend noch. Ja, fahr mal drauf. Ähm, ok. Ich glaub ich stehe, wir fahren können aufm See, da können wir ja so schnell fahren, wie wir dürfen eigentlich. X221, dann war es das, wir müssen nur aufpassen, da sind Boote überall, die eingefroren sind. Ja, man siehts ja, also wenn hier wer kochen würde, man würde es direkt sehen. Der Spot ist ja echt eigentlich nicht gut. Oh, 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 warte, 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 hier oben, wait a second. Nee, ist nur ein Baum. Aber es ist eine geile Abkürzung hier zu fahren, im Gegensatz zu sonst, ganz einfach über die Eisfläche drüber und hoch gehts. Voll nice. Wenn sie hier durch ist, das ist richtig geil. Voll die Abkürzung. Muss ja nicht mal nach Sandy durch, du fährst einfach da hin. Habt ihr gesehen, der hat gerade seinen Koch wieder gefahren, der Typ, der von vorhin. Der hat jetzt mal angehalten. Das war der, der nicht angemeldet war, der Wagen. Muss AMR beendet sein und Dings bumsen? Jawohl, kann er machen. Wie? KING TEN für X36. KING TEN für X36. KULZ, der ist jetzt bei Draht. Hast du meine Nummer? Jawohl, gerade schon probiert, keine Abkommen. Telefoniere, probiere ich noch mal. Jo check ma up, was da ist, gell, check ma up. Hab schon eine Idee, wo wir hinfahren. Schöne. Erstmal auf die andere Seite. Und vielleicht ein bisschen in den Wald rein. Guck ein bisschen. Schon auch hier ein bisschen, dass da nichts ist. Oh, oh, oh. Warte. Nee, da ist nichts. Boah, ist schon schön, mal hier so einen Winter durchzufahren. Das ist heftig schön. Ich würde schon sagen, der Droxt hat echt gute Arbeit geleistet mit dem Winter. Das ist sehr einfach. Also, dass das hier so Schnee ist. Und so ist ja eigentlich einfach nur so ein Shader, da drüber gelegt wird. Aber einfach diese Idee, die das umgesetzt haben, ist einfach gut gemacht, muss man sagen. Ist echt geil. Einfach so ein Shader drüber. Voller. Auch das mit den Bäumen und so. Die werden ja nicht... Also, das Schöne daran ist, es wird ja nichts ersetzt, die Texturen oder so. Die Texturen bleiben drunter gleich. Und es wird halt wirklich nur so ein Shader über die Texturen gelegt. Das ist halt das Heftige, was ich so feier. Die das umgesetzt haben mit dem Schnee. Ist voll geil gelöst. Richtig nice gelöst. So, hier ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht auf die Fresse falle. X-ray Fortin und X-ray Aid. Betreten, Catalina. Oh, das ist eine gute Idee, Catalina. Sehr gute Idee. Aber ich suche halt die Classy Boys. Die Jungs und Mädels, die auf ganz Classic hier noch ihre Sachen machen. Das ist ja eher Wunderluft, dass sie es nicht spielt für mich. Also meistens auch zu kochen oder so. Ach komm, dieser blöde Stein. Habt ihr auch Winterreifen? Wir haben Allwetterreifen auf dem Server. Es gibt nur Allwetterreifen. Aber theoretisch kann man sich Geländereifen dran machen. Die sollten besser sein als normale. Die sollten vor allem mit dem Schnee besser sein. Ich habe immer so überfahren. Super leid. Wirklich, wirklich leid tut es mir. Unglaublich leid tut es mir. Ich kann ja nicht aussprechen, wie leid es mir gerade getan hat, dass ich den Hasen oder was das mal überfahren habe. Können wir eigentlich für einen Wintersnack mitnehmen. Nach vorne. Ich glaube, von hier haben wir einen guten Überblick über alles, ne? Ja. Ich glaube, von hier können wir relativ gut alles übersehen. Ja, basta. Dann check ich mal ab, die Berge, ob da irgendwas komisches ist. Aber es sollte. Bis jetzt sehe ich nichts Auffälliges. Vielleicht, wisst ihr was? Aber ihr dürft mir eh nicht helfen. Ihr dürft mir eh nicht helfen, wenn ihr was seht. Nee. Nö. Da vorne ist ein Hasen, ein Süßer. Den dürfen wir nicht mehr überfahren. Ja, also bis jetzt, muss ich sagen, ja. Nichts gefunden, ne? Noch nichts. Dann liegt die Vermutung eher nahe, dass die alle in der Stadt sind, oder so. Ich fahre gerade ebenfalls ab und schaue, ob da was auffällig ist. Kollege sucht auch schon nach Kochern. Also die Suche nach Kochern war noch nie so, jetzt zur Winterzeit, da so viele Kollegen da fahren, oder? Also, hallo Kollege. Na, ist schon krass. Ist schon krass, den der Kollege da auch schon sucht. Alles, da brauche ich oben gar nicht mehr abfahren, dann hat er da schon alles gecheckt, aber dann fahre ich mal hier lang. Vor allem runtergucken ist sehr wichtig, wenn du, wenn du Kocher finden willst, du musst immer runtergucken. Das ist so gefährlich, warum man hier so oft verunfallt. Du guckst einmal nach unten und auf einmal fährst du in der Schlucht, oder so. Das ist so unkonzentriert. Und so oft passiert, dass ich da irgendwie runtergefallen habe, weil ich einfach geguckt habe, wo der Kocher steht. Ah, 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 kacke, das sind ja die spawnenden Bäume, muss ich weg. Jetzt will ich die Baumfarmen. Wir könnten uns einen Weihnachtsbaum mitnehmen hier eigentlich. Können wir machen. Eine Tanne für zu Hause, wo noch nicht. Da ist auch nichts. Also alles Sägewerk hinten ist ready. So ist nichts. Das hier hinten brauchen wir gar nicht gucken, wir müssen alles hier vorne erstmal abchecken. Äh, das ist ein... Äh. Leute. Das ist ein nicht eingezeichneter Weg, wo ich gerade langfahre. Das ist doch ein Weg, wo ich hier gerade fahre. Guckt mal. Der ist aber nicht eingezeichnet. Auf der Karte. What? Weil in GTA ist eigentlich jeder kleinste Weg. Guckt mal, sogar der hier oben. Der ist ganz, ganz klein. Freie Petroleinheit für... Ach, der hat sich eingezeichnet. Willkommen. Äh. Ja, informativ. Vor dem Casino steht eine abgemeldete G-Klasse auf Herrn Maurice Martinez zugelassen. Könnten Sie sich dem annehmen, da wir zehn unterwegs sind. Link in 45.4. Oder? Ist das ein Weg? Ich weiß nicht. Irgendwie sieht das aus wie ein Weg für mich. Ist auch ein Westphalberg ein Kollege Richtung Stadt Einwerb. Voll der Fail einfach. Mega Fail. Der ist Fahrzeug Westphalberg gleich Höhe auch schon. Ich glaube das ist gar kein Weg. Ich sehe es nur nicht, weil der Schnee drauf liegt. Ne, mal Prose. Ja, informativ. Es gibt noch vier King-Unit in einem anderen Kanal, die ermitteln. Was ist das für ein Fahrzeug? Kann ich nicht erkennen gerade. Weißer SUV zufällig? Negativ. Oh ne. Oh doch, passt. Passt, passt, passt. Ich habe Sichtkontakt immer auf verloren. So. Fahr ich nochmal runter. Ich glaube, dann packe ich das Ding ein. Ich habe keinen einzigen Kocher gesehen. Die Vermutung liegt nahe, dass die Jungs und Mädels alle entweder in der Stadt kochen oder irgendwo kochen, wo ich wieder nicht hin gefahren bin. Oh ne. Uhhh. Pff. Jo moin. Alter. Das ist so fies, diese Straße. Weißt du, man sieht es ja nicht, wo es aufhört. Meine Güte. Sind wir bei anderen Autos jetzt Krankenhaus ab hier gewesen? Ah, da fährt jemand. Scheiß. Ich habe keine Ahnung. Wollen Sie da hoch? Ja. Okay. Fahren Sie mal hoch, bitte. Aber pass auf, hier oben ist sehr steil. Ich bin jetzt fast runtergefallen. Okay. Sehr steil hier oben. Alles klar. Haben Sie Winterreifen? Aber selbstverständlich. Ja, passt das. Wir sehen. Tschüssi. Tschüssi. Okay, auffällig, dass der Wind wie. Aber gut, der will vielleicht trudeln. Der möchte vielleicht noch über den fahren. Gut, dann parken wir das Ding nochmal um, dann fallen wir auf die Autobahn. Aber es bleibt und ist, es ist und bleibt ein Rätsel für mich, warum ich hier keinen finde. Und ich habe alles abgefahren mir gefühlt. Alles. Ja, ging nicht mehr. Ich habe alles gegeben was ging. Vielleicht ein bisschen in der Stadt gucken. Maybe. Alter, in der Stadt mal rumfahren und gucken, ob da irgendwas auffällt. Weil Sie haben ja gesagt, bei der Polizei ist ja was explodiert, ne? Die Sache ist, es könnte. Es könnte sein, dass es nicht da wäre. Aber der ist mittlerweile 100 pro weg, wenn da was ist. 7 plus 17, was? Das könnte, ne? Ähm. Nur die Frage, wie lange seid ihr noch? Hoppala. Herr Hirsch. Und dann los. Die geplanten Landung ist 21.53. Wie viel wird danach denn definieren? Okay. Jetzt kommen wir ja hier schon von mal hin. Also auf, zurück auf die Highspeed. Leider keinen Köcher gefunden. Das ist sehr traurig. Äh. Jason LPD Lucas. Beste Server, kenne dich schon seit dem ersten Video. Kuss? Seit dem ersten Video. Was war denn mein erstes Video? Ein allererstes Video. Als ich schummeln. Das erste Video, was ich hochgeladen habe, ist nicht das, was online ist, ne? Irgendwas draufkommt. So. Kann er nicht wissen. 20 Dollar. Beschädigungs-Kosten. Danke Robert. Danke. So. Blitzer. Back am Start. Mal umtragen. Tja. Komplett. Äh. In, 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 in Sting gegriffen. Highspeed. Komplett ins Popperl gegriffen. Gäh? Hast du schon. Auf einmal sehe ich da jetzt jemanden kochen und rostig aus. Aber komplett, komplett der aus Rosterei. Nein. Komplett. Das ist 80. So. Ähm. Ich weiß jetzt welche Grafie mit hast du gerade. Meine eigene. Die. Oh. Unter mir fährt jemand. Die. Diamond Vision Grafie Mod. Oh Gott. Zwei Eins Drei. Oh wie. Ähm. Da war Schäbern gehört. Bin grad geklaut da vorne. Warte mal. So ein Klauterwagen? Voller. Bist du bald fertig, Kollege? Ich bin dir jetzt auf Morse-Code umgestellt. Du Ben-Streck. Doch bitte nicht. Ich hab keine Lust, das noch zu lernen. Was? Du als alter Hase müsstest du noch können. Ah, okay. Ah, ist gut. Das ist schon wieder mal nicht angemeldet oder so. Das ist aber immer schon nachkontrolliert. Man weiß ja nie, was die Leute verstecken, ne? So, äh, Tim Gruber. Kennst du denn das Boot? Natürlich. Irgendwie ist es heute zu ruhig. Scheiß doch bitte nicht. Ja, meine Vermutung liegt nahe, dass die in der Stadt alle kochen gehen. Wenn du die ja nichts findest. Also meine, oder auf Katalina oder sowas. Aber Katalina fahren sie ja auch schon ab. Boah, das ist so schwer, ne? Tim Gruber, danke fürs ZLP werden. Jochen, der Rochen. Der Ram in Weiß hätte was beim Kochsucher bei Schnee was. Achso, der Ram in Weiß, meinst du? Der Ram, ich dachte so ein Ramriegel in Weiß. Ja, aber der Rochen, kurz du draus. Ja, Kiezer Fox, danke fürs ZLP werden. Vielen, vielen Dank. Hahaha. Der Ram in Weiß. Ich dachte mir grad echt so einen weißen Ramriegel. Der Kocher sucht. Ich denk mir so, hä, was? Also Dodge Ram. Perfekt. Hahaha. Da fährt so ein Ramriegel rum. Seh ich mich. Naja, so dass du da was findest. Mal hier runter gucken, vielleicht ne Runde aber. Oh, guck mal, die haben so schöne Sitzplätze hier. Da könntest du umbauen für so Santa Claus, der hier wartet. Oh, meine Mütze ist weg. Da seh ich gerade meine Mütze. Mal hier so ein... Egal 28, 1076 Mission Road. Wie so ein Santa Claus. Ne, so ein Santa sitzen würde. Hier kommen die Kinder vorbei und die sagen, was der wünscht. Perfekter Spot dafür. Da hinten einer kocht. Ne. Auch nicht. Oh, wie das nervt ey. Frage haben wir in der Nähe jemanden von der Pizzerie. Beziehungsweise Mission Road. X-36 ist am Autos. Pink 10 ist an der Tankstelle südlich vom Mission Road. Ja ne, es geht ausschließlich Junge letzten Dispatch. 10, 4. Bast. Dann suchen wir heute ein bisschen in der Stroh. Da muss man waschen. Tief. Bastiert jetzt mal, Herr Funk. Also die Leute rasen nicht. Die Leute kochen anscheinend hier nicht. Also... Bin schon am verzweifeln, Holbert. Bin schon fast am verzweifeln. Der fährt da mit 125 gefühlt, dass ich ganz lange brauchst. Überholen. Die Verzweiflung ist groß. Oder steht wer mit seinem Auto. Ich würde so lachen, die alle hier hinten kochen würden. Aber ey, wer kocht denn da hinten schon? 100 pro kocht halt jeder. 100%ig. Und ich hab da nicht geguckt. Ich hab hier drüben alles geguckt. Hm. Zum kratzen. Wir aufpassen. 100er Zone. Bicht die unwichtig, Leute. Ein bisschen aufgepasst. Ah, kopflos. Ich liebe sie. R1 meldet. Drogendealer frei. Nichts. Boah, ich dachte der meldet jetzt. R1 1076. Mission Road. R1 hat auch nichts zu finden. Also... Das kann ja nicht wahrsteigen. Die R1 ist ja drüber geflogen. Glaub ich, ne? Was machen die Leute? 122 Leute. Und alle sind zu weg. Die sind alle in der Stadt. Ich schwöre, die kochen dort alle irgendwo. Die haben irgendwo so einen Kochspot. Weil sie so einen richtigen... Richtigen Köchelspot haben die sich da jetzt hier immer aufgestellt. Und wir cops suchen, 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 suchen. Finden nichts. Einfach weil die der Stadt sind. Und das werde ich jetzt abchecken. Ich werde in die Stadt fahren. Und werde jetzt danach suchen gehen. Adam 11 mit einem laufenden 10 ADV mit einem Coca-Cola Truck. Wir wurden gerade gegen einen Baum gerammt. Oder was? Für die? Jetzt Mechaniker. Er fährt auch nur 60. 90. Überfährt rote Ampeln. Aber ist nicht zu schnell. A 110 tap. Interview Volia Richtung Norden. Der Truck oder... Ja gut. Ich sage mal nix dazu. Also wenn der so weiter fährt, fällt irgendwann mal der Anhänger um. Victor 17. Gibt die Chance für 17. Es wird 14.05. Willst du wirklich ein T-Pack Manöver probieren? Ja. 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 Also probieren kann man es ja. Im Moment schiebt er mich einfach nur rum. Das wird nichts. Oh. Alter. Hä. Hä Hä. Häераah. Hey. guessed ein bisschen Surrey. Haha. Ah hatte ich den oralen comum del surren. Edward, 14107, C6, Frau Lithopidi. Na ja, fahren wir hinterher, bis er keinen Sprint mehr hat, ne? Fährt jetzt Richtung Ocean. Fahrler sind dran, ich hab nichts zu tun gerade. Jetzt fahren wir Ocean. Der rammt anscheinend Leute weg. Hat schon dann die Plates geteckt. Jetzt sind es hier Exemplates, aber ich find's nicht in der Datenbank. Perfekt, danke. Danke Weihnachtsbeleuchtung. Danke. Okay. Rookie, 45, 10, 7. Vater kommt zum Stehen. Und macht Weihnachtsmusik an. Setz die Fahrt fort mit Weihnachtsmusik. Da sind sie. Da ist der, der Xym Cola Truck ist das, ne? Ja. Ich halb nicht mal dran. We're closing. Ja, Samax. Ich will eventuell vorziehen und Nagelbänder legen. Der trägt dich auch gerade weg, oder? Ehe ich mich. Schiff Tour wieder im Funk und kümmert sich um den letzten Dispatch. Let's go. Ich sag mir mal an, wir wollen, oder? Ein Coca-Cola Truck. Er kann nicht lesen, da steht nicht Coca-Cola Truck. Was steht denn da drauf? Xym Cola steht drauf. RKW ist abgebogen für den X7. Fahrtrichtung. Juwelier. Juwelier gleich vorbei. Südlich vom Juwelier links auf die Straße, die unten in Richtung Rockport Plaza endet. Der spielt aber Weihnachtsmusik. Boah, der fährt ja jeden Weihnachtssings-Beleutungsding um. Ich könnte kotzen. Ja, schön wär's. Ach, du heilige Scheiße. Der macht's uns echt schwer, ne? Oh, 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 oh. Räutenfest. Räutenfest. Oh, scheiße. Ne, der rammt alles weg. Das war so nicht beabsichtigt. Aber ich glaub, er hat grad seinen Hänger verboten. Na, immerhin. Wir sind schon vier Einheiten dran. Ich glaub, das reicht. Soll ich mal irgendwo vorfahren? Probier ein Nagelbinder legen? Das wär optimal, ja. Ja, dann fahr ich mal vorricht auf den Hauptplatz. Fährt ja auch sehr aggressiv. Haben wir eine Bierkette zufällig? Könnt ihr eine ausparken? Ich könnte einen Suburban anbieten. Aufpassen, ich lege jetzt gleich... Ja, dann sollten wir vielleicht mal auf sowas wechseln. Hinterher kommen wir ja. Ich lege jetzt an der Kreuzung, wo's zum Abbiegen ist, Richtung Hauptplatz und Richtung Dings Nagelbänder. Oder die Kommandozentrale in den F-350 könnte ich anbieten. Aufpassen, da liegen zwei Nagelbänder. Aufpassen. Ja, ziemlich schön. Alex, soll ich die Bierkette auspacken? Du kannst fahren, wenn du willst. Schwierig. Eieieiei. Versuch was wert. Ich darf leider nicht. Versuch was wert. Wenn ich das erlaube, dann darfst du die auch fahren. Ähm, extra 1. Ich bin bei eben King-11 vorbei, da kann der nicht fahren. Ich bin da auf deine holen. 10-20. Fahrt Richtung uns. Richtig. 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 Wo seid ihr? Klackigen, geil. Versuch nochmal Nagelbänder legen, vor ihm. Ja, ausgelöst. Einmal Nagelbänder. Zwei Reifen rechts sind kaputt. Na, einer. Entschuldige. So macht man's mit Nagelbändern heute. Also eigentlich wollte ich ihn kontrollieren, aufgrund dessen, dass er bei der rote Ampel gefahren ist. So setzt mein Nagelbänder eins. Klappt ja. Was soll ich mit dem Zuburben bei dir machen? Soll ich den wegschieben, oder? Probier den mal zu bitten. Wir zeigen mal schnell die Billcat und dann kommen wir mit der Billcat. Die weihnachtlichen Vibes kommen, Leute. Der Xion Cola Truck ist in der Stadt. Besonders das Einreifen mehr kaputt und dann kann ich ihn umdrehen. Ich könnte mal ein bisschen vorfahren und probieren, dass ich ihn nochmal bekommen. So in dem sind übrigens Linken, 19, 18. King 11, was ist die Billcat? Positiv, muss man eben auftanken. 1020? Was weiß ich, liegt Nagelbänder? Aufgetankt und kommen jetzt. Malik, ich versuch den nochmal von der anderen Seite zu bitten, weil er auf der kaputten Seite ist vielleicht intelligenter. Ich würde den versuchen, da reinzubauen. Ich glaube, wenn der einmal steht, kriegt der den noch nicht mehr angefahren. Ja, nur angeschoben, wenn dann. Wir warten kurz, bis die Bierkette da ist und dann stehe ich mich nochmal rum, oder? Der Tank müsste bald leer sein bei dem. Ich baue den jetzt nicht ein. Für mich wird sich das keinen Sinn übergeben. Ich baue den jetzt nicht ein. Für mich wird sich das keinen Sinn übergeben. 1020? Ehm, seine Hand muss ja vom Gruppen schon eingeschlafen sein, oder? Es gibt seine L 수가票. Ch Englöchler. Ehm, mein Lkw ist meist nur ein kleiner Knopf am Scheibenwischer-Med이라고. Hast du okay? Das ist der Henkel auf seinem Hut. Das muss sich bei der Geschönlichkeit auch nicht konzentrieren. Das stimmt ja. Passt mal dem Bierkett vom Hut bei. Hello. Der Bierkett ist da. Er zählt zum Problem. Er wartet nur bis der hier aus dem nicht besiedelten Gebiet raus ist. Problem ist der fährt die ganze Zeit schon hier rum. Ich glaub der fällt da nicht raus. Ja gerade oben zum Beispiel die lange Straße beim alten FD. Die war ja gut. Nur da halt nicht direkt. Warte Bierkett. Er versucht mich zu bitten. Zwei Bierkett. Ah wir sitzen da drin alter. Jetzt haben wir zu. Gib ihm. Oh jetzt wird er zugebaut. Einbauen einbauen. Komm die hinteren Fahrzeuge aussteigen und stellen. Und wir haben ihn. Das war gut. Hä? Was für ein Zauberon. What the fuck. Vorsicht, Vorsicht. Mein Auto. Wie ist der Deppert. Alter. Achtung er brennt, er brennt, er brennt, er brennt, er brennt. Naja nicht dass der gleich hoch geht. Das wär nicht so gut. Das war mit zu bürben. Mit dem Anhänger los. Was? Oh ne mein Auto. Ist er da drin auch, oder? Glaube ich. Naja ich kann mir sehr. So wie die Wuppe. Ihr klopft? Ne ist leer. Ernsthaft? Ihr klopft wer? Ich muss sagen. Ihr klopft wer ne? Ihr klopft wer ja. Hier. Ja. Mhm. Ich hatte damit ne Frage. Gibt es irgendwelche laufenden Einsätze? Hallo. Positiv. Tenet TV. Die... Frage ist da schon ein Code vor? Ja vorerst. Das ist ein Code Fragezeichen gerade. Ja Tenet vor. Uiuiuiui. Ja Retortent für Sie. Zuford in der TV mit LKW. Ja Tenet vor. Ist da noch Unterstützung benötigt, oder? Negativ. Check. Victor Tenet dann 76. Schnauble den. Die Raum ist auch leer. War schon wieder eingestiegen. Der hätte jetzt aus dem DNA Test gemacht. Ja der war ja auch weg vor allen Dingen. Und ist dann wieder vom Himmel gefallen. Und hat gebrannt. Mal ganz davon abgesehen. Warum hat das Ding gebrannt auf einmal? Keine Ahnung. Ja gut dann fahren wir ne. Keine Täter. Ja dann aufschlappen und fertig. Wer noch eine freie Victor-Ansetzung für den Group gibt. Bestell mal Mechaniker. Schau mal ist der Name. Matze! War das Matze? Wer ist denn mit dem Scheißding gefahren? Ist der weg gewesen? War das Anden? Oder war das jetzt Matze? Weil mein Auto sitzt schön kaputt. Ich hab ne Mitnabeberichtung. Ich könnte dich mitnehmen gleich. Da gehts. Wollen wir schon das Auto an ey. Ein Werkzeugkasten dafür? Ja Tentvor. Äh gib mir noch 5 Minuten. Du hast doch was verloren. Deine Schürze. Ich weiß. Kann sich erstmal wieder anbauen lassen jetzt. Das sieht echt komisch aus. Da ist einer. Da ist Suburban müde. Suburban schlafen. Ja. Kingy Left treffen uns ein bisschen raw ne? Ja. Ganz böse. Ganz böse gewesen gerade. Ja. Oh ja. Na ja. Muss halt das FD kommen. Ja. Muss halt das FD kommen. Ist ja nicht so schlimm. Ich hab den Challenger. Ja. Ich hab ihn jetzt gemessen mit 154. Sichtkontakt dennoch verloren. Äh. Hat Unicorn passiert. Danach Sichtkontakt weg. Ist das Standort? Kingy Left. Ich fahr nochmal eben über den Mechaniker. Check. Frage was für ein Fahrzeug? Challenger in schwarz. Ich meine ich hab da noch ne rote Unterbodenbeleuchtung erkannt. Absichtkontakt. Entschuldigung. Der Kollege ist über rot gefahren ne? Ich würd's nur gesagt haben ne? Ich würd's nur gesagt haben. Ich würd's nur gesagt haben. Bis draußen. Schau mal hier. Weihnachtliche Stimmung. Ja. Vorm Juve. Weihnachtsstimmung vorm Juve. Da seh ich mich. Ist kaputt. Perfekt. Irgendwer hat mir per Mail, by the way, ein Skript gesendet, dass diese ganzen Poles mal gefreezed sind. Ich glaube das werd ich mal drauf installieren. Auf 2.00 maybe. Mal schauen. Ah, schön. War der einzige Polizist mit ner... jetzt so ner Haube. Mit ner weihnachtlichen Mütze. Naked 35, 1086. Mit dem Challenger. Kennzahinforcer. Neben Meshropedy. Auf der Brücke. King Ford in Sixth Mechanic. Korrekt oder so? Ein Charger. Sehr positiv Charger. Alles was größer ist, muss da drüben an den großen Frauen reinfahren. Darf schon auch für die Kundschaft sagen. Autos. Ja? Da stehen die ganzen Stützen. Seid ihr auch noch welche? Ja, dann schauen wir mal. Genau. Ja, weihnachtliche Stimmung wegen Robert. Natürlich. Und ich hab neue Outfits bekommen. Schau, weihnachtliche Outfits. Da klingelt's im Kasten, da klingelt's. So was essen seh ich gerade. Ich hab doch im ganzen Tag nix gegessen, ich muss mal was essen. Weihnachtliche Festtage, ja? Bisschen was trinken, ein bisschen was zu erzielen. Kann ich den Polizisten warten auf Mechaniker? Ja! Könnt ihr für mich kurz die Heckklappe runter machen? Ich dachte, dass halt voll die Front kaputt ist. Danke an denjenigen, der das gemacht hat. Aber ich kann eh nachgucken, wer das war in dem Dings eigentlich. Ich werde nachgucken. Ähm. Let me see. Okay. Das war, aufgepasst. Ähm. Ey, sie sind ja ganz, äh, kein Video. Na warte, 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 ich komm noch drauf, ich komm noch drauf. Ähm. Ah, nee. So komm ich nicht drauf. Nee. Oder? Doch. Ähm. Ja, Matze war das. Matze, du Stück Scheiße. Das war Matze. Blödes Stück, Alter. Matze ist dran schön, dass es kaputt ist. Matze ist es. Nee, es war nicht an, das war Matze. Anscheinend. Schau, Matze, was du angerichtet hast. Guck dir das an. Und kein Mechaniker da. Und Matze ist ja Mechaniker. Matze, jetzt musst du herkommen und das hier reparieren, ist deine Schuld. Brauche ich gleich einen Slash-Support, hab ich gesagt. Zäh. Da hab ich noch einen Werkzeugkasten hinten drin. Mal gucken. Natürlich nicht, aber zwei Panzerungen hab ich drin, das passt. Wegen Matze muss ich jetzt Wartungs-RP machen. Ich dachte es war anscheinend Matze. Matze hat das letztes dieses Fahrzeug gespawnt, also muss es Matze sein. Also muss es Matze sein. Hä? Schau, ob ich auch nicht mal angesprochen werde. Ich bin sonst immer hier, da fragt mich wer. Möchten sie irgendwas in dem Auto machen lassen? Sag ich ja. Keiner da, der mich fragt. X-Trail 1, zurück nach Powernap und 76, ähm, stay prison. Wartungs-RP. 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 Guten Abend. Guten Abend. Einmal ne Reparatur vermute ich. Genau, vorne die Front ist abgefallen. Wegen dem LKW. Okay. Ah, okay. Ihr müsst ersetzt werden. Jo, hol dich mal direkt ane. Alles klar, dankeschön. Gleich wieder da, ich komme rein, ich bin mal ne Pisspause. Ich bin ja gleich wieder am Start, Leute. In der Zwischenzeit, Leute, lasst kostenlosen Like. Da würde mich freuen auf die 6000 Likes. Holen wir mal raus. Mit einem Alfa Romeo mit dem Zeichen EMT. Verschlossen. Ja. 38. Ach, tschuldigung. Da ist ja einer drin gewesen. Ah, das wäre auch noch nicht passiert. Jutti, dann haben wir hier unser Klo. Nicht schreien gehen, da ist ja drin. Da ist ja drin. Egal. Warum? Der pisst gerade. Also, da hinten, da hinten ist das Klo. Da. Da gehen wir jetzt mal nicht hin. Genau, da gehen wir jetzt nicht hin. Und hier kann man die Hände waschen. Also, ich würde gleich mit groß anfangen, ja. Ich muss aber auch. Okay. Dann gehen die zuerst. Das würde ich nicht gehen. Ja, aber ich muss auch groß. Ja, dann kommen. Dann gehen sie zuerst groß. Echt? Dankeschön. Sehr lieb von Ihnen. Spülen hätten sie schon können, ne? Ja, ich habe gedacht, Wasser sparen. Wir sind in der Energiekrise. Ja, okay. So. Gut. Dann haben wir hier den Pilschrank. Da gehe ich mal groß, Leute. Nee, ich gehe nur ganz schön pissen. Und dann, äh. Welch wieder da? Auch noch nie passiert. Äh, auch noch nie passiert. Auch nicht. Ich habe bei 1 zu 7, haben ja kein richtiges Klo, ne? Schön, dass es noch richtige Toiletten gibt irgendwo. Ach. Kannst du gerne machen. Aber bitte. Ach, es wird sich schön. Dann so, ich bin gleich wieder da, Leute. Bis gleich. Auf die 6 Likes, wenn ich bitten darf. 6 Likes, bitte. Danke. Geh. Und hier. Längen 35, den 86 end. Jetzt einmal mit Escorte zum Mechaniker. Zwecks Schaden und Prozess. Aus. Gerne Black Leningfly Hey, per S come, lebe man. Pimpernau. Helme nachziehen. Helme nachziehen. Die quarantine дос Noider. In temperaturenی querbanen, gestба若ens geschlüsseln Look. Te GuerreroFu Herbein. 3-2 3-2 3-2 3-2 4-2 4-2 4-2 6 4-2 4-2 4-2 4-2 5 5 5 5 5 5 6 5 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 13 13 18 19 18 25 25 25 25 25 75 25 25 45 Ich fahre nur nach, weil ich jetzt noch nichts gefunden habe. Vielen Dank. D-45-Ten 86 mit einem Alltreimer Classic Fahrzeug. Classic Fahrzeug mit dem Kennzeichen MRRYX Mess. An Mechaniker. L-C-Lineite und XSV werden Addams ein-Ten. L-C-Lineite und XSV werden Addams ein-Ten. 1.1.2. 1.2. 1.2. 1.2. 2.3. 3.3. 3.3. 3.3. 3.3. 7.76 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das lief zu meiner Zeit, wo ich so ja im Kindergarten war und so in der ersten Schulzeit. Sowas lief damals wie beim Radio. Heutzutage läuft nur noch Müll gefühlt, immer dasselbe. Sehr schade drum. Jetzt ist der Pferd so schneller nach vorne. Ich sehe was oder nur schneller Pferd da vorne, ne? So, schauen wir mal, ob er den 100er passt oder nicht, weil der ist ja Führer schon weg, weil er jetzt hier nicht 100 fährt, ne? Und er fährt mit 130. Führer schon eigentlich fack, ne? 130 für Lincoln 43. Front, away. Fertig. Front, away. Front, away. Und hat irgendwer sich da kommt. Ich halt nochmal an dich. Ich kann das nochmal sagen. Ich werde ihn nochmal verwarnen, mündlich. Ist er das überhaupt? Ja, das ist er doch. Nee, das ist ja gar nichts für anderes. King 146 mit dem Kennzeichen Mark E. 30 km war zu viel. Ich dachte, das wäre er. Guten Tag. Guten Tag. Und auf Wiedersehen. Und so scheiße sieht man sich wieder. Ach, waren Sie das vorhin auch in dem Mercedes? Ja? Ja gut, nee. Ich habe nicht zuerst gedacht, das wäre eher Mercedes. Jetzt habe ich nochmal geguckt, ob sie sich wohl dran halten. Im Tunnel ist 100 statt 130. Aber da war doch ein Schild 130. Ja, aber 130 Aufhebung, weil im Tunnel 100 ist. Aber ich gebe Ihnen eine Verwarnung darauf. Ich wollte nur sagen, schauen Sie am Tunnel. Gegenüber der Tunnel, Military Base, dasselbe Problem. Hier ist 100 im Tunnel und in der Stadt ist im Tunnel auch 100. Ach so, und ich dachte das, ach so, okay. Probieren Sie mal beim Tunnel, wenn Sie vor dem Tunnel sind bei der Einfahrt, dann hebt er den 130er auf, dann steht 130 durchgestrichen und dann steht da 100. Und deshalb steht, wenn Sie aus dem Tunnel rauskommen, 100 durchgestrichen mit einer 130. Da ist dann die Kontrolle aufgehoben. Ach so, okay, ja. Aber ich glaube es jetzt, weil es jetzt nicht wusste, ich gebe Ihnen eine Verwarnung. Ich entziehen jetzt nicht eine Tür wahrscheinlich. Ich könnte es jetzt, aber ich mache es jetzt nicht. Ich habe ja gesehen, dass Sie jetzt mit 130 Baf gefahren sind und es ist da halt nur nicht gesehen anscheinend. Ja und ich bräuchte den auch beruflich tatsächlich, den Führerschein. Ja, gut. Und fahren Sie weiter und passen Sie bitte beim Tunnel nochmal auf, ne? Mach ich. Alles klar. Vielen Dank. Was ist das, was mir gerade auffällt? Ja, okay, jetzt gehts wieder. Ich könnte vor allem mein Licht nicht anschalten. What the fuck, was war das denn halt für ein Bug? Ich habe jetzt zweimal drücken müssen, bis er mein Licht angemacht hat. Das Auto. Ganz komisch. Strange. Also habe ich zweimal so gemacht? Ah, jetzt. Eins. Zwei. Hä? Das ist der Lichtge... Ah, ich weiß warum. Ah. Ja, 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 ja. Das ist ein Bug bei dem Auto. Passt mal auf. Tenfall, können Sie kurz an Empfang kommen? Das ist wegen dem Lichtkegel vorne. Jetzt gehts, guck mal. Eins, zwei. Jetzt habe ich den Lichtkegel vorne. Wenn ich das abbaue, habe ich den Lichtkegel nicht. Das muss gefixt werden. Da ist kein Secondary Light vorne verbaut. Deshalb kriege ich kein Licht. Ich denke, warum habe ich kein Licht an, aber hinten schon. Na, das erklärt so. Jetzt muss ich das Ding hier anmachen und... Ja. Geil. Hahaha. Ich habe also gar kein, kein Fernlicht, wenn ich das nicht dran habe. Aber es sieht kacke aus. Richtig bescheuert. Okay, aber weiß ich, was ich fixen muss bei der, bei der Kiste. Auf 3.0 gefixt, sag mal so. Im Vorteil hätte ich sechs beendet. Ich denke mir nämlich, was sind das für ein Bug. Das heißt, ich kann ohne, äh, nicht mit Fernlicht fahren, so. Ohne mit. Genau. Echte Polizisten sind am Blitzen. Oh schon. So könnte man blitzen, schau. Blitzig jeden, der vorbeifährt damit. Oh, weißt du, was geil wäre? Wenn man blitzt, dass es doch wirklich im Auto raus so einen Blitzer gibt. Das ist ja richtig nice. Weiß nicht, ob man das umsetzen kann. Das ist der Sound, ob ich springe. Er fährt entspannt in 1030, da sieht man. Er wird auch ganz gechillt und entspannt. Ich wollte eigentlich rüberfahren, Richtung, äh, Dings hier, abfahren. Ja, Sandy wollte ja fahren eigentlich. Dieser Typ mitgegengekommen ist, der vorbeigefahren ist. Danke für das Lied und frohes Fest hier. Bitte Florian, immer wieder gerne und dir auch frohes Fest. Ruhe Festnacht, genau. Ah, Gigi, Gigi Diagostino. Ich wollte gleich live sehen, aber leider, ähm, hat es das Festival verschwoben. Und dann hat es gleich stattgefunden, das Festival. Ich hatte Tickets für so ein Festival und da wäre, Gigi Diagostino wäre dort gewesen, der Gigi. Und, ähm, das Traurige ist jetzt, dadurch, dass es nicht stattgefunden hat, habe ich ihn nicht gesehen live. Und das zweite Traurige ist, der ist jetzt schwer krank. Und man weiß jetzt nicht, wie es ihm geht, so. Ich, ich glaube, äh, er hat jetzt Krebs bekommen, leider. Er hat nämlich, letztes Mal ist er auf Insta gepostet, vor einem Jahr oder so, dass es ihm nicht so gut geht. Da siehst du ihn halt, wie er auf, auf so einem Rollator geht und ganz abgemagert ist und so. Ich glaube, er hat Krebs bekommen. Das ist halt immer so eine Scheiße, ne? Wie schnell das einfach geht. Du wolltest ihn ein Jahr davor noch live sehen und auf einmal hat der Typ Krebs. Das ist so, hm. So eine Scheiße ist das immer. Ich muss doch mal gucken, wie es ihm geht. Das ist, äh, das wäre echt schlimm, wenn er weg wäre. Ah, Kindheitsmusik. Musik aus der Kindheit, du bis heute hörst sehr gerne. So musst du es schaffen. Der war so weit voraus mit seiner Musik. Das muss man nur noch sagen. Die Mucke, wenn du die heute anhörst, ist immer noch zeitlos. Du kannst es immer hören. Einfach zeitlos. Aber es sind immer die guten Menschen, die dann also weg sind. Weißt du, das ist immer so, hm. Schon traurig. Es trifft immer auf gute Menschen. Aber seitdem hört man dann nichts mehr von ihm. Also der, der lässt es ja komplett privat, was jetzt ist. Aber kann man auch verstehen. Aber leider hat man nichts mehr. Oder was für ein Künstler stimmt, ähm, Young Isaac zum Beispiel. Da hab ich immer mit Booty drüber geredet. Ist so ein, äh, ich sag mal ein Newcomer Rapper gewesen. Den haben wir übelst gerne gehört. Ich hab den auch immer im Auto gehört und so. Und ich weiß auch, Booty saß damals mal mit dem Auto. Und dann hab ich ihm dann da gefragt, wer das ist. Hab ich ihm, äh, gezeigt, so wer das ist, so. Jetzt kein richtig krass berühmter Rapper. Aber einfach geile Stimme und so gehabt. Ist dann, ist dann einfach verunfallt. Und, ähm, war dann im Koma. Und ist jetzt gerade wieder dabei, sich, ähm, ähm, wieder aufzubauen, ne. Aber es geht halt so schnell. Der ist, äh, der war auch auf einmal weg. Du hast nichts mehr von ihm gehört. Und auf einmal machst du dir halt so Sorgen und so. Dann gab's schon so die ersten Spekulationen, so, dass irgendwas nicht passt und so was. Das ist halt auch krass. Wenn du einen so einen Künstler so verfolgst und dann guckst du dir die Mucke an und hörst dir die Mucke an und alles. Und auf einmal liegt der Typ im Koma. Du hörst nichts mehr von dem so. Und man hat ja doch irgendwie so eine Connection mit den Leuten. Also, einmal bei Künstlern, so Musikern, da ist ja Musik so eine Connection irgendwie zwischen einem. Auch wenn sich der Künstler natürlich nicht kennt. Aber, da bist du halt so richtig schockiert, wenn sowas passiert. Ganz klar so. Der ist jetzt gerade wieder voll am Aufbau. Und der muss halt, der hat, der muss jetzt wieder gehen lernen und alles. Ich mein, das kann so schnell gehen im Leben. Man weiß auch nicht, ob er wieder Musik macht irgendwann mal. Oder ob er das kann, ne. Aber er ist jetzt gerade voll am Aufbau. Und voll der starke Mensch. Also, wenn man sich das so anguckt. Man sieht, also ich folge ihn ja so auf Insta. Da siehst du halt, wie er wirklich im Fitnessstudio sitzt und da wieder trainiert und alles. Dass es dann wieder gehen kann und so. Das ist halt echt heftig, wenn du sowas siehst. Musst du halt echt ein starker Mensch sein, so. Man postet ja oft doch so Sachen von früher, wo er noch gerappt hat und alles. Ja. Also, wie ich sag, das kann halt so schnell im Leben sein, dass es halt irgendeine Scheiße passiert, auf die du halt gar nicht, also du denkst ja gar nicht so drüber nach. So, man soll es halt genießen. Ach. Man lebt ja nur einmal. Wer ist das? Young Isaac. Und die A´s sind zwei V´s. Also, I-S-V-V. So muss ich das schreiben. Oder mit einem C. Und Young mit Y. So muss ich das machen. So muss ich das machen. Also, hat echt geile Lieder gebracht. Wirklich geil. Habe ich sehr gerne gehört. Hör ich immer noch im Auto. Ich habe immer noch die Mucke im Auto drin. Sehr geil. Hier ist ja auch nichts gerade. Kein Auto. Niemand da. Keiner da. Allein, allein. Ich bin wirklich allein hier gerade. Nichts. Über 90 Leute da. Hm. Hm. Wenn ich heute wirklich nichts mehr finde, dann gehe ich vielleicht ein bisschen Swat spielen. Das Wort sei schon. Ähm. Radio Nord. Haben wir letzt mal einen anderen 12 Stunden stream gezockt. Ist echt geiler Spiel. Vielleicht später noch eine Runde Radio Nord mal gucken. Hm. Erst blinken. Dann abbiegen. Solche Unfälle passieren dann echt auch. Dass der nicht blinkt. Dann willst du ihn überholen. Und dann blinkt er links ab. Ohne. Und dann blinkt er erst am Ende. Perfekt. Die Radio Nord ist nämlich richtig geil. Vielleicht äh. Da müssen wir halt gucken wir noch online bis um die Zeit. Radio Nord 2. Radio Nord 2. Radio Nord 2. Radio Nord 2. Erinnert mich so an Swat 4. Ist ja eigentlich eh eine Nachfolgerung von Swat 4. Radio Nord 2. Glaube ich. Die haben es einfach so ein bisschen angelehnt auf Swat 4. Ja. 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 In einem Straßenwagen. Das ist die. Äh. So ist der Elke wieder. Chill darin und der Bass. also so ruhig war es noch nie Leute ich habe schon vieles auf RLO erlebt aber so einen ruhigen Tag wie heute gab es noch nie also wie gesagt meine Vermutung ist dass alle in der Stadt kochen sind bisschen tue ich es nicht aber ich vermute es mal weil wir sind ja mit der R1 sind schon alle drüber geflogen wir haben geguckt wir sind alles abgefahren so echt schwer rauszufinden aber gerade kriminalitätstechnisch jetzt gerade in dem Moment keine Bank kein Juve kein gar nix auf ganz gechillt heute die Leute auf ganz entspannt anscheinend keine Verfolgungsjagd also die mit Matze keine Verfolgungsjagd nichts gar nichts heute die Leute chillen ihre Base aber wirklich die Leute kochen das Weihnachtsfeeling ab alle am köcheln oder am anbauen irgendwo stimmt die wenn du anbaust ich glaube die Pflanzen siehst du ja auch nicht die sind ja auch dann so weiß du siehst du siehst die Hüpfe auch kaum dann das ist auch nur so ein Vorteil glaube ich das das ist ja dann auch so eingeschnallt wie hier das ist ja wirklich dann alles so ist das ist oh meinungsverschiedenheit ja natürlich der Streize beschwert sich ich bin ja heiß wieder am East Sidewalk ging Vorfeld an vorher gerade ein Mercedes der X mit 200m vorbeigedrast ist statt auswärts Kennzeichen gibts? äh nichts erkenntlich ja ging Vorfeld an noch 6km ja ich bin mit dem Offroader drin der wird vielleicht aus dem Sichtfeld sein für mich er fährt statt einwärts oder? statt auswärts statt auswärts statt auswärts alles klar die Pflanzen ungefähr äh fährt East East ab nochmal ein Fahrzeugmodell fährt jetzt vom East East statt einwärts von Tab Maya von Budilla und Verfolgung schön �n Nimm doch so die Kennzeige und so ist jetzt schwer für mich jetzt Noch 2,7km Kennzeichen, wendet wieder, fährt wieder Stadteinwert. Ja, Kennzeichen, LONG, Leerzeichen, K. Genau, 1020, Frage. Fährt weiter, statt einwärts. Ja, wenn Sie uns meinen, sind schief, das ist der hier. Der zugelassen auf einen Lukas Bayern-Partner. Ich glaube, das ist ja noch nicht markiert. So, linken einziehen, wo sind Sie? Der Tor fährt ab. An dem Standort, geradeaus durch. Ich habe gerade keine Ahnung. Hinter Ihnen jetzt quasi die Straße-Röschung ab, gar nicht runter. Ja, Crown wirklich nach der Aufbau. Alter. Die linken, 35, Primary, über den Punkt. Der Gräpligenhafen. Also von 20, draußen. Endet. Meine erste Verfolgung sagt dem Schnee, Leute. Wenn Sie jetzt gleich wieder aushakelt irgendwo. Jetzt Stahlbrücke ab dem Gelände. Fahr jetzt wieder in den Ort. Ich habe noch ein bisschen Abstand, dann kann ich besser nachvollziehen, wo er langfährt. Das ist eine schlechte Idee. Vor allem, ich muss ein bisschen Abstand halten, weil der Schnee das Bremsen ein bisschen verhindert. Und wenn du zu wenig Abstand hast, biegst du ihn hinten drauf. Das ist ganz schlecht. Ich schaue jetzt ein bisschen Abstand halten. So, meine Highspeed hat noch halb vollen Tank. Ja, da gibt es noch eine zweite Highspeed. Ich könnte wechseln. Ich würde es beim nächsten Moment dann wechseln. Stand vor, wäre mich gut als Backup, falls wieder Tank ausgehen sollte. Ja, Stand vor. Das ist echt eine gute Idee, weiter hinten zu bleiben. Der Typ probiert mich die ganze Zeit abzuhängen auf komische Fahrweisen. Ist gar nicht so der große Fan von. Das war's ja durch, das war's durch, das war's durch. Gegen Fahrbahn sind wir gleich links abbiegen, schätze ich mal. Was ist mit meinem Kollegen? Der ist runter links gefahren. Immer diese Kopfloser, die fahren mal die ganze Zeit rein, weil der so scheiße fährt wurde. Der, 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 der pusht irgendwie nicht rein gefühlt. Ja, der hält sich schon die ganze Zeit, wenn nicht die Starway auf. Ich weiß nicht, was da hier sind. Wo soll er gelangen können? Statt einwärts. Im Gegenverkehr. Also dieses, der, der schaut, dass er die hier aufwickelt. Hier. Im Gegenverkehr, dass der mir schön rein fährt gefühlt. Der Gegenverkehr fährt mir rein, wenn er den aufwühlt vorne. Das ist ja scheiß, ne? Weiter hinten flage. Nicht Funk, wenn er abfährt. Mal so halt aufpassen. Jetzt schau mal, ob er eher so links oder rechts... Einfach hinten bleiben. Einfach dranbleiben, dann klappt das schon. Mich trickst du da sicher nicht aus, außer ein PC fährt mir rein. Ich fährt jetzt da Richtung Catalina. Wie gut ist, mein Tank ist relativ voll. Ich fährt da auch wieder die erste ab, an, fährt wieder drauf. Richtung Drogen wieder. Jetzt recht beim FT. Sieht da weiter durch, Richtung East Highway. Klingt vor, du hast ein bisschen Kopfschmerzen. Fährt weit Richtung Ys. Das ist echt nie so. Ich fahr Mission Row und wechsel. Ich bin jetzt aber komplett allein in Delmen, ne? Gegen fort und für nicht. Jetzt gleich bei 1 zu 7 durch. Ah! Wurde, wurde... Ist grad verunfallt. Er war noch nicht schwer verunfallt. Fährt weiter. Könnte er da das Funk übernehmen hinten. Jawoll. Danke. Dann weiter 1 zu 7 entlang. Was ist denn das überhaupt für ein Modell? Ich hab's noch gar nicht erkannt von hier. BMW M8. Ja, fern voll. Mit der Route 68 entlang. So, mein Tank ist jetzt auf 1 Drittel. Wann links Richtung orange verarbeiten. Tolle Konzentration Juts. Tolle Konzentration Juts. Rechts ab. So, das kommt jetzt. Also über die Berge. Schmerzen. Welche Fahrtrichtung habt ihr hier? Stadt einwärts. Stadt einwärts. Ist er links ab? Er liegt rechts ab. Ich bin gleich am Rehabilitationszentrum vorbei. Ich bin gleich am Rehabilitationszentrum vorbei. Jetzt hab ich nur noch ein Viertel Tank. Ne, ich bin gleich da. Brauchts den 20. Zwei Kilometer. Das wird langsamer. Ja, ich glaub sein Tank ist gleich der oder so. Ja, das kann sein. Weiterrichtungs-Indie. Weiterrichtungs-Indie. Ähm. Aufwand. 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 Der zweite High Speed da ist Bescheid sagen. Links Richtung Academy. Äh, der zweite High Speed da ist. Ja, ich bin gleich da. Jawohl. Aufwand. 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 Richtung West Highway gleich an der Tankstelle da kann aber auch nicht mehr so viel Tank haben jetzt an der Tankstelle vorbei rechts Richtung Academy auf dem West Highway aufwärts hier werde ich nie denselben Fehler machen wie letztes Mal nähert der Tunnel rein King 4 High Speed mein Tank ist jetzt gleich leer 2 einer hinten hinter dir hinter West Highway Alito einwärts wie viel Kilometer hat noch die zweite High Speed 1 Kilometer er fährt weiter Palito ich werde jetzt gleich keinen Tank mehr haben bei dem sein Tank muss auch mal schwer sein was wir los da ist Palito drin da ist Palito drin dann rumpelge du tanken ich bin eh gleich dort jawohl ich muss jetzt leider tanken gehen fährt weiter Palito jetzt Palito Stadt einwärts ja Crown Week ich hab noch 1 bis 2 Viertel Tankstelle vorbei East Highway aufwärts Richtung Stadt so King 4 hab jetzt wieder halben Tank ich bin wieder dabei kein Sichtkontakt mehr ja so dann mal den Salat da hauen wir den Salat da hauen wir den Salat das gibt's doch nicht wie kann der so schnell weg sein jetzt nicht 2 Sekunden nicht dran ist das Ding weg da mal den Salat Leute und so schnell war der nicht so heftig schnell war der jetzt nicht kann doch nicht sein oder ich bin jetzt Wal-Mart aber kein Sichtkontakt gar nichts ist er dort vorbeigefahren da war die Tankstelle der Gräbung ab ne ich fahr mein Gravesit dann war irgendwer beim Wal-Mart und hat ihn gesehen wie er vorbeigefahren ist oder nicht Sichtkontakt im Tunnel vom East Highway verloren ich glaub ich hab ihn grad gesehen hat sein Fahrzeug ähm M8 in Lila da hat jemand sich Kontakt unterlegt der muss irgendwo äh tanken gewiss oder geht der zwischen irgendwo tanken ja wo einmal Tankstelle ist safe da bin ich jetzt vor Ort Rain Tankstelle auch frei Dino Tankstelle so weit wird er glaub ich nicht gekommen sein so weit wird er glaub ich nicht gekommen sein der Dino Tankstelle ist direkt neben der Autobahn 19 nochmal für dich zu hinten vor also macht ja nichts draus mit dem Herrn der diskutiert sehr gerne und legt alles gerne auf Goldfarge ja ich hab schon gemerkt aber danke dir alles gut Front Closing Front Away Front Away Front Away Front Away Front Away Front Away und vornehmen grad noch ne Verfolgung auf mit nem Ferrari auf Palito Richtung Stadt einwärts Ok der hält gerade an guten Tag guten Abend du bist ja schön unterwegs ne 244 ja ich wollte das neue Auto mal testen mit der Frage an sie haben sie vorhin irgendwo einen M8 in äh Violett gesehen negativ sind die ja sicher vom East Highway hochgefahren oder keine Ahnung nochmal sie sind vom East Highway hochgefahren oder ja da war kein M8 in Violett in den G gekommen negativ Ok also auf die Gegenfahrbahn hab ich nicht geachtet also auf die Gegenfahrbahn hab ich nicht geachtet also auf sie nicht geachtet ok da stell ich mal schnell ein Ticket aus ja super ja Markus Conrad richtig ne ja ich bin gleich wieder da auch um K4 fährt K4 hört K4 hört alles cool bei dem? positiv ja undcheck das Stellt schon ein Ticket aus, ja? Ja. Wir haben dann einmal 3.000 Dollar. Das Auto läuft wieder, oder? Und... was wärs denn eigentlich? Bitte einmal bezahlen, wenn möglich. Dann dürfen wir weiterfahren und fahren bitte vorsichtig. Weil sie haben sich vorhin auch eingedreht in der Kurve, ne? Ja, ist halt. Alles klar, gut. Bitte eine schöne Weiterfahrt. Dankeschön. Tschüss. Schauen wir mal kurz ab. Es kann ja nicht sein, dass der weg ist. Aber ich sag's doch, ich bin zwei Minuten lang. Ne, ne, ne mal zwei Minuten. Ich war 30 Sekunden nicht in der Verfolgung. Das Ding ist weg gewesen. Der M8 war weg. Der war einfach weg, spurlos. So, puff. Bist du? Das ist das Problem. Ich hasse es. Die Highspeed... Ich weiß nicht, was die gemacht hat. Aber die hat... Gefühlt zehn Minuten gebraucht, bis er am Ort war. Versteh ich auch nicht, aber gut. Aber als meistens ist es halt blöd. Äh... We are closing. Ja, ich bin auch schon durch Grapecy gefahren auf Tankstellen und so, aber da war da nirgends... Oder so umgedreht. Wenn man den verlieren... Ich weiß es nicht, Leute. Ich hab keine Ahnung, aber den... Der war nie so schnell. Der M8 ist nicht so schnell, das weiß ich. Der M8 ist nicht so ein schnelles Fahrzeug, wie man sich denkt. Und das ist ja dann... Also, die Crown Vigs voll ausgefahren. Sind die schneller. Maybe hat er NOS gezündet. Ich hab keine Ahnung, aber... Dass ich 30 Sekunden... Ich hab extra schnell getankt hinten. Dass der 30 Sekunden lang... noch verfolgt wurde und dann weg war, das verstehe ich halt nicht. Keine Ahnung, wie das passieren kann. Weil ich weiß, dass der nicht so schnell ist, der Wagen. Der fährt... Was fährt er maximal? 260, 270. Da kommst du easy mit nem Crown Vic noch hinterher. Wenn du halt dauerhaft auf Beschneunigung gehst, dann bist du auf der Autobahn. Also wenn, dann muss er mal noch... Entweder das NOS gezündet haben... Oder ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber der ist hier... Am East Highway nicht abgefahren anscheinend. Also er ist... Er ist vielleicht irgendwo links... Oh ja, genau. Überschlag mich ja gleich. Perfekt. Irgendwo links gefahren oder so. Maybe hier rein. Ich hab keinen Plan. Kann doch nicht weg sein, Alter. So ne geile Verfolgung gewesen aber. So geil gewesen. Und dann hat der Tank wieder schlapp gemacht bei mir. Ich könnte kotzen. Wirklich. Leweier. Wohle ich mir. Das ist ein Popisch hoffentlich. Oh, Tank ist fast leer zum Kotzen. Front, away. Linken Line oder LM19 mit dem Vizepunktional. M2V-Richtung. Und dann sind wir jetzt. Ja, bin eben schon daher. Ist High Speed. Ist der Rolls Royce, ne? Positiv. Brauche ich mal bitte Unterstützung. Ich hab kein Messergebnis der jetzt kommt. Ja, bin hinter dir quasi. Ja, aber mein Tank ist jetzt gleich leer. Ich muss jetzt immer zur Tankstelle fahren. Ja. Wo bist du gerade? Äh, gerade Tankstelle Palito gleich vorbei. Der Rolls Royce hält nicht an. Wie schnell fährt ihr? Äh, 286 fährt er. Der fährt Richtung West Hawaii, oder? Äh, ja. Ja. Jetzt check ich. Ich fließe mich so auf das an. Du solltest jetzt schon tanken. Der Tank ist gleich leer. Ja, fährt jetzt Offroad. Fährt jetzt hier rein. Ja, der ist irgendwo jetzt auf dem Berg hochgefahren. Ah, doch. Da ist er noch. Richtung Öernacktendorf. Clear. Closing. Ja, hier müssen alle anhalten. Tank ist leer. Ist runter geflogen. 1050? Äh, der ist unten in die Brücke reingefahren. Auffrage, welche Fahrtrichtung hatte der? Ich steh vor ihm. Braucht sie noch Becker? Polizei, ich brauch dein Fahrrad. Hallo? Pfff. K-35 bei X-108. Er braucht man halt nicht. King-14, wieder zurück in Punkt 1. Und 10-19 Mission Road. King-14 ist im Traffic. Ähm, habt ihr den jetzt, äh, feststellen können? 10-4. Äh, Location? Direkt unten, unter der Führung. Hat sie es noch nicht schon überschlagen, ha. 5-10, 10-19 Mission Road. Video 6-10, 10 Mission Road, 10-7. King-10, noch King-11, 10-7. Oh, da hat den runter geschmissen. Hahahaha, Karma. King-14, 10-7. Karma. einen schönen Abend tschau 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 fährt gerade dem FD geschrieben Täter mit 1050 der steht auf der Fahndung ja gut das FD hat aber andere Codes also die benutzen nicht die gleichen wie wir das kann ich nicht riechen alles gut ich stehe hier gerade nur beim FD und die haben so Fragezeichen in den Köpfen gerade gehabt Frage? haben sie vielleicht einen Siegkanister für mein Auto oder so? ja natürlich das wäre sehr nett weil der ist komplett leer ja kling vor guck mal hinten in mein Auto rein also er gibt mir gerade, sonst kann ich auch aus dem Auto rausnehmen da sind vier Stück drin, dann kann es aufhören, dann nehme ich den aus dem Auto, passt danke aber der steht auf der Fahndung wie der Corleone da man einen guten Fisch erwischt, wäre ich jetzt nicht hinterher gekommen, wäre der weg gewesen ja genau, aber Gott sei Dank war ich mit der Highspiel unterwegs, seht ihr? es gibt doch noch Sachen wo du denkst, es bringt sich nichts hinterher zu fahren weil jetzt Offroad gefahren ist, aber stell dir vor bei dem Unfall ist eine Person fußläufig flüchtig, kann das sein? äh nein, das bin ich alles gut, danke alles gut, danke es saß nur er im Auto anscheinend x-ray 8 für Edward 13 für dich ja dann äh ich sehe so Standard aus, es tut mir sehr leid es tut mir sehr leid so laufen schadet nicht ja das tut mir mal aufdingsen, ne zur Information, ich habe den Herrn in dem Rolls Royce mit über 285 geblitzt also falls ihr das noch braucht fürs ja genau, fürs Ding den vor der flüchtige Kurdel aflüchtiger Hurdel auf der Suche nach Liebe friday gg, dank fürs Wipp werden Splash ist Wipp geworden Dennis ist Wipp geworden was zuckst du denn so? ach schön, dass du wieder da bist dank für 1,07€ bombdeck wieso streamst du eigentlich immer nur in 27p wenigstens in 1080p hä, Bruder, ich streame ich streame in 1440p das ist mehr als 1080p ich glaube einfach, dass bei dir YouTube das runter legt auf 27 weil du ein schlechtes Internet hast oder verarscht du mich gerade? ich streame wirklich mit 1440p das ist UHD also Ultra HD ist das das ist besser als Full HD also besser als 1080p also wenn, dann liegt das an dir und nicht an mir weil ich kann, wenn ich in meinen Stream gehe auswählen dann bin ich bei 1080p oder bei 1440p 60fps also ich streame tatsächlich eine bessere Auflösung als viele andere streamen die meisten streamen mit 1080p und die sind 960p gibt es ja auch viele die so streamen jetzt können wir das Ding mal auftankeln, ne? das ist immer voll ist das Teil die EP-Chat was durchgängig an wie soll ich denn wieder kann man sonst ausmachen? ja, ich mach das sonst wieder aus passt an lustiger Lacher macht immer wieder aus wenn jetzt wieder die Mods aktiv sind dann können wir ja ähm Abonnenten Chat wieder anmachen perfekt bloß woran danke für das vielen Dank er war noch gelb offensichtlich Na, das war gelb. Gelb, gelb, gelb. Ich kann mich jetzt aber schnell, du. Schon danke. Der Chat schreibt danke. Danke an den Chat, ja. Und jetzt streamst du mit OBS, stream ich tatsächlich. Also ich habe nicht mal eine Capture Card. Also ich habe schon eine, aber ich benutze sie nicht. Ich benutze OBS und der Rest wird auf der Grafikkarte kodiert. Du hast vor allem gemacht, das Kennzeichen und das Gesicht, das stimmt. Das könnten wir eigentlich einreichen. Das könnte ich eigentlich einreichen, doch, könnte ich machen. Aber du musst dich den Ausschnitt rausschneiden und das Kennzeichen, ja stimmt eigentlich, ich könnte das einreichen. Wäre möglich. Das mache ich dann aber. Steigst du ein, bist du tot. Aussteigen, 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 aufs Bike setzen. Aufs Bike setzen? Ja. Das ist der Sound, der wir springen. Oh nein, ich glaube, das geht. Ohne Helm? Aufs Bike setzen. Hände runternehmen. Perfekt. Das ist dumm, der hat mich nicht mal festgenommen. Wenn ich das jetzt schnell mache, der sieht das glaube ich gar nicht, ne? Der merkt das nicht. Der ist zu blöd. Der hat mich nicht festgenommen. Wie blöd kann man sein, Bruder? Der ist richtig doof. Der hat mich nicht festgenommen und der sieht das jetzt nicht. Ich sitze ja hinten drauf, der sieht das ja nicht, dass ich drücke. Der merkt das ja gar nicht. Wie blöd kann man sein? Der ist halt wirklich doof, ne? X-Rail 2, respawning. Was einmal was da los ist? Ich bin ahnung, ist nur ein Kilometer hinten dran. Ich denke, es ist ein Auto und hat noch ein Funkgeräte oder so. Ich habe mir weder was abgenommen, noch hat er mich festgenommen. Also, so einen dumm, überfall, habe ich mein Leben durchgesehen. Er bewegt sich. Lost. Der ist ja komplett lost, der Bruder. 1.28, 10.50. Ich komme damit beim Bobflow nicht hinterher, die sitzen im Irgendwas Schnellen. Ich habe mal gut vor die Highspeed gekapert. Ja, ja. Doch, in dem ich die Highspeed. Winkie 25, 10.50. Ist er da mit drin, oder was? Ja, fahrt vielleicht schon mal die von der Stadt, sind vielleicht zum Jubilier oder so. Und macht den vor allem dichter und steht nicht nur davor. Da, 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 zieh mich da. Warum sieht mich keiner? Ich bin da, wie ich bin, ey. Ich spame den Button gerade richtig zu. 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 Die 2.8 warten, sind natürlich nicht. Ich spame den Button gerade noch. Ich spame den Button gerade noch 2 km. Wie das ist keiner? Ich, ich, ich. X-Ray kümmert sich im letzten Dispatch. Ich hätte ihn aufgesetzt, hätte er dich schon direkt wegnatzen können, theoretisch. Das war richtig dumm von ihm. Bahn Richtung Juve. Wird der roten Highspeed? Keine Ahnung. No panic, ist das so. Wird absteigen können und wegschießen können, theoretisch. Ja, von rechts zu Juve. Der hat doch gesagt, check den Juve ab. Warum fährt da keiner hin? Ja. In den Laden rein. Was ist denn los mit dem? Er sagt doch, fahr doch mal jemand Juve. Warum fährt denn keiner von denen zum Juve? Da vorne in die Ecke. Der macht es aber richtig schlecht. Ich hätte den schon zweimal abschießen können. Aber ich wollte jetzt einfach mal fair bleiben. Ich hätte den am Parkplatz schon umknallen können, theoretisch. und jetzt, wo er gestanden ist, absteigen können und einfach wegknallen können. Äh, Entschuldigung. Ja, bitte. Sie haben Kaugummi am Schuh. Dankeschön. Aber die Cops sind halt auch lost. Der eine sagt, fahrt mal bitte einer zum Juve an. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt gescheit bin, könnte ich ihn einfach überwältigen. Er hat mir nichts abgenommen, ne? Ne, er hat mir meine Sachen nicht abgenommen. Er hat mir weder, wenn er jetzt blöd ist, ne? Renn ich da raus? Ich renne einfach raus. Er hat mich weder festgenommen oder sonst was. Der macht das echt doof. Ja, ein Täter und die Geißel ist unser Kollege. Ich hab nie so viel Angst. Ich hab meine Waffe dabei. Er hat mir nichts... Er hätte ja alles abnehmen können. Hat er nicht gemacht. Wenn er hinten ist, verpisse ich mich. Wenn er ganz weit hinten ist... Luftfahrzeug, Fragezeichen. Straßenmotorrad. Straßenmotorrad bei dem Wetter. Ja, denke ich mir auch. Weil ich kann rennen, Leute. Ich kann rennen. Er hat mich nicht festgenommen. Der ist richtig doof. Kabelbinder. Er kann mir keine Kabelbinder anbringen, wenn er mich nicht festgenommen hat. Er braucht Handschellen. Das ist im Regelwerk verankert. Er muss mir Handschellen anlegen und erst dann kann er mir Kabelbinder anlegen. Deshalb, ich nehm die Leute immer zuerst fest und dann tue ich den Kabelbinder anlegen. Ja, aber er ist relativ nah dran. Du müsst ja aufpassen. Er hat mir keine Kabel... Er muss mir Kabelbinder... Muss er mir zuerst eigentlich die Dings reintun. Das ist kommender Schwachsinn. Weil sonst haben wir ja diese Items nicht. Du hast ja diese Handschellen da. Und die musst du dem zuerst anlegen und dann kannst du dem... Wenn du ihn dir angelegt hast, kannst du ihm die Handschellen abnehmen und das gegen Kabelbinder setzen. Das steht jetzt an der Geisel. Wo bist du mal noch? Ganz vorne. Das ist ja kompletter Schwachsinn. Aber er hat gesagt... Dann stellen sie sich einfach hier hin. Das passt. Das macht so keinen Sinn, ey. Na ja, steht jetzt direkt neben der Geisel. Kann mal gucken, aber... Eigentlich ist es nur so, wenn du ihn festgenommen hast, dann kannst du ihm Kabelbinder anlegen und nicht umgekehrt. Ich kann kein Kabelbinder anlegen, obwohl ich keine dabei habe. Was mache ich beruflich, wenn ich fragen darf? Lastkraftwagenfahrer. 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 Die Geisel ist einer von uns richtig. 5-4. Pumpe. Lastkraftwagenfahrer. Ja, 10-4. Personen im Juwelier bekannt? Kreativ ist voll maskiert. Nur eine Person? 5-4. Check. Ich muss mal gucken, wo das drinsteht mit den... Die haben da nicht mal eine Regel auf dem Kabelbinder. Er muss mich ja zuerst festnehmen, Alter. Also, er steht jetzt, äh, ca. 3-4 Meter von der Geisel entfernt. 5-4. Jetzt steht der... Ich lass den mal machen. Ich lass den mal machen. Ich hab Spock da drauf. Ist der fix nur alleine? Steht der immer noch alleine? Ja, der ist alleine. Ja, der ist alleine. Ich bin der alleine. Ich muss Miller aber entscheiden. Klingt vor, wenn du uns hörst. Dann dreh dich mal in unsere Richtung. Ja, dreh dich in unsere Richtung. Ja, okay. Er hört uns, er hört uns. Versuch dich mal irgendwie unbeobachtet, äh, in Richtung Ausgang zu bewegen. Dass du nicht näher bist von dem Täter. Ja, er kann nicht so. Er kann nicht da rausholen können. Na, er ist weiter weg, so. Das passt und so. Das ist blöd, ja. Na, ich kann auch gar nicht. Ich kann auch gar nicht. Ne, man muss eigentlich zuerst festnehmen und dann darfst du Kabelbinder weg. Die Leute machen es nur teilweise falsch. Also, macht das sonst keinen Sinn? Weil sonst, für was hast du sonst die Sachen zum Dingsen, ne? Vorsicht. Weil, ich frage immer. Wenn nicht tödlich. Und dann, let's go. Er geht wieder Richtung Geißen. Äh, ich, ich, ich frage ihn mal. Ja, jetzt. Los rein, oder nicht? Jetzt zu gefährlich, würde ich sagen. Ich würde warten, bis er wieder in der Mitte ist. Dürfen sie auch gar nicht auf Power. Kurz warten. Wunder Frage. Ja, bitte? Haben Sie Handschellen dabei? Ja, der müsste gleich durch sein, das ist das Problem. Also, wir können jetzt jetzt mal den Ausgang haben. Wie können Sie mit einem Kabelbinder anlegen? Ja. Kabelbinder habe ich hinten aus meiner Weste gezogen. Auf die komplette Mitte. Aber die brauchen doch Handschellen erstmal, dass sie mir Kabelbinder anlegen können, oder nicht? Ne, sie haben sie nicht. Hinten haben meine Kabelbinder. Können Sie meinen? Nein. Mh. Ich werde sie jetzt hier nochmal durchsuchen, oder? Ja, das sucht ihr. Erst kriegt der Scheiß von Credo. Ja, jetzt haben wir sie eh verkackt. Ich habe keine, ne? Ich habe keine dabei. Weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich. Handschellen suche ich, ich habe keine dabei. Ne, ne, die brauche ich nicht. Aber eigentlich sollten Sie den Leuten erst Kabelbinder anlegen, wenn sie festgenommen haben, oder nicht? Deshalb bin ich gerade ein bisschen verwirrt von Ihnen. Sie haben einen Polizeiausweis dabei. Sind Sie ein Bulle? Vielleicht. Er weiß nicht, dass er Polizist ist. Ja, was heißt jetzt hier vielleicht? Ja, nein. Vielleicht habe ich den auch geklaut und mal daran gedacht. Vielleicht gehöre ich auch zu Ihnen. Reden Sie sich mal zu mir. Ja. Mit dem Gesicht. Wollte ich nur sagen, ähm, ähm, ich dachte zuerst, sie wollen mich festnehmen, aber sie haben mich nicht festgenommen. Da bin ich mir etwas verwirrt gerade mit den ganzen Dings hier. Ne, 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 ich habe ja, ich habe hier hinten aus meiner Investor, sehen Sie, da habe ich ein Kabel, da habe ich Kabel drin, die habe ich rausgenommen. Und dann habe ich einen davon angelegt. Gut, wusste nicht, dass man, dass man keine, keine, ähm, Handschellen mehr dafür braucht. Also mir wäre das neu, weil, also tatsächlich, wenn ich festgenommen wurde vom PD oder von den Marschids, haben die mir nie Handschellen dafür gebraucht. Ja, aber die können, die können Sie jederzeit Ihnen anlegen, wissen Sie. Die haben immer welche dabei. Aber, ja, ich habe ja jetzt. Haben Sie auch immer welche dabei. Dann können Sie mir ja auch welche anlegen. Ja, ja, ich habe immer Kabelbinder dabei tatsächlich. Gerade wenn ich einen Raub mache. Ich habe einen Kollegen. Ja, sind Sie jetzt Polizist oder nicht? Das ist ganz wichtig für die Verhandlung. Sehe ich so aus wie ein Polizist? Ich habe eine Weihnachtsmütze auf und bin mit meinem Weihnachtsauto rumgefahren. Sehe ich aus wie ein Polizist? Also. Ich gehöre nicht zu Ihrer Seite, aber ist okay. Sie gehöre zu meiner Seite? Ja. Ähm, sieht man die Bewerfung von den Herren? Okay. Zu wem gehören Sie denn? Ich habe eine Glock. Ich? Ja, zu niemanden. Ich bin aber auch auf Ihrer Seite. Ich bin nicht auf der Seite von den Kack-Cops drüben. Okay. Und wo kriegt man dann Waffen her, wenn Sie wissen, auf welcher Seite ich bin? Wo ich die Waffen herbekomme? Mhm. Ja, es gibt einen Waffen-Schwarzmarkt, da kann man relativ gut einkaufen. Aber ich sage sicher nicht, wo ich die jetzt her habe zu Ihnen. Ich kenne Sie ja nicht, Sie sind maskiert. Wenn ich das jetzt sage, krieg ich doch Probleme. Vielleicht kann ich da vielleicht nie wieder einkaufen gehen. Ja, das ist unmöglich in dem Fall. Er geht jetzt alleine vor. Ja. Er geht jetzt alleine vor. Ihr könntet ihn tasern. Boah. Der Typ ist ja mal komplett lost. Absolut. Ich hätte direkt wegschießen sollen, ne? Aber er kann... Das mit Kabelbindern ist so. Du kannst mit Kabelbindern, weil als Cop oder 1 zu 7 hast du ja. Guck mal. Da kannst du jederzeit festnehmen. Du hast immer Handschellen dabei. Deshalb ist das okay. Aber die Leute checken das nicht, dass wenn sie das nicht haben, musst du die Leute zuerst festnehmen und dann kannst du die Kabelbinder anlegen. Aber das ist halt... Ich weiß nicht. Ob wir es in der Regel verankert haben, ich weiß es nicht. Aber bis dato war das doch so. Weil ich kann natürlich auch einfach Kabelbinder mir spawnen oder die Weste hauen. Dann habe ich mit der Weste unendlich Kabelbinder. Wisst ihr was ich meine? Das ist halt ein bisschen... Aber I don't know. Ein bisschen komisch. Jetzt geht er da alleine nach vorne. Ich weiß gar nicht. Jetzt können sie ihn jederzeit wegschießen. Es wurde ja die Waffe auf mich gerichtet. Die können ihn jederzeit wegschießen. Aber das ist halt... Ich habe jetzt die Hände immer umgelassen, weil ich gedacht habe, der hat mich nicht festgenommen. Er muss mich festnehmen. Dann kann man die Kabelbinder anlegen. So war es doch bis jetzt immer. Außer du bist jetzt in einer Fraktion, ich sag mal 1 zu 7 oder COP. Die haben unendlich viele Handschellen. Der Kollege steht immer noch hinten rechts ganz allein. Aber für was haben wir denn Handschellen, denke ich mir so? Für was haben wir die dann? Das ist halt die Frage. Eieieiei. Na schauen wir mal. Aber es wäre vielleicht auch gut, dass man das definiert. Weil manche Leute checken das glaube ich nicht mit den Kabelbindern. Weil die Kabelbinder haben wir ja nur gemacht. So, dass die Leute, wenn es ein Problem gibt. Dass du zum Beispiel jetzt Motorrad. Dass du auf Motorrad den mitnehmen kannst. Als Beispiel jetzt. Dann legst du ihm halt Kabelbinder an. Aber an sich musst du halt immer festnehmen. Und das dann Kabelbinder anlegen. Ich spiele aber jetzt mit. Als wäre ich so ein bisschen. Jetzt hätte ich Angst. Und als wäre ich gefesselt. Ich spiele jetzt so ein bisschen mit. Aber eigentlich hätte ich jetzt. Keine Kabelbinder an. Eigentlich. Ja, das ist jetzt ein Handschellen Deko Artikel. Aber das ist das. Ich glaube das mit den. Ich lege ihnen Kabelbinder an. Das hat sie so krass durchgesetzt. Das kam nämlich von den Cops oder so. Mit den Kabelbindern. Dann. Dass du halt wirklich. Wenn es sein sollte. Oder zum Beispiel damals in einer Highspeed Unit. Du kannst halt die Leute. Zum Beispiel nicht. Carrying kannst du nicht. Du kannst sie zum Beispiel nicht. In ein Zweisitzer Auto packen. Das geht nicht. Und deshalb war das immer so. Dann hat sie immer geheißen. Ja. Ich lege mal ein Stück Kabelbinder an. Dann können sie da mitfahren. So war das. Aber dass das jetzt so gebraucht wird. Dass du ohne Handschellen. Jemanden festnehmen kannst. Ohne Kabel. Das macht halt keinen Sinn. Aber ja. Ich spiele es jetzt mal mit. Jetzt sind zwar meine Hände oben. Aber ich tue jetzt so. Dass ich nichts machen. Einfach aus Fairness. Es ist halt wieder so ein Ding. Ich glaube dafür kann er gar nichts. Weißt du. Der kann nichts dafür. Der weiß es halt nicht. Und es ist halt nirgends definiert. Aus dem Grund sehe ich das jetzt nicht so schlimm. Aber es ist halt blöd. Das ist die Leute halt zu usen. Es ist halt blöd. Weil es keinen Sinn macht. Weil das Item Kabelbinder existiert halt nicht. Das gibt es. Ja. Ja. Geht es Ihnen soweit gut? Trinken? Essen? Irgendwas? Ja. Ich möchte mit Ihnen reden. Sie dürfen einmal. Bis zur Tür vorgehen. Man muss auch hinter die Tür nicht noch richtig verstehen. Wie vor die Tür gehen? Ja. Also Sie dürfen so wie ich einen Schritt aus. Also die Tür aufmachen. Ja. Die Verfolgung. Ne mach ich jetzt. Wenn wir nicht stattfinden. Wissen Sie ja was passiert. Ähm. Ich mach mit dem Bike eins. Und noch ein Padroom mit dem Bike. Wie weit darf ich vor? Ja. Hier so bist du den Teppich. Hier bis hier. Zum Teppich. Ja. Hallo. Guten Tag der Herr. Geht es Ihnen gut? Äh. Nicht so. Nicht so. Sind Sie irgendwie verletzt? Nee. 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 Ich wurde nur gezwungen hier mitzufahren. Okay. Gut. Aber sonst körperlich unversehrt zu weit. Ja. Ja. Du hast wahrscheinlich jetzt noch eine Mission. Ja gut. Ganz okay. Wir holen Sie da gleich raus. Ja. Vielen Dank. Der Kollege hat doch unseren Punkt. Der kann doch einfach auf die Seite rennen. Und wir können rein schwimmen. Oh. Sehr gut. Zu spät. Weiß nicht ob er mittlerweile das Funk upgrade abgenommen hat. Er rennt drauf. Ich bin draußen. Er hat es nicht gesehen. Ich habe den Moment gejustet, weil er nicht aufgepasst hat. Wie blöd kann man sein? Der hat nicht aufgepasst. Dem war das scheißegal. Er hat mich das geiles hinnehmen können. Dön. Optimal. Super Arbeit Leute. Ich habe gerade den Moment abgewartet. Am R oder FD. Holy shit. Super Danke. So down ja. Alles gut. Wie geht's dir? Ja. Ganz gut. Er hat mich mitgenommen. Das war nicht. Ich habe die ganze Zeit gedacht. Fahrt doch hin. Weil er hat mir nicht die High Speed weggenommen. Der wusste nicht mal, dass ich Polizist bin. Das habe ich drin. Ja das haben wir immer über Kabel mitbekommen. Ach. Hat er nicht geschnallt oder was? Ne ne. Aber das war auch ganz komisch. Er hat mir Kabelbinder angelegt. Obwohl er mir gar keine Handstellen angelegt hat. Da habe ich den drinnen gefragt. Er hat mir gar keine Handstellen dabei. Wie konnten sie mir Kabelbinder anlegen. Und er hatte gesagt, er hatte sich auf der Weste genommen. Und ich habe gedacht, hä? Ja 10-4 danke. Ich weiß, dass er das auch die ganze Zeit einfach bemöbeln kann. Theoretisch ja. Aber ich habe ihn jetzt mal lassen. Er hatte seine, ich sag mal unsichtbaren Kabelbinder dabei. Weil er hat mich weder festgenommen als sonst was. Ich hätte ihn schon. Er hat mich ja überfallen am Palito. Er hat nicht gecheckt, dass ich eine High Speed bin. Und ich dachte, er hat gecheckt, ich bin Cop und will mir jetzt das Ding wegklauen. Und dann saß er schon am Motorrad. Hat sich schon wegknallen können theoretisch. Aber ich habe es nicht gemacht. Dann war es vielleicht ein psychisch gestörter, wenn er das alles nicht verstanden hat. Mit dem Motorrad, bei dem Schnee aber sportlich. Und allein noch im Jubel. Ich habe jedenfalls, der hat mich wieder festgenommen. Noch hat er irgendwie mir die Sachen abgenommen. Ich habe dauerhaft, dauerhaft Panik gespannt am Motorrad. Ja. Das war auch ein bisschen nervig. Ist super sehr leid, aber ich... Ja, alles gut. Heuer hat er seinen Zweck gehabt. Ich hätte so viele Möglichkeiten gehabt, den umzulegen. Aber ich habe einfach gedacht, ich will nicht, ich kann nicht. Aber sag mir bitte, dass er wenigstens seine Waffen abgenommen hat. Er hat mir nicht nur die Waffen abgenommen. Nichts, gar nichts. Was? Gar nichts. Nichts. Er hat alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Aber zu unserem Nutzen, er hat sich auch zu mir jetzt umgedreht. Er hat gar nicht geguckt, ob ich zu ihm zurückgehe. Und als wir dann zurück rein sind, habe ich euch noch im Funk gehört. Weil ich hatte mir das Funkgerät abgenommen. Und dann habe ich gesagt, ach scheiße, jetzt geht er nach hinten. Und ich habe gedacht, komm jetzt renne ich raus. Ja, also der war ja auch, der hat ja kein einziges mehr auf dich geachtet. Nee, nee, gar nicht. Ich habe auch schon überlegt, wenn er sich da umdreht, dass er sich mitten rausrennt. Das ist mir doch etwas zu gefährlich. Aber wo er sich dann jetzt umgedreht hat, habe ich gedacht, ach jetzt renne ich, jetzt steht ja alle vorne. Das ist wirklich fast durchgehend unbeobachtet von ihm. Also wirklich. Ja, ja, ich weiß. Ich hätte jederzeit irgendwie das Gefühl rausrennen können. Wollte gerade sagen. Also war nicht nur einmal die Möglichkeit. Aber klar, das... Also so ein Jubel habe ich auch noch nie gesehen. Nee, ich war so verwirrt, weil er gesagt hat, er hat mir Kabelbinder angelegen, aber er hat mich nicht festgenommen. Ist er bei dir so verwirrt? Vielleicht ist er auf Drogen, LSD, wissen wir nicht. Ich weiß nicht. Irgendwas. Müssen wir mal gucken, ob der LSD genommen hat. Ach, Alter. Bin ich froh, dass ich da draußen bin. Ich habe gedacht, ich stürze die ganze Zeit auf der Autobahn. Ich hatte so Panik, der ist so schnell gefahren. Worterlich reingepackt? Da in den Raum, oder? Nee, nee, gar nicht. Die ganze Zeit vorne rechts hat er mich... Oder nach hinten. Hat er gesagt, er will nach hinten, dass er mich beobachten kann. Aber... Ja, jetzt... Okay. Ich komme auch alleine. Also, lebensmüde. Und dann schießt er auch noch, wenn... da gefühlt Soldaten stehen und er hat so eine Glocke. Nee, der hat auch wie gesagt gedacht, ich wäre kein Polizist. Da hat er meinen Polizeiausweis gefunden. Da hat er gefragt, ja, was ist damit? Da habe ich gesagt, ja, ich habe den geklaut. Ich bin auf seiner Seite komplett. Ich war ja... Ich war ja... Ich war ja... Ich war ja in den Camps, das Beste war eh wieder so ein Polizist da schon. Ja, das ist das Beste. Sehe ich aus wie ein Polizist, aber ehrlich, nein. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Aber das ist ja die Tarnung. Ich wollte gerade sagen, das ist gut, dass du heute so ausschaust. Nee, der hat nicht mal... Der hat nicht mal gecheckt, dass mein Auto ein Cop-Auto war. Obwohl über Lightbars drin war. Das ist nicht gecheckt. Hattest du es vielleicht auch noch an? Nein, nein, war aus. Ich war ja Tankstelle, ich wollte gerade tanken gehen. Alter, das war echt... Ich habe noch nie so einen losten Entführer gesehen wie ihn hier gerade. Ich muss sagen, so einen komischen Juve hatte ich wirklich noch nie. Nee, und er wollte mir die Kabelbinder, wollte mir erst den Juve anlegen. Der stand schon... Du musst dir vorstellen, der hat gesagt, jetzt setz dich aufs Bike. Ich habe ein bisschen überlegt, soll ich ihn jetzt wecknallen? Weil er steht vor mir, er hat mich vorhin mit einer Waffe bedroht. Und er saß auf dem Bike, er hat mir nichts abgenommen. Er hat mir keine Handschuhe oder irgendwas dran gemacht. Ich dachte so, soll ich den jetzt wecknallen? Hättest du theoretisch dann den Juve machen können, ja. Hätte ich machen können davor, aber ich habe mir gedacht... Ich weiß nicht, weil hinten kam dann... Genau, das hat mich so stutzig gemacht. Hinter uns kam ein X6 und ich wusste nicht, ob der dazugehört. Das war das Problem. Das ist aber, glaube ich, keiner von uns, ne? Ich glaube, hier steht kein X6, ne? Nee, nee, der war Palito, kam auf einmal so ein X6 angefahren im Dunkel. Aber der gehörte auch gar nicht dazu, aber ich hab's erst gedacht, die kommen. Weißt du, was wir machen? Deine Highspeed steht noch oben. Wir dachten ja, der hätte deine Highspeed genommen. Ja, die ist horisch. Die steht offen. Ich komm gleich zu dir. Ja. Zur Lost, dich mal Maus. Der Typ war komplett lostarino. Der hat mir nicht mal die Waffen oder so abgenommen. Nichts, gar nichts. Haben wir schon ne Rückmeldung vom FD? Wir haben auch nicht die Dings abgenommen und ist mich aber ausgerannt. Ja, du bist gleich zu packen. Denk mal, aber wir sollen die Person irgendwie selber wohin bringen, die ist wahrscheinlich gemacht. Die hat sich umgedreht. Er hat nicht mal ne Waffe auf mich gerichtet gehabt. Wenn du den überfällst und nen Juve machst, dann brauchst du die Waffen. Bei mir ist alles super. Ich hab die ganze Zeit Angst gehabt wegen Motorradfahren, Freunde. Ich muss grad sagen. Weil da müssen wir uns so ins Kangen rausbringen. Ja, das hat man gemerkt. Alleinschöten. Ja. Danke. Puh. Und jetzt geht das jetzt nicht. Aufschau ich mir, sowas passiert. Aber hey. Ich dachte, er will mal ne High Speed klauen. Hat er so ne Spät dabei. Pass auf euch auf. Also das war wirklich. Oh. Das war ähm. Ja, Sonjub hatte ich will ich auch noch nie. Ne. Also ich hab gedacht, was ist jetzt los ne. Er lässt mich da stehen mitten auf der Straße. Ich hab so überlegt, soll ich ihn wegschießen. So hab er überlegt. Und er hat dich dann auch die Schulter gepackt und dann... Nein, 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 nein. Folgendes. Ich war der Tankstelle. Er richtet eine Waffe auf. Für mich sagt er soll aussteigen, sonst ballert er den Schädel weg. So, ich steig aus. Hände gerufen, ne. Und dann sagt er. Aber ohne Waffe. Er hat die Waffe weggepackt. Ist aufs Motorrad gestiegen. Er hat gesagt, du steigst jetzt hinten drauf. Und da hat er mich noch nicht mal abgetastet. Weder hat er mir, ähm, Harbin oder so angelegt. Oder irgendwas angelegt. Ich hätte ihn da wegschießen können. Okay, es kam gerade jetzt zu schreien, dass wir mit dem Heli unterwegs sind zu uns. Näääää. Und dann hab ich erstmal überlegt, was mach ich. Und dann kam dieser Exex von hinten. Aber ich hab sowas noch nie gesehen. War das dann überhaupt ne. Ich weiß nicht, der hat auch nicht einmal die Waffe auf mich gerichtet gehabt. Gar nichts. Hätte ich die nicht mal... Weißt du, auch beim Weinen gehen jetzt. Der ist einfach reingegangen, dem war das voll egal. Das komische ist ja, bei dir war du irgendwie so richtig freundlich. Und dann als wir gestürmt sind, hat er auf einmal geschossen. Wo eigentlich eh schon alles zu spät war. Also ich glaub wirklich nicht, dass der Typ psychisch lobby ist. Ja ey, was hat er... Also jetzt auch... Irgendwas war ja komisch. Dann hat er gesagt, er hat... Kabelbinder hat er mir angelegt. Und ich hab gedacht, welche Kabelbinder? Ich will dich mal festgenommen. Dann frag ich ihn noch auf net... Auf netter Basis hab ich ihn gefragt, haben sie überhaupt Tantschellen dabei? Sagt er, nö. Dann sag ich ja, wie könnten sie mir Kabel wieder annehmen? Ja, die hab ich hinten in meiner Weste drin, die kann ich da jederzeit rausziehen. Ich dachte mir so, ja, okay. Also da ist mir fast ein Wunder, dass er eine Waffe dabei hat. Ich hab dann... Ich hätte meine Waffe, die jederzeit dann auspacken können theoretisch. Aber ich hab ihn noch ein bisschen gelassen. Weißt du, ich dachte mir so, ich komm da schon so raus. Der war so unvorsichtig. Ich dachte, ich renne da einfach raus. Aber am Anfang, als ich fähr die ganzen Camps... Am Anfang war er ja relativ nah immer bei dir. Und dann aber irgendwann hat er er voll nachgelassen. Du warst irgendwann am anderen Hilfenbaum. Ja. Ne, der hat mich dann... Also nach dem Rausgehen... Palito war's, ja. Ja, Palito. So was. Ne, und dann sind wir auch da mal mitten auf der Straße stehen geblieben. Da hat sich auch überlegt, soll ich jetzt absteigen und einfach wegschießen. Hat mir ja weder was abgenommen, noch hatte mir beim... Er hat auch da nicht mal gesagt, Karnobinder anlegen. Das hat er erst gemacht, als wir beim... Bei Dings drüben waren. Wie gesagt, er hat nicht gecheckt, dass ich Cop bin. Er hat das gar nicht gerafft. Das war bestimmt sein erster Jugo. Hab ich auch das Gefühl gehabt. Aber... Ja. Also... Ich will ihm ja keine Tipps geben, aber... Ich hoffe, der kommt auch nie drauf, wie man wirklich einen Jugo macht. Ne, auch nicht mehr. Dann hat er gefragt, wo ich die Waffen mehr hab, wenn ich keinen Cop bin. Dann hab ich gesagt, ja, vom illegalen Waffenhender. Ich kann ihm ja keine Namen nennen, weil... Sonst kann ich ja nicht mehr einkaufen. Eben. Hat er mir das abgenommen. Ach nee. Da hinten steht sie. Da ist sie. Rechts. Ach da. Ja. Ach, schau mal. Es wartet an jemand. Perfekt, danke. Wir haben ja gesagt, sie haben sichergestellt, ne? Danke. Moin. Hallo. Ah, ah. Erfekt. Erfekt. Ach, die war noch offen, ne? Ja, ja. Ja, er stand offen da. Ich bin jetzt abgeschlossen und hier an der Seite gestellt. Ey, ja, ja. So ganz für polizistinfreundlich. Ich bin Mechaniker. Ja. Daher wusste ich tatsächlich auch, dass es ein Kopfwagen ist. Was man aber auch hinten schnell sieht. An dem schwarzen Dinger. Keine Ahnung, was es ist. Ja, also... Der Motorradfahrt hat es nicht gesehen. Wurden sie entführt oder was? Ja. Moment, ich gebe mit meinem den Zweitschlüssel. Hab ich ihn ausgeliehen? Oh, dankeschön. Vielen Dank. Ubi-Chain. Soll ich den noch reparieren, oder? Ich weiß nicht, das Heck war davor nicht kaputt. Ich weiß nicht, warum das da ist am Heck. Irgendwas. Also, ich... Manche Leute haben eben gemerkt, dass es ein Kopfwagen ist und... Echt jetzt? Na ja. Ja. Es kamen zwei weiße G-Klassen. Es sind alle mit Waffen ausgestiegen. Ich bin direkt weggefahren. Äh. Zwei... Warte, was war? Zwei weiße G-Klassen. Die sind mit Waffen ausgestiegen. Mit Akasa oder Gott weiß, was das war. Ich bin direkt in Skyline abgehauen. Ach du Scheiße. Keine Zeichen haben sie nicht, ne? Zwei weiße G-Klassen haben illegale Waffen dabei. Sollte man die zusammenziehen. Bitte mal anhalten und durchsuchen. Dann kommt es nicht. Also, noch weniger wie ich. Okay. Gut vor. Ja, wie gesagt, ich könnte den noch reparieren, aber... Mhm. Ja, wäre cool, wenn sie die Rückleuchte irgendwie hinkriegen, dass ich damit fahren kann. Ja, ich habe zwar jetzt nichts nothüftiges mehr, aber ich könnte es nothüftig flicken. Ja, das wäre so wichtig. Das ist unmöglich. Ja, zwei weiße G-Klassen. Ich meine, da hinten gibt es auch sonst ne Garage oder machen sie es so? Ja, ich habe einen Reparaturkasten dabei. Ja, ich habe einen Reparaturkasten dabei. Ah, okay. Vielen Dank. Ja, ich... Alles gut. Bin nicht im Dienst. Jetzt müsste ich extra zur Werkstatt. Ja. Ja. Was sind da denn nur Waffen drin? Ah, genau. Im Kofferraum habe ich reingeschaut. Da war jetzt, ich glaube, zwei Schutzwestern am und ohne gewesen. Ja, kann man von Glück sprechen, dass die überhaupt noch hier steht? Ja. Die war offen. Ich wollte gerade noch den Wagen hier gesehen. Mann! Leute. Ich bin doch hier. Ich stehe einfach mal hier pfeifen. Ich poliere doch mal den Stück rüber. Wisst ihr was? Es ist schon wieder ein Palito passiert. Schon wieder ein Palito. Jetzt fällt es mir erst ein. Ich wurde wieder ein Palito mitgenommen. Ich wurde wieder ein Palito mitgenommen. Ich wurde wieder ein Palito mitgenommen. Jetzt, 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 jetzt. Check ich es jetzt. Raff ich es erst. Das ist ja nicht aus zivilen Gründen, oder? Wie aus zivilen Gründen? Die Felgen? Nicht, weil es schick ausschaut. Nee, ich meine die Farbe. Die Farbe, weihnachtlich, zu meiner Mütze. Ach so. Und weil, ich muss auch sagen, so eine Farbkombi mit den Felgen und so, ist von Weitem nicht, dass das ein Kopf ist. Das stimmt. Also vor allem mit den Felgen. Die Felgen sind jetzt sehr, sehr auffällig, unauffällig, ne? Also ich muss sagen, als du mal gestehen sind habe, ich wusste es tatsächlich nur, weil er auch eben in der Werkstatt hat. Jetzt hätte ich es auch nicht auf den ersten Blick gesehen. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, der Camaro eigentlich bei Schnee. Wie schnell der fährt? Nein, wie es nicht bei Schnee fährt? Sehr gut, muss ich sagen. Wirklich sehr gut. Also ich war vorhin in einer Verfolgung mit einem M8. 30 Sekunden, nachdem ich nicht mehr dran war, war der weg. Und ich habe wirklich, also Handling-technisch gut mithalten. Ich war ja, ich war ja die zweite Highspeed und ich bin mit der Corvette nicht hinterhergekommen. Ne, also wenn du Highspeed fährst im Schnee, das Ding ist 1A. Also heute kein Problem gehabt. Auch Kurven fahren. Du kannst ganz normal die Kurven fahren. Du merkst gar nicht, dass Schnee liegt so. Hast du den Mustang auch schon mal probiert bei Schnee? Noch nicht, aber den habe ich gar nicht angegriffen, weil ich wusste, der Mustang ist hecklastig. Den würde ich gar nicht angreifen. Deshalb habe ich heute gedacht, ich war heute Camaro, weil der nicht so hecklastig ist. Weil dann werde ich auch mal den Camaro bei Schnee wahrscheinlich primär benutzen müssen. Ja, der fährt auch schnell. Hast du mich gefahren? 3,26 oder sowas mal. Also ich habe mich gerade erschrocken, als ich nur von Arzaps oder bis hierhin gefahren bin. Deswegen habe ich einen ganz schönen Sprung gemacht. Ne, der fährt gut. Also Schnee, top. Vielleicht fährt sich der Mustang auch gut. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Ne, ne, ne. Also in Kurven, der dreht sich sofort ein. Also in der Stadt brauchst du den Garten. Ja, dann Camaro. Dann Camaro. Also ich habe heute mal probiert und ich bin nicht enttäuscht worden. Dann werde ich die Camaro benutzen. Also ich habe heute Mittag einen Korb gesehen mit dem Mustang. Der ist am Hauptplatz richtig weggerutscht. Der rutscht auch so weg, wenn du keinen Schnee hast. Der rutscht auch so weg. Ja, und jetzt halt nur noch schlimmer. Ist auch so rutschig. Unbrauchbar eigentlich das Teil jetzt. Für den Winter. Ja, dann wird die Highspeed halt komplett mal auf Camaro umtauschen. Vor allem im Winter. Also langsam ist sie ja nicht. Geht ja auch was voran. Ne, was fährst du? 3,30, 3,40, ne? Ja, ich habe jetzt noch nicht mitgezählt, was Maximales. Ich war jetzt auf 3,25 oder so einmal jetzt. Aber ich schaue ja auch nicht immer, wie schnell das fährt. Ja, hinterher komm nicht, wie schnell. Ja. Hinterher bin ich gut gekommen. Bis dann der Tank leer war. Ja, das war halt echt nervig bei dir. Ja. Aber du wirst ja vorstellen, wie das angefangen hat, die Verfolgung. War mein Tank fast voll. Das heißt, der M8 müsste an sich auch fast leer gewesen sein. Ja, dann ging er halt irgendwie. Der ist auch echt schnell auf Strecke gesehen. Da sind anscheinend die Crownwigs überhaupt nicht hinterher gekommen. Ne, der M8 fährt 300. Echt? Ich dachte, der fährt 260, 270. Dann war es das. Ne, spätestens mit den Bodenwellen dann wird er noch mal schneller. Wobei man darf ja nicht so außer Anlass ziehen. Es hat ja geschnieen. Im Schnee fährt sehr viele schneller als sonst. Schon aufgefallen? Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich meine, ich habe ja privat einen Tauho, der fährt auf einmal 310. Aufmergeraden. Mhm. Er sagt doch, im Schnee fahren sehr viele Autos ein bisschen schneller. Und keiner weiß, warum. Vielleicht motortechnisch, dadurch, dass es so kühl ist, dass du dann einfach mehr Leistung hast, ne? Ja, und du kriegst teilweise ein bisschen mehr Drehmoment drauf, weil die Reifen teilweise unterwegs gleich durchdrehen könnten. Weniger Kontakt zum Boden. Ja, mehr oder weniger, ne? Mhm. Wie ist denn das eben passiert, dass er hier alleine stand? Wurden sie entführt oder was? Ja. Ich wurde bedroht, entführt und ja. Ist aber alles gut ausgegangen jetzt am Ende. Wahrscheinlich der Juwelier, der eben war, ne? Ja. Mhm. Ich durfte den ganzen Motorradweg mitfahren auf der Autobahn und ich hatte Angst in mein Leben, weil er ist gefahren mit 300 gefühlt und das im Schnee mit Motorrad. Warte mal, im Schnee mit Motorrad ist der Typ wahnsinnig? Ja, aber der ist so schnell. Das ist wahrscheinlich jemand, der unter BTM stand oder psychisch nicht ganz. Ja, der war ganz viele Palle, der war nicht ganz da. Der hat mich nicht mal richtig festgenommen und hat mir nicht mal Waffen abgenommen. Der hat auch nicht gecheckt, dass ich Polizist bin. Der hat das Auto gesehen und hat sich nicht so weit gedacht. Wie blöd kann man eigentlich sein? Sorry, aber... Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so lost war wie der Typ. Aber ey, ich habe... Von hier sehe ich das überhaupt nicht. Der ist von hinten. Von hinten war der. Ist von hinten gekommen. Das heißt... Schau dir das Ding an. Du siehst da die Blitzer und da diese zwei Dinge. Und dann noch CXM, Blitzer Kennzeichen und er sagte ich so aussteigen. Weißt du, hat mir hier an die Fensterscheibe die Waffe gesagt so aussteigen. Und ich habe gedacht, er will meinen Highspeed klauen. Das war mein erster Gedanke so. Aber nee, wollte mich denn mitnehmen. Also es gab ja auch mal eine Zeit, wo viele Officer ausgrabbt wurden. Nur eben halt um die Waffen zu kommen. Nicht irgendwie als eine Geiste so zu nehmen. Das wäre jetzt vielleicht auch ein Grund gewesen, aber er hat ja gar nichts gemacht. Aber sowas hatte ich noch nie, dass mich wer mitgenommen hat. Und dann mir nichts mal abgenommen hat. Mich nicht festgenommen hat. Gar nichts. Also wirklich sorry. Aber wie blöd kann man sein? Also ich habe auch schon viel auf dem Kerbholz. Ich habe auch schon so einige Male Staatsmache und so weiter gemacht. Aber so blöd war ich auch noch nie. Also wirklich. Ja, Herr Stränder, waren Sie ein bisschen besser vorbereitet. Also du bist schlauer wie der Typ. Bis auf die Reifen schießen, ne? Na, darüber reden wir jetzt nicht. Das war mir so unangenehm. Ich wollte vom Kopfwagen auf die Reifen schießen. Ich konnte den AK-Rückschluss nicht kontrollieren. Die Waffen haben wirklich überall hingeschossen. Uff. Ja, das war schrecklich. Gut. Ich tue keine Seele, war zu leide. Dann, ihr beiden Weihnachtsmänner. Ja, ich würde es packen. Ich gehe jetzt schlafen. Jawohl. Ja, schönen Feierabend hier. Tschüssi. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao. Und lassen Sie sich nicht ausrauben. Puh. Na ja, Geisel nehmen eher. Wir versuchen es. Na ja, das ist also so ein blöder Geiselleben. Das müsste bestraft werden, diese Dummheit. Ja, das ist voll. Perfekt. Aber dass es sowas gibt, ey. Dass es sowas gibt. Ich habe noch nie so ein. Aber wie ich gesagt habe, es war schon wieder. Es war einfach legit. Schon wieder hier. An der Tankstelle. Ich wurde wieder an Palito Tankstelle überfallen. Jedes Mal als Cop. Ich wurde dann... Hier wurde ich mal überfallen. Hier in Palito. Hier rechts. Bus. Ich habe einen Bus angehalten. Ich wurde mitgenommen. Geisel. Also ich habe echt... Was das betrifft ein bisschen Pech. In Palito. Aber es hat... Es passiert immer dann, wenn du es dir gerade nicht denkst. Ich war gerade einfach noch gechittert am Tanken. Da habe ich mir gedacht. Ich gehe mal tanken auf Ehre. Aber mal tanken gehen auf Ehre. Nummer 65 hier, ne? Schau mal den Hunderter ercheckt vorne an der... Einer Dings im Umsen. Hätten schon ein Ticket ausstellen können mit 165. Clear. Closing. Closed. Away. Boah alter. Datingen. Ahmet ist in 10-19. Pallito. Enfêter. Direktiert. Ja, da sind wir. Das war nichts. Wie geht's diecargäuern. Wird werden immer noch ein paar. Da gibt es nicht. Es muss ich mir dann auch. Diese vor Ort verifizieren. Mögen. In der Kurs sind. bald neue sirenen und stimmt ganz vergessen bald neue sirenen vorlesen enxeroy youtube auf 90 cent und für sie werden philipp 107 könntest du ihn jetzt nicht theoretisch festnehmen also vorhin das haben die kollegen gemacht da würde dann geschafft geschossen damit die letzte spende dieses jahr konto leer geht schlaf muss man drei uhr aus gut macht ich wünsche dir auch eine wunderschöne gute nacht also hier ist 130 ich denke mal seit 20 die kopflosen so schnell hier ist ja 130 komplett los der moment of the day so muss das so muss das ist nicht anders genau da kannst du mich mein freund edwin grüßen grüße edwin und den philipp so friday gg verfolge dich seit einem jahr bis ich verkäst du noch als wenn sie wenn sie sagt mir was schon lange also wenn david n einfach fast schon drei jahre dabei wie schnell die zeit vergeht nach weiter so wie du bist liebe das liebes danke danke vielen dank danke ja david n dann haben wir den restern nicht vorgelesen gell ja passt ja kann man schon sagen geile streife gewesen an sich jetzt am ende am anfang relativ wenig aber jetzt mit der mit der mit dem typen mit der festkommend war schon lustig du denn einfach gar nicht drauf geachtet was ich mache dem anders scheiß egal wie scheiß egal ob das einfach war wenn er slash th gemacht hat also wirklich das geiselleben dann wär cool gewesen das werde ich dann aber glaube ich mal richtung pd fahren glaube ich mal ins 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 erb perfekt ist was getrunken perfekt ja werden werden ins rp-bett begeben ich mal im rp schlafen gehen marktpumpe wird noch nie überfallen ist mir gerade so aufgefallen aber stell dir mal vor ihm würde marktpumpe überfallen dann wäre was los du dann wäre was los aber ich müsste dem so ein award ausstellen beste beste geiseln immer 2022 die losteste geiseln name 2022 das hätte er auf jeden fall verdient heute noch wenn die oder vielleicht eine runde hätte ich im bock drauf maybe weil die leute ihr wollt ja dass ich heute noch zocke an sich könnten wir sonst machen und ich muss schauen ob er zeit hat wenn nicht dann nicht aber ich hätte schon noch ein bisschen bock gehabt schon fast nur also wer es auch bock hat auf radio noch schreibt mal eins in den chat schau mal ob der chat durchradelt wenn er durchradelt mach mal wenn nicht dann nicht weil der chat wird durchradeln der witzige gruppengraden gell wie die heute war echt relativ ruhig hier also so ruhig war es noch nie weil ich nicht glaube dass anderen noch da sind in der uhrzeit ja ganz viele eins im chat perfekt mir fällt auf heute bin ich nicht einmal aus dem game gecrasht ne ich einmal rausgecrasht nicht einmal diskonnect steht denn da vorne als dings hallo was gibt's kommst du dann mal kurz ins admin büro ich wollte in der situation gerade ach so was gibt es denn gerade im admin büro diskussion ja gerade wegen wegen der aktion da von dem herrn warum was was hat er gemacht naja zwecks handschellen und kabel wenn du was ne aber das problem ist muss man ihm auch darf man nicht verübeln ist nirgends definiert im regelwerk ja das habe ich auch gesagt das ist das ist das ist eine grundsatz diskussion schon deshalb ich wollte es mir jetzt nicht übernehmen oder so ich habe niemanden bestrafen ja ne ne können wir auch nicht das problem ist das ist wieder sowas wie mit den airbags damals weißt du und dann fangt irgendwer an jemanden den kabelbinder zu legen wenn er keine handschellen dabei hat so ja und das ist das problem aber das ist nicht verankert deshalb ich habe es ihm gar nicht böse genommen und habe deshalb so ein bisschen mitgespielt und ihn nur gefragt wie seine handschellen sind ich habe ein bisschen darauf angesprochen und gefragt aber er wusste halt echt nicht ne deshalb ich habe es ihm jetzt gar nicht böse genommen ich bin aber dann mit meinen kabelbindern kann ich so sagen rausgerannt ja das ist es ich kann ja mit kabelbindern rennen das ist ja das positive daran kabelbinder ich habe halt extra meine weil ich hätte sonst einfach einfach also hätte ich meinen kabelbinder nicht ausgespielt hätte ich ihn da drin weggeknallt ja also wir hätten es sogar gefeiert wenn du ihn von hinten einfach wegtasert hättest wo er so weit weggestanden bist ne ne ich wollte ich wollte ich wollte dann trotzdem das mit den kabelbindern wenn ich es so ein bisschen ausspiele dass ich ihn jetzt nicht direkt wegknallte aber ich habe dann die Situation genutzt und bin raus aber ähm ich habe jetzt eh gesagt heute werden wir uns dransetzen ein bisschen was umändern ein bisschen was undefinierte sachen verfeinern hat er jetzt auf den deckel bekommen nein 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 deswegen bin ich ja hier ne ne weil wie gesagt wir können es ihm gar nicht übel nehmen er kann es ja gar nicht wissen und ich glaube viele wissen das gar nicht ich glaube das mehrere Leute machen ist mir gerade aufgefallen ja das ist es ja hat wer von euch ready or not wir haben es gestern also du schon du schon ja aber bei jail ja ich hab's nicht mehr äh Wolffi Wolffi und Mike spielen es gerade auch schon unten im anderen ja weil ich hätte voll Bock auf Radio or not noch ne Runde würde ich noch on stream zocken ja die sind unten kann ich ja mitmachen jawohl perfekt ich frag die zweimal jawohl toll danke dann bis gleich bis gleich OOC Talk im RP meine lieben Damen und Herren wurde ja von Homeland angesprochen das darf ich schon ne aber ja ich bin jetzt kein Arsch der Typ hat es ja wirklich nicht gewusst ich glaub das ja viele Leute das nicht wissen weil es nicht richtig definiert ist im Regelwerk ne aber das mit den Kabelbindern ist halt jo so asoch ne asoch ist das heute das macht man wenn man festgenommen hat dann legt man den Kabelbindern an so hab ich es ja als Karl Heinz auch immer gemacht nö King4107 Schönen Abend noch Dann, schönen Feier Schönen Abend AOC Talk im RP ne aber haben wir jetzt schnell gemacht weil dann muss ich jetzt nicht in Admin Talk gehen weil wir wollten ja noch Radio Nord machen und ready or not here I come you can't hide Passt ausgetragen sind wir ja für Streamstürmen Chat der Mathe ui äh falscher Gang falscher Gang ja echte Polizisten als LK Fahrer getarnt grüße da vielleicht stimmt was sind sie eigentlich Lastkraft Wagenfahrer ich bin auf ihrer Seite und dann renne ich raus Philipp, danke für 2€ Jagi, moin hättest du Lust mir zu sagen was für Grafikmods du use Settings geben oder verkaufen äh verkaufen nichts Settings kann ich schwer geben weil es ist einfach komplett umeditiert es ist ähm ein Visual V ist das mixed mit Natural Vision und dann mein Edit drauf das habe ich vor Jahren gemacht das Ding und das ist ich habe sie dann Diamond Vision getauft die Grafikmod gibt es so nicht ich glaube die wird es auch nie geben bin aber sehr stolz sie sieht schön aus doch und sie zieht nicht so viel Leistung also ich habe geguckt dass das Ding nicht viel Leistung zieht ist wirklich also wenn du das mit den neuesten Natural Vision vergleichst ne hat das Leistung zieht und optisch finde ich das jetzt sogar gar nicht mal so schlecht meine so die für Filme und so finde ich das neue Natural Vision geiler wenn du so Intros oder sowas oder halt Intros so Trailer machst aber sonst so ähm die Rubbellose haben heute Wirkung gezeigt ja super Wirkung ich wurde mitgenommen mal wieder perfekt so jetzt gehen wir aber dann mal ähm Ding zocken ich schau mal wer noch da ist gucken wir mal ready or not geht es jetzt noch eine Runde schauen wir mal wer ist noch alles dabei wobei wobei ich könnte ich weiß nicht er streamt Butti noch heute wir gucken ähm Butti auf Leech wenn er noch streamt dann könnte ich ihn aufholen bock hat weil er hat ja already or not naja ist grad nicht mehr live schade dachte Butti wäre live nämlich heute ja gut dann nicht dann halt nicht so wo ist er denn wo ist er denn wo ist er denn ah die zocken da ready zockt die schon ready or not ne ne die zocken kein ready or not hm ich bläht hallo hallo hä zocken die da unten ready or not im Büro 1 ne die spielen was anderes aber Mike und Wolfi kommen ok Sascha auch kannst du erstmal noch Pipi Pause machen ich mach jetzt keine Pipi Pause ich zieh voll durch ok also Props Props gehen raus an deinen lustigen Lacher der äh heute fast alleine deinen Mod gerockt hat ne bist du Freddy der noch vorhin da kurz dabei war das stimmt ja achso äh gut darf ich die mal kurz kurz fragen nö aber nur kurz ja kannst du Matze auch Rechte geben für Mod warum weil wenn du zum Beispiel den VIP Chat hast dann kann er schreiben kann ich machen ja ist doch nicht schlimm das wäre das wäre nein ich sag soweit ne weil ihr habt ja meistens Mod äh du bist der Matze mit dem blauen Herz ne ja Matze genau ja aber ich find's auch gut wenn ich euch hinzufüge weil dann weiß ich äh der Originale dass ihr das genau dass ihr das seid weil weil ich sag mal so der Matze der ist ja meistens immer wenn er Homeland ist dann schaut er deinen Stream und dann kann er auch auf dem Chat äh äh gucken aha Meta was ist mit Alex was ist mit mir hast du auch einen Account den ich reintun kann wer heißt du äh Slacks ich heiß so wie hier im Discord bist du oft im Chat und schaust nach oder immer da der was immer da immer im Chat ja gut dann kann ich dir auch geben dann schreib mal was rein in den Chat hab ich ah da bist du ja da ist er im Chat Alter auch schon seit über einem Jahr Mitglied besser als ohne Mitglied muss man auch sagen boah ich liebe es ich liebe es und schon geht's los whole homeland ja whole homeland ja whole homeland so ey aber Matze du warst das heute mit dem LKW ne ja ich frag mich aber warum der Hänger auf einmal wieder da war ja das ist äh das hat mich am meisten verwirrt ich glaube wegen dem Anti-Despawn Script das speichert den Anhänger auf den ähm aufs Model und wenn du den weg machst dann ja spawn dann wieder drauf und so aber das ist der Grund warum die Anhänger auf 3.0 dann gefixt sind weil dann hast du ja dieses Anti-Despawn Script nicht mehr ja alles gefixt auf 3.0 ja deshalb sag ich auch da sind ja viele Sachen gefixt danke Robert danke wir sollen jetzt mal hochkommen ich muss ja sonst mal hochpushen ja streamen warte ich nämlich wir werden ins Büro reinmeldung warte ich frag mal mal rein hallo hallo kommt irgendwer mit spielen ähm hier äh ja wir kommen zu dritt ja warte dann wann habt ihr denn zirka Zeit in einer Sekunde in einer Sekunde eins so einer gib uns eine Sekunde noch ja perfekt das passt bis gleich bis und ich bin weg so kommen sie ich muss ich muss mal ich muss sowieso mal Radio Note 1 warte sie kommen dann ey ne ich will doch ja nicht bei irgendwem mit hey weg hier Radio Note äh zu wieviel kann man Radio Note spielen zu 5 ist maximal oder äh früher waren es 4 und jetzt sind es 5 ja ok guck mal wer da ist handelsfreundlich da jo wo denn bei dem Chat nach da magst du bei mir auch Mord haben oder nicht wer hä genau äh Vivi die Allerechte die Allerechte Vivi ist da willst du hier auch Mordrecht haben oder ist das egal hallo Vivi das ist alles blau der ganze Chat warte ich schau mal ob das überhaupt hinhaut so mit dem performancetechnischen ich habe es nämlich noch nicht probiert ähm nein nein ich bin noch nicht ready ich muss das Waffen zu bestellen ich bin nicht ready oder not ach im Anschluss damit du die Frauenquote erfüllst schreibt Alex ohaa oha ohaa schau mal find group session spiel wenn ich jetzt auf spielen gehe ich find das mit den Mods du kannst einfach Mods so installieren du musst halt nur wissen wo die wo man die findet ne joa ich mach mal schnell mein Setup fertig mach mal die Option umstellen was sehr laut ist ne audio ach die spielen MW also ich lade jetzt auf jeden Fall mal das Code ein na warte ich komm gleich SFX Lautstärke muss man ein bisschen runterreden ne was sehr laut ist das schießen glaube ich hallo wieso du musstest mit Andl entscheiden guten Tag hallo ich hab so einen Reiz da warte Vivi das wir reden wenn mit Andl ich entscheide das net warte mal wirst du sagen du Andl bestimmt was du machst ohaa ohaa ich hab Andl sogar nicht eingeschätzt dass er so einer ist was sind da los Vivi was sind da los so ja so Übertragungen im Discord dass ich sehen kann mhm anke Soundtechnisch angenehm Leute oder ist das zu laut Soundtechnisch angenehm Leute ich muss ja nicht mal vor schreien dann ist es bestimmt zu laut dann ist es bestimmt zu laut habt ihr irgendwelche Mods na sehr gut ist aber schon sehr laut die Waffensounds gell ja schon ordentlich ja ähm wieso sagt er die ganze Zeit ich spiel mit Xbox Controller ich hab den nicht mal angesteckt Cheater laut ne ich benutze ich benutze Aim-Assist habt ihr eine Mission wo wir unbedingt spielen wollen oder irgendwas tolles irgendwas tolles extrem Simulator naja das dauert am Anfang Cherry irgendwie interessanter so jetzt ist aber besser Leute so ist besser oder so ist besser oder so sollte jetzt glaube ich passen jetzt ist es nicht so laut normal oder schwer normal oder schwer wir haben Lobby ich ladest du mich an Matze 615 auf den Büro Polizei auf den Büro Polizei auf den Büro Polizei nö oh nö auf den Büro Polizei nö nö ich trete einfach super weil ich es einfach mache Ja, perfekt. Passt. Perfekt. Chat schadet perfekt. Dann lass mal's so. Ähm. Da startet du schon da, oder? Ja, es startet gerade. Ich bin schon in der Lobby, ja. Ich hab jetzt mal diese komische Farm da aktiviert. Ich noch ganz schön meine Waffen ausstatten und dann komm ich zurück. Ja, muss ich auch noch. Ja, ich auch. Der Wolfi ist da. Äh, was ist denn ein, ein IR Laser? Ähm, Infrarot. Ah, das ist der. Deshalb hab ich nichts gesehen. Perfekt, jawohl. Warte, ich kann da nicht beitreten. Hast du Mods? Nein. Ich bin steht dran. Smoky left. Äh. Ich bin kicked. Dann hast du jetzt wahrscheinlich Mods installiert, mein Lieber. Das will ich nicht. Äh. Cheaterino. So, wurde ich jetzt schon wieder eingeladen? Ich hab's zur Sicherheit nochmal gemacht. Soll nicht rauben. Ich wurde auch eingeladen. Es gibt einmal Laserpoint und einmal den PEQ15. Also das ist der Laser mit IR, weiß ich schon. Infrarot. Fast. Start nochmal Neues. Fast. Dann tue ich euch mal beitreten. Habt ihr irgendwelche... Wer spielt was am liebsten? Spielt irgendwer mit Schild oder so? Ja, was soll das? Zum Ersten kann jemand anderes Schild nehmen. Ich hab heute keine Lust vorzugehen. Das hat mir gestern gereicht. Schild. Also gestern keine Lust mehr drauf. Schild ist immer scheiße. Ja. Der, der als erstes vorgeht, ist halt auch immer der, der als erstes stirbt. Jo. Ich fand's gestern so lustig, wie Mad Andrew war da einmal, wo irgendwer vorgegangen ist. Ja, also es war halt ich. Wer ist denn da vorgegangen? Ja, was soll denn das? Da sind wir so ganz drin in dem Ganzen. Matze, du hast Mods drin, dann. Wie soll ich Mods drin haben? Ich hab noch nie Mods installiert. Ich bin bei Matze drin. Ich hab auch keine Mods drin. Habt ihr... Irgendwer... Ja, aber es kickt mich, weil er moddet. Morde? Ich hab aber keine Mods. Ich hab auch keine. Ich auch keine. Und ich bin bei Matze aber grad drin in der Lobby. Also wer... Wer kann jetzt Matze alles nicht beitreten? Ich. Ich. Sonst alle. Vielleicht hast du Mods installiert, mal daran gedacht. Vielleicht aus Versehen. Nee, ich bin nicht. Ja, ja, ja. Ja, aber es kann nicht sein, weil ich hab auch keinen einzigen Mod installiert. Nichts. Ich könnte sonst ne Lobby aufmachen und schauen. Dann kommt's raus. Ja, dann mach du eine auf. Ja. War das Server-Admin? Oh, ne. Anmelden. Oh, ne. Ich hab zwar keine Ahnung, wie das geht, oder... Ne, weißt du was? Ich hab eigentlich... Spielen nur Freunde. Also du musst rausgehen und dann spielen nur Freunde. Dann machst du quasi automatisch ne Lobby auf und dann kannst du uns einstellen. Ah, super, cool. Dann machen wir das so. Warte mal, jetzt muss ich erstmal... Speedtest. Jetzt guck ich auch mal. Aber ich hab keine Mods drin. Ich auch nicht. Was ist das? Warte mal zum Spielen einladen. Warte mal zum Spielen einladen. Warte mal ganz schöne Mods schon. Warte mal zum Spielen einladen. Ja, nicht in Gruppen-Chat hinzufüge. Ich will die einladen. Bin du da zu blöd für alles? Wie mach ich das hier? Freunde einladen, so. Jetzt lade ich ein... Ein... Ich... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich hab einen Code gar nicht bei Steam. Perfekt. Kannst du noch. Perfekt. Wie... Wie könnt ihr sonst noch... Ich glaub ich hab Wolfen nicht in Steam. Ah. Oha. Da kommst raus. Oha, Latenz. Was ist denn hier los? Zwohundert... Fünfund... Zwohundsiebzig... Was? Und bei mir? Ja. Aber grad auch schon bei... Bei... Matze. Ich hab 210 Millisekunden. Okay, ja. Bei mir können sie grad streame, ne? Achso, es wird ja bei mir gehostet, ne? Ja. Scheiße. Egal. Ähm. Also ohne hab ich... Ja, aber bei mir kann es nicht liegen. Weil ich hab momentan... Ich glaub einen Ping von 8. Und... Sehr gute Leitung. Also so hab ich... Mein Upload ist im Arsch. Deswegen. Ja, aber warte. Geh doch nicht hin. Warte. Ist da Wolfi jetzt noch da? Ja, warte, 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 warte. Gehen wir noch in die Sekunde. Eine Freundschaftsanfrage oder so. Mach ich. Ah, da. Ne, ich hab dich. Ich hab dich sogar drin. So. Wer fehlt jetzt noch? Ich. 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 Ich hab dir grad ne Freundschaftsanfrage geschickt. Ich hab dich doch schon mal drin gehabt. Ich bin doch nicht blöd, oder? Nee. Mich hattest du noch nicht. Ja, mich hattest du schon mal drin an. Also ich hab die Kamera dabei. Oder soll ich das Schild mitnehmen? Dann bin ich halt auch vorbereitet. Ich hab äh... Einen Grenade Launcher mit Flashbang dabei. So. Ihre Freunde, Freunde. Anfragen. 38 Stück. Danke Leute. Für 38 anfangen wieder. Das denk ich halt auch. Ich hab halt auch jede Menge. Dinger. Deshalb, ich tue, ich tue meistens, tue ich immer auf alle ignorieren. Weil ich halt, mich ändern halt Leute, die ich halt nicht kennen. Das ist das Problem. So. Jetzt nochmal. Freunde einladen. Spitz hier. Spielts mal in einer Runde. Ich. Ich such mal nach die scheiß Mods. Aber ich hab keine Mods. Das ist das nämlich. Vielleicht hast du halt aus Versehen, was installiert warst. Ja, das kann ich sein. Drum ich tue mal schnell. Späler Prüfung. Jawohl. Spielts mal in einer Runde. Ich steig dann dazu an. Yes. Oder soll ich Stinger mitnehmen? Ich nehm Stinger mit. Ja. Ähm. Der Laser. Nein. Wallah. Entschuldigung. This is not a run and gun operation. Be careful. You lost a civilian. Repeats. Civilian reported. Civilian killed. Ah. Weißt gerade. Entschuldigung. Nicht mit Absicht. Volle Absicht. Nicht. Volle Absicht. Das war nur volle Absicht. Ähm. Warum hab ich jetzt. Gefährlich. Warum trage ich jetzt die Waffe so komisch links. Irgendwie. Das würde ich um die Ecke schauen. Aber dauerhaft. Äh. O. O drücken beim zielen. Oh. Ah. Den O muss nur. Habe ich doch gestern schon gesagt. Wobei es ist gar nicht mal so schlecht mit O ne. Und den Laser vorne. Ja mit dem Laser ist das mit O richtig geil dann ja. Weil der. Das ist ja auch geil. Der Laserpointer ist nicht auf dem Punkt von dem Visier. Äh. Echt. Ja. Ja. Oh lol. Ja. Mal schauen auf das Ding. Ob der denn flasht. Ok ja das flasht. So. Jetzt will ich mal. Äh. E4 ist es. So. Wer will. Wer will. Wer hat noch nicht. Wer steht da grad vor mir. Ah. Ah. Alter. Hast du mich grad gebeanbacked. Alter. voll. hier. Ja. Wie. 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 So! Matze, du hast wieder gut aufgepasst in der Schule. Ich hab was, ich hab was. Amokläufer im Krankenhaus. Wird lustig. Komm, Rainer. So, oha. Der Molpi ist auch noch eine Weile. Er braucht noch eine Weile. Er hat ja gesagt, wir spielen eine Runde. Was soll ich einstellen als Schwierigkeit, also wie stelle ich die eine Schwierigkeitsstufe? Mach nochmal. Ja, wie? Hier, warte, ich geh nochmal raus. Du gehst da ran an das Board. Ja. Und wenn du das Ding auswählst, dann fragt er dich entweder normal oder stark. Mich hat er nicht gefragt, aber ich bin der Split für alles. So Standort bestätigen. Dann sagt er mir, Mission annehmen. Und da gibt's einmal... Das gibt nur Schwierig. Ja, oben in kleinrot. Achso, nur schwer. Ja, nur Schwierig gibt's. Ja, mach mal mal eine Runde, komm. Das ist, weil die Map ist schwierig. Probier mal's mal zufällig. Okay, hab ich das scheiß ballistische Schild nicht mehr ausgewählt. Weiß keiner. Das kriegst du nur unten ausgewählt. Boah! Mateo, hab ich kurz, du kannst mich grüßen. Mateo, alles Gute zum Wurzern! 144 Wurzern! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Marmelade! Und da nochmal 1 oder 2 Cent raus, Dankeschön, Mateo! Grazie! Grazie, por favor! Grazie mille! Huchaaa! In dem Spiel geht es darum, dass man als echte Polizisten einen Einsatz durchführt und Leute stoppt vor kriminellen Machenschaften. Ja, ja. Keine Zivilisten töten. Keine Zivilisten töten. Keine? Warum sagt mir das keiner? Ready or not. Here I come, you can hide. I'm gonna find you. Das ist halt das Geile bei Twitch. Bei Twitch müsste ich jetzt gar nicht das Thumbnail umstellen, aber laut YouTube müsste ich das ja jetzt. Ich kann gar nicht. Ja. Du musst das Thumbnail umstellen, wenn du was anderes spielst. Nein, aber man soll es halt machen, weil sonst kommen irgendwelche Leute auf den Kanal, gucken, ich streame RLO und dann kommen sie drauf und dann streame ich was ganz anderes. Drei von vier sind ready, steht da. Ja. Das ist bei mir 100% aus passiert. Ja, dauert ein bisschen. Irgendwer hat ein schlechtes Internet oder so. Ich kann halt nicht nachgucken, was ich für einen Ping habe. Einen Ping? Vielleicht hast du auch einen Pong. Oh, scheiße, ich habe geschossen ohne Grund. Alter, wo bin ich? Hilfe! Ich stehe hier mitten in der Mitte. Können Sie mal? Danke. Äh, warum? Ich habe schon geschossen auf Versehen. Ohne Grund. Hä? Warum kriege ich das Schild? Hä? Was denn? Also irgendwie hängt gerade meine... Wie ist das jetzt denn? Ah! Ja, ihr seid die Besten. Also ohne Witz, ihr seid... Nein, oh, ja. Perfekt. Was hängt denn bei euch? Ich wurde schon angeschossen, by the way. Warte, safe. Es geht einmal nach rechts. Hier ist noch eine Tür drin im Raum. Ich habe mein Schild nicht ausgewählt. Hallo. Wie da rum ist. Hä? Hä? Keine Ahnung. Ah, das wird schon. Da steht er mit beschwemmt. Und kriegt sich ausgewählt. Ja, nichts. Ah, jetzt habe ich es. Hier gibt es noch Türen, ne? In dem Raum. Ich habe einen Taser. Ich tue mal Full-Out rumstellen. Alter, Johnny mit 50 Euro. Danke. Vor in der Kamera. Wollt ihr vorgehen, oder? Danke. Ich habe Polizisten. Freuen sich über 50 Euro. Ja. Wollen wir mal vielleicht erst mal den Raum hier sichern? Ähm, den Raum hier? Der ist doch schon gesichert, oder nicht? Ja, da gibt es noch Türen. Achso, stimmt. Da drüben schreit einer eben hier. Einem hier. Okay. Na komm, lass auf. Treten die Tür. Achtung, mehrere Türen. Wer rein? Hallo, ich bin der Schild, Lieben. Ich bin der Schild, Mann. Warum lauft ihr vor? Oh, egal. Jetzt hast du es auswählen können, nach einer Stunde. Perfekt. Hallo? Hallo? Das ist wirklich eine Stunde. Hallo? Ein Zivilist ist rausgerannt. Einer ist raus? Ja, einer ist rausgerannt. Macht sich ja so fett von euch schon wieder. Du mit deinem scheiß Schild. Warte, wo ist denn der rausgerannt? Da? Hier, hier, bei uns. Achso. Rechter Flur. Nichts zu sehen. Schau, das ist auch für's aus, bitte. Können wir fast sagen. Riege Türen? Coast your groove. Geht die Türen auf? Ich drehe sie auf. Scheiß drauf. Okay, was? Das klopfen. Achtung, hier ist schon, hier sind zwei Türen, die in seinem Raum führen. Die Jungs, das wird nix. Das wird schon wieder absolutes Chaos, was wir vor allem haben. Quatsch. Wir haben den Eingang nicht abgesichert, Jungs und Mädels. Nein, haben wir nicht. Deswegen wundert es mich, dass ihr alle vorrennt. Ey, da ist einer mit Kaffs. Den haben wir aber nicht gekafft, oder? Doch. Doch, den hat vorhin schon jemand gekafft. Den hab ich gekafft. Äh, ich verstehe gerade nicht, wo wir sind. Achso, da sind wir auch. Also, den? Ne, den haben wir nicht gekafft. Hä? Das ist aber so ein Leuchtstäbchen, das hat der ja wieder hergeworfen, oder? Ne, das lag schon, aber den haben wir nicht gekafft. Wer hat da ein Leuchtstäbchen hin gemacht? Was soll denn das? Was passiert? Ne, wir sind hier gespawnt. Das ist unser Spawngewehr. Aber den haben wir ja nicht gekafft. Hä, wie kommt denn der da hin? Der ist rausgerannt. Der ist ein Cheater. Warte mal, ich tu dir mal in die Ecke. Moin, ihr ist sicher, du kannst durch die Tür durchkommen. Gerade so verwirrt. Gut, ich beginne nochmal raus, äh, rein, meine ich. Okay, jetzt können wir doch durch die. Wer schießt denn da? Jetzt können wir hier durch. I-Band. Jetzt können wir hier durchgehen. Wo sind die anderen zwei schon wieder? Wo sind denn die zwei Haschpolanten, ja? Ich bin, äh, in der Küche. Ich bin, äh, in der Küche. Cafeteria, Cafeteria ist leer bis jetzt. Was ich sehe. Alter, der geht einfach vor. Alter, warum gehst du vor, du Stück? Warte, wo ist der, der Cafeteria? Drei Türm, drei Türm, drei Türm, drei Türm. Wo bist du? Ne, jetzt wirklich. Cafeteria. Aber wo? Warte, wie kann ich nochmal die Kamera anmachen von jemandem? Hier ist, hier ist durch mit Tee. Tee. Hier ist sauber. Ich schau mal, wo du bist. Du bist. Tee-Muskel. Alter, ich sehe nur ein blödes Schild, wo Dad draufsteht. Okay. Hier ist er sauber. Hallo. Hier laufen wir wieder zurück. Da ist, da ist jemand. Ja, hier waren wir schon. Achtung, ich bin hinter dir. Da ist noch einer. Da will der sich in den Fetz oder was? Da willst du fetzen? Ich hätte ihn jetzt getasert, ne? Also so ist es. Äh. Ach, der wird automatisch, wenn der dorthin läuft zu dem Save-Punkt, wo wir gesponsert. Ach, der läuft da hin. Ah, okay. Ah, okay. Verstehe ich. Hallo, ich bin wieder da. Hallo, schon das Feuer. Du bist der erste, der was Radio Nord mit Taser spielt, Alter. Ich bin halt geil. Wirklich. Geht nix. Brau'n Toilette? Warte. Bild ist aktiviert. Ey, habt ihr die Tür geöffnet, die Out of Order? Die geht nicht, die geht nicht. Ah, perfekt. Realistisch. Äh, ist soweit sauber, ich kann allerdings nicht auf die Toilette selber schauen. Okay, dann mach auf, ich schau rein. Rein da, Jungs. Rein da. Rein da. Ja, du musst, äh. Rein da, Schatter eindrücken. Leise, warte, Achtung. Links sicher. Hallo, wir sind's. Jo, passt. Äh. Ich glaub, da ist nix drin, ja. Äh, da unten liegt was. Ist der sicher? Wo? Ne, da hat jemand ein Räufchen gesetzt. Ja. Wäääh. Wäääh. So, Plan nach links jetzt, oder? Ja. Links, dann haben wir eine Tür links. Keine Türe, keine Türe. Da, da haben wir... Ach, dann. Ne, warum haben wir jetzt eine Tür links? Entschuldigung. Ja, grüß. Aufzug links, nichts. Meint man. Ich weiß, was... Ähm, dann machen wir jetzt hier die blaue Türe, würde ich sagen. Ja. Warte, ich guck durch. Ihr macht sie auf und ich geh durch. Genau. Oder wer will durchpieken? Na durch. Ich guck mal. Ich guck mal. Äh. Äh. Was ist das denn? Sieht soweit sauber komplett aus. Get on the ground now! Gibt jemand von euch Tasern hier für Bock drauf? Es gibt ein zweites Stockwerk. Nur so zur Info, ne? Anscheinend. Also ist nix, können wir auf? Ne, können wir aufmachen. Er sagt's halt zumindest. Wird schon passen. Geht danach rechts weiter. Rechts sicher. Ganz rechts auch keiner drin. Gut. Ah, ne Spielhöhne, jo. Bin zu fett, ich pass nicht durch. Nehmen wir einmal die Cafeteria. Da war ich schon drin, da ist nix. Oh, wie süß. Die ist schon leer. Ey, ist das so ein Fortnite-Skin, der da sitzt im Auto? Ach, keine Ahnung. Fortnite? Nein. Das haben wir die Tür. Wartet auf mich, ich bin allein. So, es geht einmal nach links und einmal nach rechts. Mike, du darfst voraus behindert. Äh. Sehr allerdings keine Person. Bei dir, bei dir buckt das Magazin rum. Ey, buckt bei euch auch das Magazin rum da vorne? Nö. Guck mal hier. Er hat ein Magazin, was er verfolgt. Wartet, wartet. Vorsicht. Rechts Türe zu. Links frei, aber niemand zu sehen. Wait a second. Türe zu. Ich schau mal, ob die Türe aufgeht oder nicht. Warte. Vorsicht. Okay, die können wir aufmachen. Vielleicht Sascha wieder durchpeaken lassen. Ja. Ja, ja. Wir geben Rückenwegung. Rückenschutz hier. Hat das Schild eigentlich kein Licht? Mein Taser hat einen Laser. Das ist gut. Aber ja, das Magazin packt auch bei denen. Es ist nur lang. Ich sehe aktuell keine Person. Okay, dann aufmachen. Ich drücke durch. Jetzt immer noch? Ja, immer noch. Das hängt hinten dran. Ich weiß auch nicht, was du da gemacht hast. Okay, Achtung. Das steckt halt in den Arsch. Ah, cool. Das whole homeland. Das packt was. Da kommen wir wieder zur Katernerie hervor. Es geht nicht auf. Also ich komme nicht durch. Ja, warte. Geht doch. Links sind welche. Links sind welche. Okay. Ja, aber da war keine Türe, meines Wissens. Ja, aber hier hinten. Hier hinten ist eine Tür. Hier. Da ist einer. Okay. Okay. Sascha, Kamera. Ja. 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 Vorsicht. Die Profis. Äh, das sind zwei Geiseln. Jeweils direkt, beide rechts. Sonst nichts. Nee, sonst nichts. Okay. Wie wollt ihr vor? Beide haben sich ergeben. Ja, scheint sauber. Achtung. Nehmt ihr sie? Achtung, ich gehe wieder raus. Jawoll. Eine muss noch festgenommen werden. Hä? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ach die, ein bisschen backen bisschen. Was ist dieser gelbe Eimer hier? Wir sind fertig? Oh, der gelbe Eimer bewegt sich. Hä? Ja, ja. Der Eimer. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Okay. Ja. Perfekt. Alles durchgespielt. Es war anscheinend nur einer. Also das soll schwer sein. Es war alles. Super. Alles abgeschlossen. Ab ins Hauptquartier. Ab ins Hauptquartier. Ja gut, aber die durften eh nicht schießen. Weil das ja, äh, was, wie eine Zone ist, ne? Das ist ja eine grüne Wiese. Ja, ich habe nur einen abgeknallt. Der hat mich ganz am Anfang angeschossen, weil die Tür offen war. Das ist jetzt mit so Wolfi. Ist er jetzt auch dabei? Da müssen wir ja auch einen abschalten. Bei mir wird das, bei mir aktualisiert das gerade, Alter. 84 Gigabyte. Ah. Das ist ein Problem. Ja. Ja. Nee, Alter. Der armer. Soll ich jetzt wieder den Schildmungo machen? Dann bleibe ich an das so. Ja, Hotel. Ja, warum nicht? Jetzt pinkeln. Nee. Jetzt pinkeln. Ja. Okidoki. Pi-Pause. Und du suchst eine andere Mission aus, wenn du noch eine spielst. Ja, klar. Pi-Pi-Pause. Das ist der Sound auf der Spinde. Ok. Ok, das ist etwas heftig. Kill-Politiker. Das können wir machen. Verbarrikadierte Verdächtige. Das machen wir. Das ist FBI Open Up, was wir gleich machen. FBI Open Up. Ok, dann passt es ja, dass ich eine Beanbag mit habe. Ja. Peter Lino. Ja, das Game ist echt geil, Leute. Kann ich euch empfehlen. Will Game auch haben. Ja, Freddy holst dir. Das ist echt geil. Können wir auch mal so zocken. Ja. So ist Freddy Lino. Das ist echt gut. Ist halt auch realistisch. Ja, vor allem, wie man mich das schon kaufen wollte. Und ich habe es immer vergessen zu kaufen. Ich habe es mir Putti damals, glaube ich, zum Geburtstag geschenkt. Und ich habe auch gesagt zu mir, komm, wir holen uns das mal. Und ja, ich habe es bis dato nicht geholt. Bis auf gestern jetzt dann endlich mal. Also, ihr seht oben, wie das Spiel heißt Ready or not Early Access. Das gibt es auf Steam. Läuft das eigentlich immer noch in der Beta oder ist das jetzt mittlerweile? Das ist immer noch Early Access. Also, im Stream steht es nicht drauf. Das ist das. Hä? Im Stream steht es nicht drauf. Ganz oben rechts im Fenster steht es. Ganz oben rechts. Ganz oben rechts. Ah ja, da steht es. Ready or not Early Access. Oh. Ich musste nach oben scrollen. Tut mir leid. Das ist mal so ein Early Access, was sich relativ fertig anfühlt. Was? Bitte? Wie du willst? Hatten sie gerade Schnauze gesagt? Ah! Guck mal, du kannst die Dinger... Was denn? Okay. Merken. Ja, die kannst du droppen. Mit C, oder? Oder mit Y. Ja, das... Mit C hatte ich das bei mir. Warte. Müssen wir merken, in Zukunft, wenn wir Räume clear haben, die Dinger einfach ablegen. Das mache ich eigentlich sehr gerne sogar. Die Camlets kannst du ablegen, ja. Das ist richtig. Mit C. Da gibt es auch Screenshots von Leuten, die 10.000 solche Sachen gespawnt haben. Ja. Ja, aber es hat nicht die... Es hat nicht... Du hast nicht unendlich von denen. Oh. Okay. Ich dachte unendlich. Aber du kriegst ja ein neues. Weil ich mir da jetzt gleich ist. Sind jetzt schon wieder alle da zusammen, oder? Wie viele kann man da schmeißen? Ja, passt. 10. 10 Stück pro Mann. Rein da! Nächste Mission! Also merkt ihr, wer spürt, ist ein Camlight. Ganz wichtig, die nächste Mission, wir holen einfach jemanden raus, der verdächtigt wird, Scheiße zu bauen. Und das ist halt jetzt FBI Open Up. Weil er sich gegenüber Politikern nicht gerade gut verhalten hat. Was? Also ihr holt einen Fox raus. Er wird auch strecken. Sollen wir dann plantechnisch machen? Äh, Kippo, guckt durch. Einer macht die Türe auf, ich schaue rein. Und wenn es relativ safe ist, oder nicht safe, dann... Klar. Rotzen mal drauf. Einfach raufrotzen. So gut. Ja. Ich glaube, Fox ist jetzt schon das vierte oder fünfte Mal schon gebannt worden. Was? Ne, aber heute doch nicht. Nein! Aber ja, es ist das vierte Mal schon gebannt worden wegen dem Anti-Cheat, ja. Du musst dich nachher noch um jemanden kümmern, der ein Faustbein bekommen hat heute. Warte, ich hau hier mal eins raus, dass ich weiß, hier ist unser Spawn. Hier waren wir. Vom Anfang an. Hoppolla. Mach Backflip. Perfekt. Er hat einen Laser. Geradeaus eine Tür, rechts geht noch ein kleiner Gang. Aber keine Person. Okay, kick aus. Ne, sollen wir nicht erstmal gucken, was da unten ist? Das ist jetzt die Frage. Irgendwo da unten. Ich schaue da erstmal, was da unten ist. Nicht das da unten. Oh, ah, das ist unsere Einheit, glaube ich, ne? Das sind schon unsere Jungs. Also Chat, Freddy heißt Robert. Ich bin echt. Eric Robert. Roberto. Dann würde ich sagen, rein da. Einmal Türe aufkicken und ich schau mal rein. Darf ich aufkicken? Darf ich so richtig? Wie kicke ich das? Mit F drücken? Du musst einfach gucken, entweder steht Kicken drauf oder normales Öffnen. Ist offen. Okay. Gegen Darm. FBI open up. Rechts ist erstmal safe. Guckt ihr mal die andere Türe, ob die offen ist? Oder soll man hier erstmal sichern? Erstmal rechts sichern, oder? Erstmal rechts sichern, oder? Erstmal rechts sichern, ja. Links ums Eck sicher. Komplett safe. Keiner da. Also hier durch die Tür habe ich ein paar Einschusslöcher auf jeden Fall, sehe aber keine Personen. Okay. Es geht nach links und nach rechts. Wenn alle wieder da sind. Schau ich erst nach links, weil die Türe mich ja rechts sicher hat. Ja, safe. Jawohl. Jetzt haben wir beide eins geworfen. Ja, passt schon. Okay. Kick auf. Kicken. Und dann laufe ich vor. Ey, warte, 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 warte. Warte das? Da geht jemand. Ja, ja. Ja, ja. Ne, ne. Da schlägt jemand gegen eine Türe wahrscheinlich. Ja, kick auf. Okay. Achtung. Ich wollte eigentlich kicken, aber gut. Passt schon. Okay. Willst du vorher gucken? Ne, ich guck. Bitte. Chill die Tüte bitte. Ähm. Ja, deswegen. Da sind ein paar Einschusslöcher. Sag ich ja. Tunnel rechts und links safe. Ein paar Einschusslöcher? Okay, also ich schläge rechts nur ein Kreuzgang. Ich würde sagen, ich laufe mal nach rechts und ihr ist sicher nach links ab. Bleibt einfach mal stehen. Ich laufe langsam vor. Rechts kurz Türe. Links vor mir, Gegner. Woah, 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 woah. Woah, alter, hat der mir gegeben. Woah, alter. Woah, alter. Woah, alter, woah. Boah, hat der mir gegeben. Bist du down? Ne. Ne, ne, ich, äh. Woah, aber ich bin kurz vor dem down sein. Ihr habt mich grad selber auch versorgt. Hier ist ne Tür. Achtung, ich schau noch mal ums Eck rum. Ich bin hinter dir. Was hat ein Schild, wenn die mir eh direkt geben? Oh, hinten! Oh, nee! Scheiße! Hinten! Ich hab die Dauerfeuer drin gehabt! Scheiße! Hab ihn. Und ich zuschau. Haben wir wen down? Ja, ich bin down. Mann, ich hatte kein Dauerfeuer drin. Ich hab geschossen auf ihn, aber ging nix. Hab vergessen umzustellen. So ne Scheiße. Okay, ich würd sagen, ich bleib hier mal stehen. Da kommt einer, da kommt einer! Alter! Alter, das ist schwer. Die heißt eigentlich Frederike. Frederike! Alter, was hier schlug der Typ! Das ist down. Boah, da kommt noch mehr! Von hinten! Von hinten! Von hinten! Ja, komm! Hui! Robert, die Flashbank! Hui! Robert, die Flashbank! Okay, scheißegal. Ich rüscht jetzt auch aus. Voll automatisch. Ich hab gewusst, dass da von... Ich hab extra hingezielt schon gehabt. Boah! Ach, da ist noch einer? Ja, da vorne links ist er. Okay. Warte! Mike, was machst du da alleine? Boah! Ich versuch grad die zu umgehen. Gott! Alleine ist aber nicht gescheit, gell? Hier gibt's keinen Gang, hier gibt's keinen Gang. Okay. Hier gehst du da drauf. Der Gedankengang war, dass ich vielleicht hier ringsrum komme. Zu denen. Aber ne. So ein Stück dackig. Holztüre? Ich mach den da vorne mal. Put your hands up! Ja, da gibt's einen großen Raum in der Holztüre. Okay. Das sah aber soweit safe aus. Wie viel kostet das? 35 Euro kostet das Spiel. Ja. Wer die fragt. Wer die fragt. Wenn die redet. Rolfi, bist du auf Daten überprüfen gegangen wegen dem Spiel? Jo. Und jetzt lädt er alles neu runter, oder was? Und jetzt verschiebt er noch mal wieder. Achtung, Türe links ist offen. Rein deiner drin sein. Ja. Ich stehe schon lang. Waschmaschinen drin? Ich stehe schon lang. Ich stehe schon lang. Okay. Scheint safe zu sein. Ich geh rein. Jetzt geht er hoch. Ihr könnts aber um die Kurve picken. Ich stehe noch mal ne Türe durch. Ja. Kleiner Raum auch sicher. Denk dran Cam Light, ne? Okay. Ich laufe hier mal durch das kleine Türchen durch. Die Polizisten. Das ist alles aufregend. Okay. Da ist die zweite Türe. Okay. Easy. Hi. Alter. Moin. Da ist noch was. Hi. Hi. Ich wurde gestern von Razel in den Rücken geschossen, weil er sich erschrocken hat. Geil. Einfach so. Okay. Ich schau. Hab einen, hab einen, hab einen. Gerade. Du hast gerade einen? Ja, gerade. Der ist mit Waffe dort lang gelaufen. Ja. Achtung. Ich geh unter dir durch kurz. Ich weiß nicht, ob der weiter läuft. Okay. Er schießt von. Aber noch. Hat mich. Hat mich. Das war ein Direktor. Weißt du bist du. Der war böse. Ich schieß jetzt auch mal durch das Ding so wie er. Hä? Wo ist der? Der ist dort hinter dem weißen Block. Das ist hinter dem weißen Block. Warte mal. Auch eine Flashback oder so. Beziehst du hin? Du kannst durch die Wansche. Ich weiß ja nicht, was da ist. Ich hab aber ganz anders hingeflogen gerade. Ja, das war vor allem auch grau. Ich hab eh die Wansche dabei. Oh mein Gott. Wir sind die besten. Warte. SWORD-Einheiten der Welt. Ja. Beste SWORD-Einheit. Beste SWORD-Einheit der Welt. Ja. Ich seh den hier nicht mal. Der ist hier nicht. Der ist irgendwo reingerannt sicher. Ja, der ist irgendwo links. Da ist er doch vor dir. Gerade, gerade. Gerade, gerade. Er droppt. Ich hab beide. Pass auf nicht das Herz. Da ist noch einer. Putz dich da an, Alter. Der macht kurze AP. Dann kann ich nichts machen. Nehmen wir die Waffe weg. Okay. Oder auch nicht. Unx. Einmal schön. Erst sichern dann Waffe. Erstmal gegen die Wand klatschen. Das heißt, die haben von da hinten durchgeschossen. Ja. Das ist für ein Müll. Haben sie nicht. Der stand vorne. Der ist zurückgerannt. Als du die geworfen hast. Genau. Okay. Seid aber dort noch nicht fertig, ne? Nee. Gib denen einfach ein Bloodout. Ah. Einfach wegtasern. Genau. Frag mich je, warum mein scheiß Taser nicht funktioniert hat. Warte nochmal. Du bist der einzige, der was Radio Not mit Taser spielt, Alter. Hab ihn getasert? Oder wir haben ihn getötet? Oder wir haben ihn getötet. Hab ihn getötet. Hab ihn getötet. Habe ihn getötet. Nimm den Taser. Taser zu stark eingestellt. Ruhig dann. Steigsturm genutzt. Okay, ich lau hier in den Gang rein. Wir sind eh gleich alle tot. Okay, ich hör wieder was. Aber ich versteh nicht, warum er jetzt nochmal alles kopiert, was, was ist das für ein Müll? Also es ist vielleicht eine andere Festplatte nicht müssen. Nee, nichts mit dem Scheißding, Alter. Nee. Aufgeschissen jetzt. Okay. Ja, fuck. Du schaust nach links? Ja. Das ist nur ein scheiß Fernseher. Links soweit sauber. Okay, ich geh links ins Eck. Du schaust nach rechts. Your bill kills. Ja. Okay, safe. Was für Maps habt ihr ja schon gespielt? Eigentlich. Noch gar nicht so viele. Noch gar nicht, ich glaub zwei, drei. Bis jetzt. Also der Club war halt so. Der Handler hat gestern gesagt, der Club ist eh. Aber da gibt's eine, diese, diese, ähm, Geburtstagsfeind ist brutal. Bei mir sauber. Äh. Sascha, hier vorne ist noch ein Türchen, ne? Ja. Könntest du da mal durchspieken? Hm. Wir müssen noch ein Scharfschützengewehr, äh, im Raum Queen finden. Geht lang. Der Raum. Rescue all of the civilians. Ja, moin. Bist bereit? Ja, kick auf. Ich kann mal los schreien. Da ist einer. Der versteckt sie im Kasten. Der packt im Schrank. Oh, ich, äh. Wer war das? Hinter ihm. Hinter ihm. Hinter ihm. Ach, du Scheiße. Ist er tot. Ja, der war hinter ihm. Ja. Ja. Bei mir. Ja, auf ein neues, oder? Try again. Ja. Das ist aber richtig. Ja. Was, die Leiche nochmal? Oh Gott. Ja, ich, ich probier's nochmal. Was ich schaffe, dann machen wir was anderes. Das ist echt saurschwer, Alter. Bist du deppert. Also ihr müsst euch wirklich auf, aufs Ballern schon mal richtig einstellen. Also direkt mal Dauerfeuer. Und der Scheißschild bringt einfach mal Nothing, ne? Ja. Ja, wenn du von hinten gekillt bist, dann hat er doch von hinten angeschossen, oder? Dann am Ende. So, ich hab jetzt den Brief auf Dingschul. Da. An. Die beamen. Mag jemand erstmal peepen? Ja, Moment. Weg mit dem Ding. Weg mit der Scheiße. Ist halt wieder lang, äh, die Tür ist geschlossen und rechts halt die Tür wieder offen. Okay. Ui. Achtung. Wie sieht das eigentlich aus? Und? Rein. Jawoll. Frei. Ich schau in das kleine Kämmerchen hier wieder rein. Mhm. Ich geh wieder auf lang. Kleines Kämmerchen frei. Hab hier einen, hab hier einen, hab hier einen, hab hier einen, gleich durch die Tür durch. Hinter der Tür direkt? Ja, der läuft gerade Richtung rechts. Ja, der ist nach rechts weg. Und denk dran, äh, die kommen wieder von links, ne? Wir müssen gucken links und rechts, ja. Zwei rechts, zwei links, einer, Absicherung, wo? Flashbang. 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 Dann guck ich direkt, dann guck ich direkt nach links. Ich kann auch Gas werfen. Ich hab keine Flash. Ich kann Gas werfen. Ich hätt, ich hätt auch Gas dabei. Ich hätt auch Gas dabei. Ich hätt Gas und Flashbang. Ja. Ne, ich hab keine Maske. Ich hab Flashbang. Ich würde pieken. Ja, wer haut denn jetzt rein? Ich. Gut. Also ich guck direkt nach links dann, ja? Ich guck direkt nach rechts. Zwei links. Zwei direkt nach rechts. Zwei links. Flashbang. Los. Längst soweit sauber. Noch. Das hinter dem Automaten. Ach ne, doch nicht. Ich hab links gesichert. Ah. Bin down. Ich hab fast down, alter. Was ist die so stark? Hab ihn, hab ihn. Wollen wir schwer spielen? Ja, wir sind vorher auch. Oder nur einer, ne? Meine Arme, ich hab da wo er hingehört. Achtung, nach hinten abdecken. Ja. Wir sind jetzt noch alles da. Ich. Ich glaub alle. Ne, einer ist down. Ne. Boah, da ist der Türe. Da ist der Tür? Okay. Da ist der Holztür rechts. Ich bin down. Seid beide down. Wirklich wie jetzt alleine? Ja. Du machst alles. Jetzt kannst du mal zeigen, was du kannst. Aber nur mit Pistol. Suspect killed. Ein mit der Drog 18 und Attacke. Copy that entry team. Notifying your name. Ich auch meine. Ich bin dann im Gang, ja. Ich ziehe das komplett alone durch. Du siehst eigentlich aus nicht so. Was sind eigentlich diese Punkte da? 84, 76, 86. Kann ich gar nicht drunter gucken. Ich traut noch. Perfekt. Geh gar nicht auf. Ne Fake Tür haben sie da eingebaut. Da ist noch einige dabei. Von jeder Mission eigentlich. Alter jetzt. Fünf. Ich spreng die Türe auf, komm. Ui, ui, ui. Da ist was. Da ist was drunter. Das hat geblinkt gerade, ja. Da wird, äh. Irgendwas schreckt. Irgendwas dann, oder? Das ist nur das Licht, nur die Lampe oben. Alles gut. Achso. Boah, ich will das nicht allein durchziehen. Ach, schaff's schon. Ah, komm. Boah, Alter. Wie schnell du down bist. Aber gut. Ich war echt schon. Wir nehmen eine andere Mission, die ist zu hart, Alter. Viel zu hart. Wir gehen rein und sind tot. Auf ins Hauptquartier, wir suchen was anderes aus. Wir haben fünf Punkte, hallo. Wie geil. Ja, fünf Punkte. Aber hallo. Ich mach das Schild jetzt weg, das geht mir voll auf Weste. Sack. Bessere Weste aber holen, ja. Gibt's denn hier was, was nicht schwer ist? Normal gibt's hier. Nochmal verbarrikadierte Verdächtige, aber auf Normal, das spielen wir. Das hier. Noch alle da? Ja. Ah, ich tu grad nur noch hier. Voll lang geh ich noch mal vorne hin, da warte ich auf euch hier. Boah, das war echt schwer, ne? Mhm. Vor allem, wenn der mich weggeschossen hat, direkt weggenatzt. Konnte nichts mehr machen. Watson, eine geile Rettungsaktion aus dem Juve und richtig lost vom geilen APS, war der an der Cam L28. 25? Das habt ihr ja gesehen mit dem losten Dude. Ich nehm mal die Gummiball-Granatwürfer mit. Johnny, dankeschön für 5 Euro und bis zum nächsten Mal. Der Snapdragon, dankeschön für das Wip werden. Beast King, der für 2 Euro und... Supra Drifting, liebe dich, liebe dich auch sehr. Johnny mit 250 Euro, ja. Johnny 1 zu 7, ja. Danke. Versteht man nicht, wie das C4 funktionen soll. Ich auch nie. Bei C2, ich glaub das haust du an die Tür dran, oder? Also ich nehm mir jetzt ne Gasmaske, setz ich jetzt auf und nehm Gas mit. Warte, das mach ich aber auch schnell, ich nehm auch Gas mit. Ist gescheiter, weil dann husten die und die Flashbang bringt sich irgendwie gefühlt gar nichts. Richtig. Ich... Machen wir das schnell. Ähm... Mal Gas, bitte. Mit... Mit Gas, hier hätt ich gern bitte... Gas? Slyboy Düsseldorf, nein, der kriegt keine Probleme, da ist im Regelwerk nicht verankert. Blendgranaten... Warte, wie kann ich das umändern von zu Gas mit Blendgranaten? Du musst einmal drauf gehen und dann kannst du auf Dings... Ah, CS, ja, sehe ich gerade. Ich kann aber nicht auswählen, wieso kann ich das nicht auswählen? Äh, vielleicht musst du... Ich kann es auch nicht auswählen. Ach doch, hab ich. Jetzt muss nur einmal drauf gehen, das ist ganz komisch. Ah, ist ein Bug, ja. Kann ich irgendwie mal so ein paar Gummibälle um die Birne schmeißen? Mach das, das wird super. Das kann ich anschauen. Ähm, Pfefferspray, Lockpickpistole oder wir könnten auch Türkeile mitnehmen, dass die Türen verbarrikadiert sind. Okay, das Öffern von Türen, soll man das mitnehmen? Können wir machen. Also ich habe den Lockpick. Ich habe den Lockpick dabei. Was hast du noch? Ich nehme Türkeile mit. Moment, wo könnte ich mich jetzt umziehen? Wo ging denn das? Wo willst du dich umziehen? Gas... Gasmaske aufsetzen. Ach, wollte ich auch noch schnell machen. Ja, unten müsste das gehen unter Equipment. Oder? Schauen wir mal. Also der Gummibandwerfer ist abartig. Blendschutzbrille. Ja. Blendschutzbrille. Und da kannst du umgehen auf Gasmaske. So. Warte. Ah, da. Riot Gasmaske. Da sieht man alles so komisch. Aber egal. Besser als ohne. Italienischer Xion. Italienischer Xion. Das Spiel heißt Ready or not. Und das ist für PC. Ist das Ready or not? Italienischer Xion. Geil. Alle bitte herkommen. Alle bitte herkommen. Wir sind ready. Sechsig. Ich bin Schwabe. Schwärzmann. Also bitte. Ach Schwabe. Musst du grad mein FOV noch ein bisschen anpassen? Oh, warte. Ich auch. Oh, schnell weg. Zurück, zuck, 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 zuck. Ich bin auf 100 gegangen. Ah, warte. Wo kann ich das hier alle... Wo macht man das? Grafik. Grafik. Ja. Sichtfeld. Auf wie viel hast du gestellt? Äh, 90. Bin 10 hochgegangen. Bei mir war es schon auf 90. Dann geh ich jetzt mal auf 100. Du musst auf Einstellungen anwenden gehen, deshalb. Ja. Vorher war es bei mir auf 80. Ja, 100 sieht gut aus. Das passt. Ja. Das ist mir auch besser. Gut. Rainer. Eigentlich die Olga. Rainer. Wer hat ne Olga? Ich hab ne Olga. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Okay. Okay. Wolfi, was ist da los? Was hast du für Internet? Ja, das hat nichts mit dem Internet zum tun. Digga. 84 Gigabyte verschieben. Nochmal. Bam. Ja, musst du halt bei Vodafone gehen, ne? War 1 Gigabyte, ne? Leitung. Swisscom. Ha. Swisscom. 10 Gigabyte. 10 Gigabyte. Leitung. Am Start. Meinst du die Hopscom? Voll parallel. Ne. Ne vollsynchrone 10 Gigabyte. Oh, Digga. Du wirst arm. 10 Down, 10 Up. Ha, 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 ha. Ja, wobei, in der Schweiz ist das gar nicht so teuer, gell? Ich weiß es nicht. Ihr. Ich kann's, ich kann's ja sagen. Es ist ein Spiel in Roblox. Boah, Eiswürfel. Geschlafen. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Echte Polizisten. Echte Polizisten. Echte Polizisten. Echte Polizisten. Schauen wir Stream an, werden mal zocken. Das ist doch Metagaming. Ja, klar. Sicher. Ui, wo sind wir denn da? Ui, wo sind wir denn da? Oha, so viele Maps. Oh, nö. Eos rettet Zivilisten. Crystal Meth lokalisieren. Nochmal in Arrested Roots Aspect. Warum fliegt ein Flieger? Wie cool. Ja, wir können hier. Ja. Ich hab einfach einen Arzt. Einmal anlasern. Da kommen die Bullen. Ja, anlasern hab ich auch grad gemacht. Da, nimm das. Unlaserpointer, Digga. So, easy. Ja, bei der Rote ist nicht so weit. Jungs, Mädels, da geht's rein, gell? Da unten. Nur zur Zinfo. Da ist ein Türchen. Ja, dann spickel mal durch. Es ist nichts da weit und breit. Wir können da rein. Also, äh, Smoky, ich muss hier sagen, warum es so langsam ist. Aboobs Mutter sitzt auf der Leitung. Ohohohohoho. Aber auch noch einen anderen Weg. Ja, egal. Ihr lauft einfach nach vorne und guckt nicht nach links hinter die Türe, ne? Achso, wo ist die Tür auch? Ja doch, die Tür hier, Treppe, Treppe. Ich hab mal zufällig irgendeine Taschlampe dabei, ziemlich dunkel hier. Warte, ich hab ein Leuchstäbchen dabei, guck. Ah, sehr schön. Nein, das ist ne Nachtmap, da drin ist Stockfenster, Alter. Ey, gut, dass wir gut ausgerüstet sind dafür, schön. Eingangstüre ist offen. Profis bei der Arbeit. Ja, ich würde aber sagen, wir gehen nicht direkt in den Vordereingang, oder? Achtung, du kannst doch durch die Fenster schießen, neben der Türe. Ich merk's gerade auch, das ist offenes Fenster. Ja, ich geh mal rechts lang, am Haus entlang. Lass mal meinen Laser aus. Ja, Laser erstmal ausmachen. Kamera, Nachtsichtkamera, Nachtsichtkamera. Wo, 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 wo? Hast du eine? Ja, da oben. Ne, wo ist eine? Ich seh keine. Da. Ja. Oh, schießt du sie ab? Jetzt wissen sie, jetzt wissen sie, dass wir da sind. Perfekt, sehr gut. Ich hab halt mit. Hallo, wir sind's. Klopf doch mal an. Noch eine Kamera. Ja, die Kamera kannst du eh nicht ausschießen. Ich bin gespannt, ob sie alle MEF-Pächer auf einmal findet. Fenster. Also, so dunkel wie das ist, nein. Ich hätte es auch sagen können, dass das... Hier hinten ist Sackgasse. Hier hinten ist Sackgasse. Da vorne ist einer, da vorne ist einer. Ich hab erst jetzt einen Streeper eingeschaut. Da vorne ist einer. True you. Er will schießen. Er will uns. Okay, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich geb Deckung. Jawoll. Er wird festgenommen. I can't go back to jail. Einfach einen Headshot geben. Mike, Headshot geben. Gut. Es geht ja immer weiter hoch. Perfekt. Er hat nur ein Messer gehabt. Ich schau mal schnell hier rein, ja. Ja, ich würd sagen, wir machen... Eigentlich müssen wir das Haus machen. Aber ich glaub, wir sollten vielleicht auch die Garage erstmal checken, oder? Da ist ein geheimer Gang nach hinten, ne? Hinten mag ich. Was? Will der, wer lang geht? Boah. Was heißt der Eingang? Was heißt das hier? I see it. Follow the... Was? Folge dem Insekt. Okay. Das ist cool. Das ist schön dunkel hier. Hier kommen wir, glaub ich, ins Haus unten rein. Der Tunnel links runter. Hä? Warte, wo kommen wir rein ins Haus? Woher weißt du das? Ja, ich... Weil das vom... Von... Von der Richtung her... Was? Wo schießt denn da? Ah, was hast du jetzt da? Gefressen hast du, kleiner Rotzlöffel, Alter. Du Hund! Da war jemand? Ey, ich seh nichts. Ja, da war jemand. Ich seh nichts. Ich muss die Helligkeit hochstellen. Ohne Nachtsicht ist das halt brutal. Alter, hätte ich das gewusst, hätte ich etwas anders gemacht. Hier ist nichts weiter. Hier ist safe. Okay. Also, gehen wir mal runter. Weil ich glaub, das müsste von der Richtung her unter das Haus gehen. Es gibt einmal da... Es gibt jetzt einmal rechts... Wir sind dann da ins Haus, hier links, oder? Ihhh, das ist spinnend! Einmal geradeaus. Ja, Moin. Also, ich seh nichts mehr, ne? Ich seh nichts mehr, ne? Wo seid ihr denn? Ey, ich schwör's euch, Leute. Ohne, kann es sein, dass dein Router kurz neu geladen hat? Äh, hat sich mein Router neu geschah, das wär schlecht, wenn... Weil es steht da... Leck, 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 leck. Ja, kann sein, dass mein Router... Ich hab hier eine Person. Aber Stream läuft. Komisch. Ja, das ist sehr komisch, weil... Bei mir steht ja alle noch an der Stelle. An derselbe Stelle. Oh. Ähm... Ich glaub, ich bin da nämlich rausgeflogen. Oh. Und ich hab eine Person festgenommen. Ja, also, das machen wir neu, weil ich... Wir sind hier eh nichts. Aber jetzt könnt's wenigstens nachts... Ja, jetzt wisst ihr... Wie kann ich da zurückgehen? Neustart, zurück zur Lobby. Warte, ich geh mir zurück zur Lobby. Ich lade dich nochmal ein. Dann holen wir uns Nachtsichtgerät und so weiter. Du siehst ja nichts da drin. Ach, Wolfi, ist endlich fertig, oder was? Nee, Mann. Ich bin jetzt mit 60 Gigabyte. Alles gut. So. Hey, Borussia. Ja, Connection. Ja, Connection heißt, bin lost. Ja, dann war's mein Router mal wieder. Also, ich bin schon mal wieder auf der WLAN-Karte. Danke an den Router. Nee, doch. Hab dich eingeladen. So, nach. Vergesst nicht den IR-Laser. Warum? Ja. Ja, weil du den im Nachtsicht dann siehst, wo jeder hinlasert. Ah. Du hast dich zwar eingeladen, ich hab aber keine Einladung bekommen. Was ist das für ein Scheiß? Warte, was da ist so... Du hast eine Einladung, aber da kam nichts. Das NSG ist das Nachtsichtgerät, ne? Ja. Ja, NSG, ja. Und dann diesen IRL-Laser. Den I-In-Real-Life-Laser, ne? Ja, den I-In-Real-Life-Laser. Kann ich euch nicht irgendwie beidrehen? Ich überleg, soll ich vielleicht ne... Ne, ich nehm die mit. Passt schon. Boah, Can geht grad voll ab, Alter. Ach, hab ich gelöscht? Ach, hab ich gelöscht. Meine Waffe! Meine Waffe ist grad gebounced, wie süß! So. Der Laser kommt rein. Es gibt wohl nicht Brian Walker. Nein, es ist nicht. Wenn ihr die gleiche Mission nochmal macht, würde ich auf die Pistole ne Taschenlampe drauf machen. Ja. So wie ich's hatte. Ja. Die Taschenlampe auf die Pistole. Magst du mich jetzt bitte nochmal einladen? Ja, weil du wirst die Maf-Bäckchen suchen müssen. Wie ein Vollhorst. Oh, der absolute Profi. Wie weichen sie dem Haus? Ähm. Nicht nach dem Update. So. Meine Frage. Toll. Meine Frage hat noch, wie setz ich meine Dings an? Meine Maske? Nachtsicht? Ja. Mit F einzumieren und eine Maske anziehen. Boah, Alter. Das ist hell. Aua. Gefangen im RP. Wer ist gefangen im RP? Gefangen in der Nachtsichtsmaske. Ne. Warum renne ich jetzt einfach mal so schnell? So Taschenlampe. Die Airlaser. Mit wem bin ich jetzt hier überhaupt im Spiel grad? Ich frag nur von einem Freund. Also ich im Moment mit gar keinem. So warte, ich lade dich nochmal ein. Ah, da. Hast du jetzt bekommen? Ich hab hier zwei Leute, aber... Wie? Aber ich kann's nicht... Ah ja, dicker. Steam. Du gehst mir dezent aufm... Vielleicht neue Lobby aufmachen. Was? Ich... Ja, mein Steam spackt. Warte. Wir hatten hier so ne HK-Nase. Kannst mir zwar senden, na, aber ich kann... So, Radio Nord wird gestartet. Ist doch aber schon an. Nein, ich bin nicht Ryan Walker. Sag dich auch gerade. Ich bin Chase Rufus. Vielleicht bin ich Manuel Neuer. Ja, ich tu mal mein Steam beenden und nochmal neu aufmachen. Und komm nochmal neu. Nein. Mike mit dem Internet-Problemchen. Na. Heute nur Habub-Witze. Habubs Mutter-Witze ist aber schon lustig. Wie lustiger ist deine Mutter-Witze? Habubs Mutter-Witze. Ja, Habubs Mutter braucht Google Maps, um ein Passfoto zu machen. Das wissen wir ja schon. Habubs Mutter muss ein aufblasbar... Habubs Mutter muss ein aufblasbares Schwimmbad als Klo nutzen, weil das Klo zu klein ist. Habubs Mutter hat mehr Haare auf den Zähnen als die Ziege auf dem Rücken, was? Habubs Mutter fragt auf dem Flohmarkt nach einem Praktikumsplatz. Habubs Mutter bleibt in der Geisterbahn stecken. Das sehe ich eigentlich bei wem ich jetzt hier gerade in der Lobby bin. Habubs Mutter dreht die Quadrate bei Tetris. Puh. Geil. Ach du Scheiße. Ich lade dich nochmal ein. Die, die, die jetzt hier in der Lobby sind, stehen die gerade im Ready-Room? Na, wieso geht denn das nicht? Ja, warte, ich mache neue Lobby auf, pass auf. So. Ja, das selbe Problem hatten wir gestern schon mal. Ich mache neue Lobby auf. Aber du, ganz ehrlich, wenn es euch noch nicht aufgefallen ist. Ja. Habubs Mutter zieht Flip Flops mit dem Schuhlöffel an. Oh. Pfff. 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 Der hat das. Der hat das. Der hat das. Oh, fuck. Ah. Könntest du mir das genau erläutern? Ich habe die Frage nicht verstanden? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, okay. Ich glaube, ich habe jetzt alle eingeladen. Probiert jetzt mal. Der fach. Es geht einfach nicht. Ich kann dir nicht helfen. Es tut mir leid. Wirklich. Es tut mir wirklich leid. Schau, ob die anderen draufkommen. Ich kann halt auch nicht den anderen beitreten. Es geht mir gerade schon wieder dezent. Du mein Spiel auf Fehler überprüfen. Ja, probier mal. Ich glaube, das ist bei mir schneller fertig als bei dir. Es kann sein. Habubs Mutter kackt beim Schwitzen. Ach, guck weh. Das schwitzt am Scheißen. Guter alter Witz. Ja, Habubs Mutter schaut bei der Cluster das Schlüsselloch. Ja, ich kann nicht beitreten. Könnte nicht, okay. Kannst du mir nochmal eine Einladung schicken? Liegt es vielleicht an mir? Warte, ich tu mal mein Game stoppen. Ja, sonst pass auf. Ich mach mal eine nur Freunde Lobby. Mach du mal eine Lobby, genau. Mach mal eine Habubs Lobby. Habub? Habubs Mutter Lobby, ja. So, Freunde einladen. Einladen, einladen, einladen. Ich war der loste Typ vom Jubel. War mein erstes Mal, aber ich war auch echt lost. Fabian. So, ich hab wahrscheinlich eine Einladung gesendet. Habubs gehen raus. Habubs Mutter kauft Hosen im Zeltgeschäft. Habubs Mutter ist das schnellste Auto, wenn sie einen meckes Gutschein hat. O see mal klingen. Alter. Äh, weisst du noch welche Map das jetzt war? Ja, ja, das war die, ähm, wo so n Sofa ist. Und davon die Erste, die normalen. Das ist unten links misst die ein. Ah. Ja, hab die. Hab die. Machen wir die. Ich geh' mich schnell umziehen. Könnt die mich mal durchlassen, oder was? Nö. Du kannst ja auch hier hinten umziehen. Du kannst ja auch hier hinten umziehen. Warum läufst du da runter? Du kannst das doch hier hinten umkleiden. Das wusste ich jetzt auch nicht. Mit Waffen und allem drum und dran. Heftig, das wusste ich auch nicht. Toll, danke, ich bin immer runtergerannt. Du kannst ja sogar ein Kaffee... Du kannst ja sogar beim Kaffeeautomaten einen Kaffee machen. Warte, wo, 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 wo? Drücke N für ein schönes Spielbild. Geh zum... Warte, ich schau im Stream. Geh zum Kaffeeautomaten an. Wo, hier? Hier, 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 komm. Ah, hier. Hier. Du musst... Du musst zuerst in den Becher ran. Und dann... Du brauchst einen Becher zuerst. Und dann drückst du drauf. Ah, nee, der ist böse. Wenn Habubs Mutter eine Lobby startet, ist es unmöglich, sie zu füllen. Ach so, hier, den Becher, oder was? Wie kriegst du den Becher? Du musst unten bei der... quasi da, wo der Kaffee in den Becher reinläuft und den auslassen. Da drückst du einmal drauf mit E und dann vorne. Mit E, mit F meinst du, oder? Oder mit F, ja. Da kommt der Kaffee raus. Da kommt Kaffee raus. Aha, insert und dann drücken. In Use by Xeon. Geil. Press. Er lässt mich irgendwie nicht. Er mag mich nicht. Steht nur Interact. Ach so, ich muss noch einen Coin reinhauen, deshalb. Und dann Press oder so. Wo such ich mir einen aus? Ich bin gerade so verwirrt, das geht irgendwie nicht. Ist er auf 2-0 fix. Hä? Ich hab mir gerade 2 Dollar geschnappt. Der Automat, der Kack. Ja, klaut er sich. Wir machen ein Loch rein. Gefixt auf 3-0. Ja. Ist doch 3-0, ja. In Use by Xeon. Was soll der Scheiß? Hallo, ich will auch einen Kaffee. Was? Ja, er geht nicht. Ich kann nichts dafür. Es ist kaputt, das Ding. Was denn kaputt geht? Kann man da der Gegend kicken? Weg da. Weg da. Abhubsmutter hat er sich immer einen Kaffee geholt. Das ist so lustig so. Jetzt starten wir durch. Abhubsmutter, nehmt ihr ein TV als Handy. Ah, der ist gut. Oh, Mann, ey. So, verbarrikadierte Bedächtige, ne? Verbarrikadiert oder Raid? Das verbarrikadiert habe ich genommen. Okay. Und immer verbarrikadiert. Hier. Jetzt sind wir alle gut ausgerüstet, glaube ich. Jetzt haben wir alles dafür. Kapuf, ist Erdnüsse, scheiß auf den Boden und freut sich über einen Sneaker. Oh, Mann, kann man doch so scheiße sein. Ja, sprichwörtlich. Sollen wir jetzt eigentlich erst durchs Haus laufen und dann da runter in diese gruselige Kammer? Ja. Ja, schon. Den Kopf auf sowas, Alter. Abhubsmutter wird halt auch von Enten mit Brot beworfen, ne? Geil. Okay. N. Ui. Ist ja schlecht. Ui, geil. Jetzt der Laser. Nice. Wenn ihr mich mal hier... Aha. Aha. Gut, die Tür ist sogar schon... Ähm. Wieso ist die Tür offen? Die war gerade noch zu. Vielleicht war da gerade noch zu einkaufen. Jetzt der Laser da rein strahlt. Bum, bum, bum. Ja gut, sehen die ja nicht. Hallo, ich bin's. Hey, Mutter. Hey, Mutter. Hands up. Äh. Ich deploy mein, äh, was auch immer, ne? Tür ist zu. Jetzt ist sie zu. Vorhin war sie offen. Das gefällt mir nicht. Ich geb euch keinen Tipp. Fangts vom ganz rechten Hauptgebäude an. Pah, Bubsmutter ist in Minecraft vom ganz recht, oder? Ja, da gibt's noch... Da wo die Garage ist, da gibt's noch ein Gebäude. Ja, die Garage mit dem Audio da vorne. Hands up. Do it now. Der hat jetzt so rumgeschrien. Na dann, Attacke. Was ist doch jetzt? Wer war das? Nicht geschossen. Was? Wo? Oben? Oben. 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 Oben links am Hauseck. War er gerade noch? Schauen wir mal, ob er links runter kommt. Und? Wir trampeln ja auch rum wie die letzten Trampeltiere, ne? Ja. Du kannst leider nicht leise gehen. Und wenn, dann gehst du langsam. Ja doch, SRG gedrückt halten, ja. Ja, aber dann gehst du urlangsam. Kannst du auch die Umschalttaste gedrückt halten. Langsam wie Habubs Mutter. Nee, Habubs Mutter. Kommt man gar nicht durch. Jetzt links. Da wo der Mike ist. Da links hoch. Kommt man nicht durch. Nein, das geht nicht. Da ist eine unsichtbare Mauer, ne? Ja, hier kommt man nicht weiter. Okay. Oh, Helmut. Vielleicht hast du ne andere Mission, weil unsere Mission ist in dieses Haus reinzugehen anscheinend. Danke für die Nichthilfe. Danke. Danke für die Nichthilfe, gell? Bitte gerne. Du kommst von oben aber vielleicht rein, weil oben, wenn du da durchgehst vielleicht. Komm ich hier auf die Hoster? Nee. Schade. Jetzt ist die Tür offen. Ja, der ist doch hier rausgelaufen, hat auf uns geschossen. Nach links weg. So ne Ablenker gezogen von dem. Ich würde sagen, wir gehen wieder rechts, ne? So wie wir gerade schon gelaufen sind. Schau mal, du hast den Durchgang oben drinnen. Siehst du den Durchgang, Mike? Welchen Durchgang? Oberhalb. Die Brücke da. Genau ober dir. Ja. Ins nächste Gebäude. Ja, dann machen wir das Gebäude doch einfach. Denk dran, da vorne war vorhin einer, ne? Mhm. Ja, das ist nämlich auch offen. Ja, ich hab ne Geisel da drin anscheinend. Wahrscheinlich nicht nur eine. Siehst du so jetzt sauber aus. Schießt er. Tschüss. Im Gebäude. Achso, das ist Skippus-Sanity, Alter. Das ist meine Übertragung. Oh, da schießt einer. Ab ihn. Ist down. Egal. Der Gewerfen hätte ich auf den Fuß geschossen, Alter. Das war der von vorhin, glaub ich. Ja, der Hof ist leer. Passt. Wer ist der Endgegner, Habungsmutter? Hast du reingeguckt in das Haus, ob da niemand ist? Wow. Hey, von wo? Erst wieder ins Haus rein, erst wieder ins Haus rein. Ich muss ja Stop Bleeding machen. Ich blute, ich habe meine Tage. Oha. Ich blute, ich blute, ich blute, ich blute. Der kam raus und hat sofort auf mich geschossen, bevor er die Hände hochgenommen hat. Diese Elende. Die kleine Papp kam. Ich würde einfach nur schießen, ich würde gar nicht sagen Hände hoch oder so. Einfach schießen. Ja. So wie die sind. Hab ihn. Hat der noch irgendwas dabei gehabt oder habt ihr das schon evidenzt? Hab ich schon, hab ich schon evidenzt. Für links, für links, äh rechts. Mit Schritten dahinter, Schritte dahinter. Ne, das ist der Elefant hinter dir, der solche Schritte macht. Zwei, drei Türmen, drei Türmen. Zwei rechts, eine gerade. Ich mach gerade, äh safe. Lauf rein. Okay, ich geh rein. Links kann einer durchpeaken. Hier ist einer auf zweite Türe, zweite Türe rechts ist einer. Was ist mit dem falsch? Der schießt dir den einfach. Ich hab den nicht erschossen. Ich hab den erschossen. Wenn der die hört, aber Pech. Ach das war ein Zivilist. Wirklich? Nein. Oh mein Gott. Schau doch gerade noch und diskutieren mit dem. Ah, Mädels. Meine Güte. Echte Polizisten erschießen Zivilisten. Perfekt. Kann mal einer... Wie sieht's aus? Sauber. Sauber. Warte, ich würd gern... Ich würd gern. Okay, wir haben ja von hinten zu dem Zivilisten gekommen. Ups. Okay, ich peek jetzt mal die Türe, ja? Wir müssten einfach nur ne Waffe in die Hand reichen und sagen, der wollte auf uns schießen. Gerade safe. Links nichts. Rechts auch nichts. Okay. Raum safe. Ich hau den... Deploy. Kannst C4 verwenden, ne? Für das. Oder C2, wie das heißt. Ich schmeiß jetzt einfach mal hier. Einfach, weil ich Lust hab. Ich schmeiß jetzt hier mal was durch. Am besten Gas. Auch weil wir keine Gasmaske dabei haben. Stimmt. Wir haben gar keine dabei. Wir lassen das einfach mal ab. Dingsendangsen. Genau. Aber Nachtsichtgelethe habt ihr. Ja. Einfach mal Ei wirken lassen. Rechts neben mir hab ich grad das gehört. Pipipatzt gemacht. Somebody help me. Geisel rechts. Achtung, Geisel warte, ich mach sie. Wir würden dann gerne reingehen, dass wir ein bisschen absichern können. Jawoll. Ja. Okay. Ich sehe grad die Treppe auf. Der Fernseher? Der Fernseher ist kaputt. Raum sieht so weit sauber aus. Geht nach rechts weiter. Im nächsten Raum. Entweder über uns oder im nächsten Raum. Irgendwo muss was sein. Äh, Treppe noch. Ah, hier kann man durchschauen. Ja. Ja, der sicher ist gerade hin. Also, der ist auch. Kicken oder pieken? Gut, dass ich wieder pieken. Zu. Warte. Ja, warte, ich mach auf. Okay. Wie willst du das auch machen? Achso, du hast ein Picki-Locki. Ja. So, ist offen. Alles die Gorsche, Schnecke. Sonst mach ich hier ein drittes Arschloch. So, Achtung. Jawoll. Mehrere Türen, rechte Seite. Okay, über uns muss irgendwo was sein. Ich höre. Ach, da geht die Treppe hoch. Hier ist hell. Hier ist verdammt hell. Hier geht ja auch die Treppe hoch. Ich sehe nach oben. Ich, äh, ja. Wir müssen sicher die Treppe nach oben machen. Eingangstür, Eingangstür. Kann ich die zumachen? Nee, ich kann die Tür nicht zumachen. Okay. Sind jetzt alle durch? Äh, mir zwei sicher nach oben die Treppe ab. Okay. Ich habe hier insgesamt vier Türen. Mhm. Plus das, plus die Küche. Ich gehe erstmal in die Küche. Moin. Okay, hier sauber. Gut. Ist die Eingangstür hier? Boah, eigentlich wie damals. Xion schon. Machen wir. Hier schlafen zur Schule. Hier ist ein Durchbruch, das heißt in den ersten Raum. Komm ich nicht durch. Steps. Was ist da rechts neben der Tür? Ja, was ist das für eine Tür hier? Ja, lass die mal. Dort sind wir noch nicht. Das ist erstmal die Türen hier sichern. Da geht's raus. Da geht's mir raus. Alles gut. Oben eine mit Messer. Wollt gerade die Treppe runter. Ich save ab, dass sie nicht runter kommt. Bart gesichert. Bart gesichert. Komm zu dir. Rechts der Tür. War die gleich so aus wie die Zwillingsschwester von der Tante hier, nur hat ein Messer in der Hand gehabt. Ja. Ich will pieken. Wenn die eintreten. Achtung, hier geht's gleich rechts rum. Ja, dann kommst du bei mir raus. Ich schieß mich nicht. Kuckuck. Kuckuck. Okay, hier ist sauber. Jetzt haben wir noch die eine Tür, die rausgeht. Hast du schon? Gut, das heißt, wir gehen jetzt nach oben. Jo. Okay. Kann bitte jemand vorgehen, der noch nicht so verletzt ist wie ich, weil ich habe rechtes Bein, rechter Arm. Bei mir ist ein bisschen Oberkörper passt. Ja, dann musst du halt zum heilenden Bundshalbe nehmen. Ich geb dir kleine Bebantäne in dein Popo. Oh. Kühl die auch schon. Ich guck rechts um die. Hier ist gang. Ab an. Bisse. Da ist er. Da ist er. Woo. Verletzt. Ich steck und Treppe hinten, weil hier gibt's Gang. Ne. Alles gut noch. Sicher den Gang jetzt einfach mal lang ab. Wenn was kommt, mach ich's platt. Okay, easy. Ich seh grad nichts von hier. Jo. Geh mit nach links. Hier rechts ist der Durchgang zum nächsten Haus glaube ich oder? Mehrere Räume. Personen. Da ist eine Person am Boden. Hier steht nochmal jemand. Hier steht nochmal jemand gerade. Wo vom Fußballweber hin? Jetzt bei uns? Ich steck bei mir. Du müsstest einmal, einer muss links, einer muss rechts sichern. Hat sich ergeben. Hat sich ergeben. Jo. Dann würd ich. Nein. Hältst du rechts hinten krabbeln. Machst du mich rechts? Ich tu schnell Personen festnehmen. Du links, ich rechts oder? Ich mach rechts, du links oder? Okay. Ich steh in den Raum da rein. Ja. Ich steh in den Raum, warte. Ich hab einen Schuss da rein, so. Könnt ihr mal vielleicht ein bisschen... Raum ist clear. Wir machen die andere Seite gerade. Wir machen die andere Seite. Achso, okay. Hier unter Bett hat sich jemand gesteckt. Ich stehe weiter. Ich hab hier ne Tür. Ich glaube jetzt komm ich zu euch. Ja, ich seh eure Bläser. So, enter. Ja, hier unter Bett ist eine, aber ich weiß nicht wie ich die alte da rauskriege. Ah, sie kommt raus, sie kommt raus, sie kommt raus. Oh, das ganze Meph ist hier. Okay. Willst du drehen? Ja, mach ich. Gut. Hast du es mit der Tür hier rechts? Jawoll. Messer? Geschaut. Und ich hab hier eine bewaffnete Person. Also Kinderzimmer. Also oben ist sicher, glaube ich. Bei dir ist eine bewaffnet drunter. Lass mich mal gucken. Hier ist eine bewaffnete Person. Wo? Ist gerade nach hinten rechts weggegangen. Wo? Hier sehe ich Gas. Alle Räume ist soweit gesichert. Wir warten noch auf die, auf die anderen. Jungs, hier ist soweit alles gesichert. Oder wir hauen einfach ne Dings rein. Auch ne Möglichkeit. Oder so. Soll ich, soll ich es vorbereiten? Ja. Ich würde dann aufmachen. Mach auf. Ist zu. Moment. Oh scheiße. Ist das mit der Tür hier? Weg. Wir gehen nicht auf. Matze. Was warst du mit dem? Doch doch. Warte. Ja ja. Müssen wir aufmachen. Ich wollte mal ins Klo schauen. Ist offen. So. Pass auf. Ich würde jetzt aufmachen. Komplett aufmachen. Ganz hinten. Ganz hinten. Weg. Hat da grad wer geschossen von euch? Ja. Ich nicht. Okay. Ich ahne nicht. Oh da ist sie. Das ist die von vorhin. Jetzt nicht mehr. Hab du ein Kind im Bett? Kind im Bett? Kind im Bett? Wirklich ein Kind hier drin. Echt der jetzt? Ja die sieht nicht gut aus. Schau mal hin. Der spuckt Blut. Ja. Deswegen sag ich. Das sieht nicht gut aus. Blut oder? Blut. 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 Warte er gibt sich. Einer gibt sich. Oh ne. Down. Perfekt. Ich hab nochmal ne Waffe gezogen. Das ist die Scheiße. Ich komm euch von der anderen Seite entgegen. Du kannst den Leuten nicht vertrauen hier. Der zieht nochmal ne Waffe obwohl er sich ergibt. Easy. Moin. Sicher. Jo. So hold for evidence. Ich glaub wir sind hier relativ clear schon mal oben ne. Ja. Warten die das das das. Also mit dem Kind kriegen wir das raus aus dem Haus oder. Ne. Ne. Hat jemand das Messer von ihr schon gesichert? Ne. Noch nicht glaube ich. Was ist denn? Warte. Jetzt hier. Markov. Hier sind halt jede Menge Waffen und so. Du bist jetzt schon Meth gefunden? Ja. Ich hab den Raum gefunden. Alles voller Meth. Ja. Ja. Aber wir müssen das reporten. Also das ist schon nicht das was wir brauchen. Okay. Okay. Ja dann. Dann. Ja. 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 Ne die kann ich nicht sicherstellen. Die stehen da nur. So blöd. Gut. Alles absuchen was geht. Habt jetzt noch Ding offen? Ja. Mhm. Ich glaub dass sie draußen sein werden. Nein wir haben keine Suspects mehr. Nicht mehr? Bring order to chaos. Doch. Um die Käufer ausfindig zu machen müssen die ermittler mindestens so. Hä? Ja bring order to chaos heißt dass Suspects noch öfter sind. Ich mein im Endeffekt ist die Mission eh am Arsch weil wir ja direkt den Civilisten erschossen haben ne. Ja komm. Ja ups. Upsi wer das wohl gewesen sein könnte. Ich glaub den Durchgang gibt's nicht mehr Wolfi. Ich glaub wir müssen direkt ähm runter in diese Tunnel. Ja. Ich hör hier Leute reden. Ich checke nochmal ab wegen ähm. Hä? Was kann ich mit der hier machen? Wurde festgenommen passt. Beweismittel habt ihr mitgenommen von dem oder? Carry our rest? Kannst du mitnehmen. Kannst du carryen. Kannst du sie draußen nach hinten schaffen. Gut sieht gut aus soweit. Gut. Ich ne mal kurz meine Maske ab. Was seid denn ihr jetzt? Unten. Welche Maske? Ne das ich gucke kann wegen ähm. Meth. Meth ja. Das ist mir einfacher. Ich dachte jetzt du setzt deine Maske hier ähm. Deine Facecam ab. Ne. Ja. Oh shit. So ich mach dasselbe. Äh sieht man das? Äh glänzt das oder so? Sieht man nicht. Okay. Perfekt. Sonst würde ich mal unten gucken. Hier war ich grad schon. Hier hab ich schon alles abgesucht. Ihhh. Aber ich dachte in dem Raum sollen wir es mitnehmen weil hier so viel liegt ne. Aber. Entscheinend nicht. Also müssen wir nochmal rausgehen. Ja. Lass uns weiter machen. Oder ist das überhaupt die Mission? Nach oben oder? Ist der grad nach oben? Komm jetzt auch mal unten. Hier ist noch ne Türe ne? Wo? Äh wirklich. Ja die geht nach raus. Die hab ich schon gecheckt. Da kannst du rauskommen. Äh. Ah ja. Ich hab Gummibälle. Kommt her. Ich will mit euch spielen. Hof ist clear. Ihr könnt raus. Die Musik perfekt. Ja. Da ist nix mehr. Das heißt wir müssen jetzt noch runter ne. Ja. Na dann. Ich freu mich. Nicht. Obwohl da geht auch noch ne Treppe hoch ne. Es geht noch ne Treppe nach oben. Ne hier draußen geht ne Treppe hoch. Okay. Wenn wir hier rüber zu dem Haus. Es geht auch noch in die. Es geht auch noch in die. In den. Keller unten. Also ich hab hier drüben ein Haus. Ja. Es geht auch noch in die. Okay. Mag mal jemand unten durch pieken? Wo seid ihr denn grad genau? Ich komm jetzt nur durch. Hinten im. Äh. Ah da oben. Wie komm ich da hin? Treppe hoch hier. Neben der Garage. Rechts. Rechts die Treppe hoch. Ja. Seh ich gerade. Äh. So. Also man kann in die erste Etage schauen. Weil es eingebrochen ist. Äh. Geht nach hinten weg. Und dann wahrscheinlich nach rechts und links. Soweit nichts ersichtlich. Pompomp. Dann rein da oder? Gut. Dann. Ich nehm mal den Gummiballschießer mit. Ich kick. Alles platt. Achso. Sicher gerade? Rechts ist sel. Links ist safe. Geht wieder raus in den Garten. Nichts. Könnt ihr uns deployen? Hier geht ne Treppe rauf. Hier geht ne Treppe rauf. Dick dick steht so. Dick dick dick. Okay da gehts runter. Ich geh rauf. Ja. Hier gehts in den. Tunnel oben. Tür. Mehrere Türen. Ja. Eine links. Eine rechts. Eine rechts. Eine links. Gerade. Gerade geht raus. Machen wir. Ich hör rechts. Achtung ich kick. Na das war wohl nix. Cannot kick with broken legs. Ach leck mich. Ich schick das auf. Wo? Von da oben. Hier gehts nach draußen. Also oben. Okay. Ich such nach Meth. Dann haben wir noch die Garage frei. Die eine da vorne. Oh hier gehts ja noch nach hier hinten. Die unteren geht. Die unteren geht. Das ist ja die wo du in die Kanäle. In diese Tunnelsystem. Genau. Die haben wir da morgen nicht reingeschaut. Um das gehts halt ne. Ja wir müssen ja eh in die Tunnel noch rein. Ja deswegen. Ich hätte jetzt gesagt wir gehen von dem Haus hier. Da rein. Wir sind schon drin. Ups. Kurt doch nicht spring einfach rein. Hallo wer macht die Türe auf. Bitte bring mich nicht um. Äh. Wie seid ihr jetzt da rein? Hallo. Oben runter gesprungen. Ja. Da ist jemand. Wer schießt? Ich hab hier direkt rein bei mir. Wo ist der Police? Hands up he? I'm dead. Ist er da unten? Hörne Flash. Hörne Flash. Hörne Flash. Nee der ist ja halt drin. Ist das einfach in den Tunnel rein? Warte. Ja der ist in den Tunnel unten. Ja ohne uns perfekt. Da gehts auch in den Tunnel. Ja sag ich ja. Ja das sag ich ja. Na. Pass auf da ist er. Hörne Super Mike. Weg hier vorne links. Er hat gesagt das das eine Team in die eine Richtung geht und das andere Team in die andere. Warte mal ich kann auch eine Gummibälle schießen ne. Ich bin geil. Ja cool. Ich schieße einfach mal Gummibälle. Ich kann gerade schießen ne. Schüss. Wo ist er hin? Wahrscheinlich weggerannt. Also rechts gehts auch noch lang. Oh oh oh. Von rechts von rechts von rechts von rechts. Oh wie trifft der mich? Fuck. Warte. Da sind mehrere drin. Schau an links. Hier links. Achso. 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 Schau an links mehr. Ha. Hinterdrauch. Ah. Meiner heisi灯. Gast. Wir haben Gas. JAS habe ich reingeschmissen wegen dem Typen. Nein. Ich habe mir beide Beine gebrochen. JAS wird vergas. Wir mussten. Ich hoffe, dass das hilft. Ich habe das jetzt reingeschmissen. Ja, die husten. Die holen wir uns. Schießen wir weg. Oh, Entschuldigung. Crossfire. Jetzt ist er dauernd. Ein Stück Scheiße. Ich habe ihn. So ein dreckiges Stück da hinten. Komm hier rein. Ich habe eine volle Karte gerade reingeschmissen. Es geht hier noch immer gerade und immer. Pass auf, ich mache jetzt folgendes. Damit wir einfach sehen, dass das hier. Oh, ich glaube, wir sind complete jetzt. Oder negativ. Irgendwas complete stand gerade. Ja, aber wir müssen noch. Im Haus. Am besten. Im Haus ist mir vorgekommen, habe ich nichts gesehen. Ich habe nur diese eine große Kammer gefunden. Ich habe auch überall gesucht und nichts gefunden. Ich gehe rechts. Ich habe hier unten die Tür, also den Haupteingang. Und da ist ja rechts die Küche. Und da liegt das Mast. Die Küche, ja. Schauen wir mal. Ich gehe hier nochmal durch die Dings durch und sichere die Ma. Moin. Ich komme die Ma entgegen. Guck, guck. Guck, guck. Komm. Wer liegt denn hier? Ja. Wer liegt denn hier? Scheißt du ihn an? Der ist doch tot. Ich weiß nicht, was das liegt. Auf jeden Fall ist es ein Dingser. Das bin ich. Ah, okay. Ach du. Ich bin doch verblutet, ihr Helmut. Oh. Oh, ne Headshot. Ich glaube, ich verblute auch bald. Also in der Küche habe ich nichts gesehen. Ja. Sascha, geh mal in die Küche. Moment. Moment. Ich gehe jetzt auch in die Küche. So, ich gehe jetzt hier rein. Moin. Moin. Ich habe nichts gesehen in der Küche. Ich weiß nicht, wenn ich bin blind oder blöd auf beiden Augen. Oder dann einfach blöd. In die Kitchen. In die Crack Kitchen. Ach, du. Okay. Also hier müssen wir da wirklich das... Also sieht man das, wie die das suchen müssen und finden müssen? Ja. Okay. Sascha, rechts in die Küche. Weil da habe ich geguckt, ich habe nichts gesehen. Äh, da muss irgendwo eine Pfanne sein. Und da sind, da ist links die Meths drin. Das Meth-Beckchen drin. Eine Pfanne. Eine Pfanne. Schau mal über die Kästen. Ab eins. Ja. Hä, wie hat das jetzt ausgesehen? War eine... Das ist, äh, eine große Tüte, die so weißes Pulver drin hat. Ja, aber habe ich oben enorm viele gehabt. Deshalb... Ich gehe nochmal hoch. Jetzt braucht es noch anders. Warte, wie oft hast du probiert zu klicken? Einmal, ne? F. Einmal, ja. Jetzt hat es angezeigt und dann habe ich einmal. Ich habe gerne gesehen, wie das ausgesehen hat, das Tütchen. Lustigkeit. Weil da oben sind 10.000 solche Tütchen sind da oben. Deshalb wundert es mich so ein bisschen. Aber die interessieren ihn ja nicht. Ne, ne. Es muss genau das eine Tütchen sein, was unten liegt. So typisch, ey. Typisch Spielhersteller. Liegt das immer in so einem Dings drin? Oder? Meistens, ja. Okay. Hm. Ich ziehe mal die Maske auf. Keine Ahnung. Das ist eine Pizza, ja. Pizza, Mama Mia. Und es kann aber auch sein, dass eines eben in dem Tunnel liegt. Okay, ihr guckt Haus, ich gucke Tunnel. Da, wo ist ihr gerade am Schluss unten wart. Das ist aber, das Meff, das Meff ist rot. Ne, es war weiß. Ne, das, was in dem Tunnel liegt, in dem Tunnel liegt, müssen weißes Säckchen mit roter Substanz. Sie wissen, sie, wo es ein Säckchen gibt? Und das Mädel will mir nicht helfen. Vielleicht hat es ein Päckchen und am Bett. Ja, vielleicht, ja. Vielleicht der Hund. Sascha, da habt ihr es schon gefunden. Äh. Habt ihr es? Keiner ruft einen Mädig an, ne, für das kleine Ding. Ne. So, auf den habe ich schon gerufen. Keiner. Das arme Mädel. Die Polizisten loben keine Mädigse. Echte Polizisten. Gut, dann sind wir fertig, ne. Aber wir haben einen Zivilisten getötet. Also, nicht wir, sondern einen. Ja, aber es fehlt halt ein Dings, ne. Ein Päckchen. Ein Päckchen. Immer noch. Ich habe gedacht, ihr habt es gefunden gerade. Ne, ne. Ja, eines. Das sind aber zwei. Ach so. Naja. Wenn du gesagt hast, da habt ihr es schon. Hab ich jetzt gedacht. Ja, ne, ne, ne. Mike, mach mal Übertragung an, dann kann ich mitschauen. Mike, Mike. Sascha, mach gerade Übertragung. Umso komplikator das Ganze. Das müsste, wenn du in dem Tunnel bist, müsste es auf einer, äh, so einer Holz, auf so einer Holzplatte liegen oder so. Fuck you, Wazel. Buongiorno. Nein, fuck you, Wazel. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Auf einer Holzplatte. Buongiorno. 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 Fuck you, Freddy. Freddy. Robert ist da. Da, Robert. Ich stehe hier oben. So eine Holzplatte lassen wir hier gucken. Oh, die haben von Amazon dieses, 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 diese Ring, zum Anläuten, mit der Kamera drin. Ja. Nice. I see it. Ding dong. Okay. So, Mike. Mike, der Tunnelbagger. Bist du sicher, dass es von Amazon ist? 100%ig sicher. Es ist nicht von, hier, wie heißt er? Elon Musk. Mike, ich hab dir ein Foto geschickt. Und ist das übelst creepy, das Polizei oder dahinten? Hast du schon festgenommen, warum schreist du den an? Fuck, creepy, Alter. Da ist nicht ein Piddy-Fahrzeug drin. Ja. Ah. Ah. Hier lag noch ne Waffe. Ah. Ja. Das Päckchen fehlt mir glaube ich trotzdem nicht mehr, das kann man vergessen, glaube ich. Such gerade. Vor der letzte Stunde suchen. Das muss, das muss dort liegen, wo, ähm, wo es rot ausgeleuchtet ist in dem Tunnel. Ah, dann such ich nochmal mit. Bist du dir sicher, dass das zweite im Tunnel ist? Ja. Okay, dann such ich damit. Ja, dann. Versucht mal. Oh, nochmal schauen. Ah, ihr seid in dieser Crackhöhle, ne? Ja. Es gibt nur einen Punkt, der rot ausgeleuchtet ist. Guck mal da. Und da muss, da liegt ne Holz, da liegt ne Holzplattform. Na, eben nicht. Das ist doch der Tunnel, den Wazel mit seinen Arschbacken gegraben hat, oder? Ja. Liegt hier eben nichts. Nix, nix. Mit seinem Rollstuhl. Ne, ich glaube auch, dass das immer woanders liegt. Warum soll es immer an unserem Spot liegen? Ne, es liegt, es liegt entweder, es liegt entweder da in der Grube, oder zwei, zwei eben in, zwei in der Küche. Aber in der Küche war ja nur ein Päckchen. Vielleicht waren es auch zwei, nur sind wir zu blöd dafür. Oder sind wir es geändert, vielleicht noch ein Patch irgendwie. Ja. Ich habe es heute, wir haben es heute schon gespielt, das war eben so. Aber ist es immer so? Ich dachte, es ist randomized, immer so, immer so. Ne, es sind nur die, es sind nur die, die Gegner immer random dann. Okay. Und die Szenarien halt. Ja, vielleicht haben wir es verschmissen. Vielleicht hat es wir eingenommen und wer weiß es schon. Wazel hat es schon vertickt. Er war schneller als ihr. Ansgarthel, Mann. Ja, nicht lange. Hab gesagt, war der Film heute. Ein Bädchen wie das, ja. Die Kacke. Matze hat sich mit dem blauen Herz schon an die Mod-Farbe gewöhnt. Was? Ja. Was ist das da vorne? Mike? Der rote Rauh. Ist da unten leuchtet was? Mike, unter dir leuchtet was? Was ist das, was da leuchtet? Ein Camelad. Ne, hier war ich ja gerade schon. Hier ist ja nichts. Alter, mein Körper sagt mir die ganze Zeit, ich stirb gleich, glaube ich. Abbrechen. Tja. Oh, jetzt ist das Zusammenbreche, Alter. Ja. Ich bin ready, ich warte. Warte, Christian Mev-Paketen kritisieren. Das Problem ist, ich gehe da nämlich auf, ich gehe da was essen. Ui. Aber wir können dann weiterspielen eigentlich, also. Ne, wait. Ups. Endlich. Was denn? Hier an der Treppe. An der Treppe, wo wir zu dem Tunnel, wo wir runtergegangen sind. Hä? Wo ist das denn? Zeig mal drauf hin, wo es lag. Es lag direkt an der Treppe. Da links, ja. Da. Guckt in meine, guckt in meine Heimkamera. Ernsthaft jetzt. Warte, warte, warte. Guck mal zu euch an welcher Treppe im Haus. Ja. Da, wo der Tunnel herauskommt. Warte, warte. Ich will gucken, ich will gucken. Nicht wegnehmen, nicht wegnehmen. Hast du schon eingepackt? Ne, ne. Ne, ne. Ich will wissen, wie das aussieht, also ich weiß, wie ich es einpacken muss. Ne, warte, halt. Falsch, falsch, falsch. Geh zurück, geh zurück. Oberer Eingang. Oberer Eingang. War schon? Yes. Schwieb, dibidi, dob, dibidi, dieb, 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 dob, 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 dob. Genau, und jetzt rechts. Dieb, schwieb, dieb, 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 Ach so sieht das aus. Das sieht ja ganz anders aus, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, dass das wirklich weiß so. Das eine war weiß. Das leuchtet ja förmlich. Ja, moin. Okay, cool. Brauchen wir sichern, oder was? Ja, gut. Ja, mitnimm. Ist doch Kohle. Ja. Ja. Ja, perfekt. Da steht aber immer noch, retten sie alle zivilischen. Okay, das kann man ja gar nicht mehr. Der eine ist ja tot, komischerweise. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ja, schon. Ich hoffe nicht. Also, es ist. Ja. Ja, nun. Ja, komm, guck mal. Das Wichtigste am Erschossen. Mann, es wird ne B. 14 von 17 evident. Das wird niemals ne B. Das wird ne D, ja. So gut waren wir nicht. Kannst du dich doch gestern an die Erste erinnern? Ja. Das war ne F. Das war ne F. Also, ich sag, es wäre ne B gewesen, hätte einer 180 Grad Drehung gemacht und Kurt erschossen. Dann wäre es wieder ein B geworden. So wie du, oder was? Ja, so wie ich ihn gestern. Gut, Waisel, dann könnt ihr Waisel und Wolffi noch mitspielen. Ich bin eigentlich wieder dabei, ich will auch schon was essen. Joa, ich bin dann raus. Dann geht's, dann geht's was essen in Ruhe. Wir machen erst mal so ne Runde und dann... Jawoll. Ne, ne, aber ihr könnt... Äh, ich wär aber auch raus. Weil ich müsste tatsächlich mal schlafen gehen. Okay. Oh, kurzen Nächte an alle. Kurzen Nächte an der Chat. Wurde Nacht, Chat. Hallo. Hallo. Ich wünsch dir eine Wurde. So Leute, Florian Adam grüßt euch. Dafür ein Euro von Florian Adam mit zu... Guter lässt. Jetzt, liebe Leute, würde ich aber sagen, dann kommt noch ein paar Jella fürs Herzchen. Und da Hirsch für neun Monate VIP. Machen wir jetzt wirklich Schluss. Jetzt haben wir noch... Ich wollte gar nicht mehr so lange da zocken. Jetzt zocken wir auch wieder seit... Über einer Stunde Ready or Not. Das wollte ich gar nicht. Ja gut. Auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute ein schön weihnachtlicher Polizeistream. Aber immer noch Ready or Not. So muss das. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich geh jetzt mal was essen. Ich hab richtig Hunger. Und... Ihr seht euch wahrscheinlich nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ich verabschiede mich. Tschisikowski und... Kusselikus. Ciao, ciao. Macht's gut. Und ach ja, ähm... Schaut im Shop vorbei, was ich nicht wusste. Hashtag Werbung. Gut, jetzt auch wirklich. Tschisikowski, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ich verabschiede mich. Und... Ciao, ciao.